Einführung von Burton H. Wolff An einem Winterabend des Jahres 1967 fuhr ich durch San Francisco, um mir einen Vortrag von Anton Chandor LaVey anlässlich eines öffentlichen Treffens der Sexual Freedom League anzuhören. Ich war neugierig geworden durch Zeitungsartikel, die ihn als den schwarzen Papst einer satanischen Kirche beschrieben, in der Taufen, Hochzeiten und Begräbniszeremonien dem Teufel gewidmet wurden. Ich war freiberuflicher Journalist bei einer Zeitschrift und hatte das Gefühl, dass hinter LaVey und seinen Anhängern eine interessante Geschichte steckte. Denn der Teufel ist immer einen Artikel wert, wie es im Redaktionsbüro hieß. Es war nicht die Ausübung schwarzer Künste, die ich für berichtenswert hielt, denn das ist nichts Neues auf dieser Welt. Lange vor den Christen gab es Voodoo, Kulte und Sekten, die den Teufel anbeteten. Im 18. Jahrhundert machte in England ein Hellfire Club, der über Benjamin Franklin Verbindungen zu den amerikanischen Kolonien hatte, kurz von sich reden. Anfang des 20. Jahrhunderts bezeichnete die Presse Alistair Crowley als verruchtesten Menschen der Welt und in den 20er und 30er Jahren dieses Jahrhunderts gab es Hinweise auf schwarze Orden in Deutschland. Dieser altbekannten Geschichte fügten LaVey und seine Organisation Zeitgenössischer Faustianer zwei überraschende neue Kapitel hinzu. Erstens stellten sie sich blasphemisch als eine Kirche dar, ein Begriff, der bis dahin auf die Glaubensrichtungen des Christentums beschränkt war und der nicht für die traditionellen Satanskulte und Überlieferungen des Hexenwesens galt. Zweitens praktizierten sie ihre schwarze Magie in aller Öffentlichkeit anstatt heimlich. Normalerweise wäre es der erste Schritt bei meinen Recherchen gewesen, ein vorbereitendes Interview mit LaVey über seine ketzerischen Neuerungen zu vereinbaren, aber stattdessen beschloss ich, ihn unbemerkt im Publikum zu beobachten und anzuhören. Er wurde von einigen Zeitungen als ehemaliger Löwenbändiger im Zirkus und auf Rummelplätzen bezeichnet und als Schwindler, der sich jetzt als Vertreter des Teufels auf Erden ausgab. Ich wollte erst einmal feststellen, ob er ein wahrer Satanist, ein Angeber oder ein Quacksalber war. Menschen im Dunstkreis des okkulten Geschäfts hatte ich schon kennengelernt. So wohnte ich zum Beispiel zur Untermiete bei Jean Dixon und hatte dadurch die Möglichkeit, noch vor Ruth Montgomery über sie zu schreiben. Aber ich hielt alle Okkultisten für Scharlatane, Heuchler und Quacksalber und hätte niemals mehr als fünf Minuten damit zugebracht, über ihren Hokus-Pokus zu berichten. Alle Okkultisten, die ich bisher getroffen hatte oder von denen ich gelesen hatte, behaupteten, erleuchtet zu sein. Seher, Propheten und Hexen, die ihre angeblichen mystischen Kräfte durch die spirituelle Kommunikation mit einem Gott begründeten. Lavey schien sie auszulachen, wenn nicht sogar vor Verachtung anzuspucken. Er tauchte in den Zeitungsgeschichten als Schwarzmagier auf, dessen Arbeit sich mit der dunklen Seite der Natur und der sinnlichen Seite des Menschen befasste. Es schien sogar nichts Geistliches an seiner Kirche zu sein. Als ich Lavey zum ersten Mal hörte, merkte ich sofort, dass ihn nichts mit dem okkulten Geschäft verbannt. Man konnte ihn nicht einmal als metaphysisch bezeichnen. Seine unverblümte Ausdrucksweise war pragmatisch, relativistisch und vor allem rational. Sie war mit Sicherheit unorthodox. Ein Schlag gegen die etablierte religiöse Verehrung, gegen die Unterdrückung der menschlichen Triebe, gegen die geheuchelte Frömmigkeit, die nach dem Motto, jeder ist sich selbst der Nächste, doch nur ihre eigenen materiellen Ziele verfolgt. Seine Rede war auch eine sardonische Satire auf die menschliche Torheit. Aber vor allen Dingen war sie logisch. Lavey bot seinen Zuhörern keine Quacksalbermagie. Es war eine Philosophie des gesunden Menschenverstandes, die auf den Realitäten des Lebens beruhte. Nachdem ich mich von Laveys Seriosität überzeugt hatte, musste ich ihn davon überzeugen, dass ich ernsthaft recherchieren wollte, anstatt den oberflächlichen Artikeln, die die Church of Satan als einen Haufen Irrer darstellen, noch einen weiteren hinzuzufügen. Ich vertiefte mich intensiver in das Thema Satanismus, diskutierte über seine Geschichte und Grundsätze mit Lavey und nahm an mehreren mitternächtlichen Ritualen in dem berühmten viktorianischen Pfarrhaus teil, das seinerzeit als Hauptquartier der Church of Satan diente. Auf dieser Grundlage schrieb ich einen ernsthaften Artikel, nur um dann festzustellen, dass er nicht den Vorstellungen der Herausgeber seriöser Zeitschriften entsprach. Sie interessierten sich nur für Artikel über den Haufen Irr. Letzten Endes war es ein sogenanntes Girlie- oder Herrenmagazin namens Night, das in seiner Septemberausgabe 1968 den ersten wahrheitsgetreuen Artikel über Lavey herausbrachte, über die Church of Satan, über Laveys Verknüpfung der alten Teufelslegenden und über Lieferungen schwarzer Magie mit moderner Philosophie und Praxis des Satanismus, wie sie heute allen Anhängern und Nachahmern als Modell, Leitfaden und sogar als Bibel dient. Mein Artikel in dieser Zeitschrift war der Anfang und nicht das Ende, wie bei meinen anderen journalistischen Themen, einer langen und engen Verbindung. Daraus entstand meine Biografie über Lavey, The Devil's Avenger, 1974 von Pyramid verlegt. Nach der Veröffentlichung des Buches wurde ich eingetragenes Mitglied und später Priester der Church of Satan, ein Titel, den ich stolz mit vielen berühmten Persönlichkeiten teile. Die philosophischen Diskussionen nach Mitternacht mit Lavey begannen 1967 und finden auch heute, ein Jahrzehnt später, noch statt. Manchmal werden wir heutzutage dabei von einer erfahrenen Hexe unterstützt oder wir machen unsere eigene Musik, er spielt Orgel, ich Schlagzeug, in einem bizarren Kabarett voller übernatürlicher, von Lavey erschaffener Wesen. Sein gesamter Werdegang schien Lavey auf seine Rolle vorzubereiten. Er war ein Nachkomme georgischer, rumänischer und elsässischer Großeltern. Eine seiner Großmütter war eine Zigeunerin, die ihm Geschichten von Vampiren und Hexen aus ihrem Heimatland Transsilvanien erzählte. Schon mit fünf Jahren las er Hefte mit Gruselgeschichten und Bücher wie Mary Shelley's Frankenstein oder Bram Stoker's Dracula. Obwohl er sich von anderen Kindern unterschied, ernannten diese ihn zum Anführer bei Paraden und Manövern in fiktiven militärischen Verbindungen. 1942, als Lavey zwölf Jahre alt war, brachte ihn seine Vorliebe für Zinnsoldaten dazu, sich Gedanken über den Zweiten Weltkrieg zu machen. Er vertiefte sich in militärische Handbücher und entdeckte, dass die Arsenale, mit denen Armeen und Kriegsflotten ausgerüstet werden, um Nationen zu erobern, so einfach zu erwerben sind wie Lebensmittel im Supermarkt. In ihm wuchs der Gedanke, dass entgegen der Aussage der Bibel nicht die Schwachen, sondern die Mächtigen die Welt besitzen. In der Highschool war Lavey eine Art seltsames Wunderkind. Seine intensiveren Studien fanden allerdings außerhalb des Schulunterrichts statt. Er vertiefte sich in die Musik, Metaphysik und die Geheimnisse des Okkultismus. Mit 15 wurde er zweiter Oboist des San Francisco Ballet Symphony Orchestra. Er brach die Highschool aber schon bald gelangweilt ab, verließ sein Zuhause und schloss sich dem Clyde-Beatty-Zirkus als Tierpfleger an, wo er für die Fütterung von Löwen und Tigern zuständig war. Der Dompteur Beattie bemerkte, wie geschickt Lavey mit Großkatzen umging und machte ihn zu seinem Assistenten. Von Kindheit an hatte Lavey eine Vorliebe für Kunst und Kultur, sodass ihn der Reiz, Dschungelbewohner zu dressieren und mit ihnen als Stellvertreter Beatties zu arbeiten, allein nicht befriedigte. Mit zehn Jahren hatte er sich das Klavierspielen nach Gehör beigebracht. Das erwies sich als vorteilhaft, als der Calliope-Spieler, der die Darbietungen begleitete, vor der Vorstellung betrunken war und nicht auftreten konnte. Lavey bot sich freiwillig als Ersatz an, darauf vertrauend, dass er mit der ungewohnten Tastatur ausreichend gut umgehen konnte, um die gewünschte Begleitmusik zu erzeugen. Es stellte sich heraus, dass er mehr von Musik verstand und besser spielen konnte als der eigentliche Calliope-Spieler, so dass Beattie den Betrunkenen entließ und Lavey an dem Instrument einsetzte. Unter anderem begleitete er Hugo Sacchini, die lebende Kanonenkugel und die Hochseilakte der Valendas. Mit 18 verließ Lavey den Zirkus und schloss sich einem Jahrmarkt an. Dort wurde er Assistent eines Magiers, erlernte Hypnose und befasste sich noch mehr mit Okkultismus. Es war eine seltsame Kombination. Einerseits arbeitete er in einer sehr rauen Atmosphäre, weltliche Musik, der Geruch nach wilden Tieren und Sägespänen, Vorführungen, bei denen die geringste Unachtsamkeit Unfall oder Tod bedeutet, Auftritte, die jugendliche Kraft voraussetzen und bei denen Älterwerdende als altes Eisen abgeschoben werden, eine weltvolle Nervenkitzel mit magischen Attraktionen. Andererseits beschäftigte er sich mit der Magie der dunklen Seite des menschlichen Verstandes. Vielleicht war es diese seltsame Kombination, die seine Meinung über die Menschheit zu beeinflussen begann, während er auf kleinen Jahrmarktsvorstellungen Orgel spielte. Samstagabends, erinnerte sich LaVey während eines unserer langen Gespräche, sah ich regelmäßig Männer, die lüstern die halbnackten Tanzmädchen auf dem Jahrmarkt anstarrten, und wenn ich Sonntagmorgens die Veranstaltungen der Evangelisten in einem Zelt am anderen Ende des Festplatzes auf der Orgel begleitete, sah ich die gleichen Männer wieder. Sie saßen mit ihren Frauen und Kindern auf den Bänken und baten Gott um Vergebung und Befreiung von ihren fleischlichen Trieben. Und am nächsten Samstagabend waren sie dann wieder auf dem Festplatz oder an einem ähnlichen Ort der Lust. Mir war klar, dass die christliche Kirche nur durch ihre Scheinheitlichkeit Erfolg hat und dass sich der Geschlechtstrieb des Menschen immer wieder durchsetzt, egal wie sehr er von irgendeiner Weißlichtreligion geläutert oder gegeißelt wird. Obwohl es Lave damals noch nicht wusste, war er auf dem Weg, eine Religion zu formulieren, die als Antithese zum Christentum und seinem judaischen Erbe dienen sollte. Es war eine alte Religion, älter als das Christentum oder der Judaismus. Ihre Gedanken und Rituale waren jedoch noch nie in eine feste Form von Gedanken und Ritualen gebracht worden. Dies sollte Laveys Aufgabe im 20. Jahrhundert der Zivilisation werden. Nachdem Lavey 1951 im Alter von 21 Jahren geheiratet hatte, verließ er die wundersame Welt der Jahrmärkte, um eine Karriere zu beginnen, die sich mehr für die Schaffung eines eigenen Hausstandes eignete. Er hatte am City College of San Francisco einen Kursus als Kriminologe belegt, was zu seiner ersten gesellschaftlich anerkannten Tätigkeit führte, nämlich Fotograf bei der Polizei von San Francisco. Es stellte sich heraus, dass auch diese Arbeit, wie jede andere, zu seiner Entwicklung des Satanismus als Lebensweg beitrug. Ich sah die blutigste, grausigste Seite der menschlichen Natur, erzählte Lavey bei einem Treffen, das sich mit seiner Vergangenheit beschäftigte. Menschen, von Verrückten erschossen, von ihren Freunden erstochen. Kleine Kinder, die von flüchtenden Fahrern blutüberströmt am Straßenrand liegen gelassen wurden. Das war abscheulich und deprimierend. Ich fragte mich, wo ist Gott? Und begann die frömmelnde Haltung von Leuten, die bei Gewalttaten immer nur sagten, es ist Gottes Wille, zu verachten. Deshalb gab er nach drei Jahren seine Arbeit als Polizeifotograf abgestoßen auf und begann wieder Orgel zu spielen, diesmal in Nachtclubs und Theatern, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, während er sich weiterhin dem Studium der schwarzen Künste, der Leidenschaft seines Lebens, widmete. Einmal wöchentlich hielt er Vorlesungen zu geheimnisvollen Themen, Erscheinungen, übersinnliche Wahrnehmungen, Träume, Vampire, Wehrwölfe, Divination, zeremonielle Magie und so weiter. Damit zog er viele Menschen an, die in Kunst, Wissenschaft oder Wirtschaft bekannt waren oder es inzwischen geworden sind. Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus dieser Gruppe ein magischer Zirkel. Das wichtigste Ziel dieses Zirkels war es, sich zu magischen Ritualen zu treffen, die LaVey ausfindig gemacht oder selbst ausgearbeitet hatte. Er hatte Bücher gesammelt über schwarze Messen und andere berüchtigte Zeremonien, die von Gruppen zelebriert wurden, wie den Tempelrittern im 14. Jahrhundert in Frankreich, dem Hellfire Club und dem Golden Dawn in England des 18. und 19. Jahrhunderts. Das Ziel einiger dieser Geheimorden war es, die christliche Kirche zu schmähen und zu verhöhnen und sich an den Teufel zu wenden als eine anthropomorphe Gottheit, die das Gegenteil zu Gott darstellte. Nach LaVey's Ansicht war der Teufel etwas anderes, nämlich eine dunkle, verborgene Kraft in der Natur, verantwortlich für die Geschehnisse auf der Welt, eine Kraft, die weder durch Wissenschaft noch Religion erklärt werden kann. LaVey's Satan ist der Geist des Fortschritts, der Antrieb aller großen Bewegungen, die zur Entwicklung der Zivilisation und der Entfaltung der Menschheit beitragen. Er ist der Geist der Revolte, die zur Freiheit führt, die Verkörperung aller Heresien, die frei machen. In der letzten Aprilnacht des Jahres 1966, der Walpurgisnacht, dem wichtigsten Fest in der Überlieferung von Magie und Hexenwesen, rasierte sich LaVey rituell sein Haupthaar nach magischer Tradition und verkündete die Gründung der Church of Satan. Damit er entsprechend zu erkennen war, legte er den Kragen eines Geistlichen an. Bis hoch zu diesem Kragen sah er fast heilig aus. Aber sein wie Genghis Khan rasierter Kopf, sein mephistophilischer Bart und seine schmalen Augen gaben ihm das notwendige dämonische Aussehen als Priester der Kirche des Teufels auf Erden. Indem ich von einer Kirche sprach, erklärte LaVey, konnte ich einerseits die magische Formel »Ein Teilskandal zu neuen Teilen gesellschaftlicher Anerkennung« anwenden, die man zum Erfolg braucht. Der Hauptgrund jedoch war, eine Gruppe Gleichgesinnter zusammenzubringen und ihre kollektive Energie zur Anrufung der dunklen Kraft in der Natur, die Satan genannt wird, einzusetzen. Wie LaVey ausführte, basieren alle anderen Kirchen auf Gottes Anbetung und Verleugnung des Fleisches und des Intellekts. Er erkannte, dass eine Kirche gebraucht wurde, die Verstand und Triebe des Menschen als Anlass zum Feiern wiederentdeckte. Ein vernünftiges Eigeninteresse sowie ein gesundes Selbstbewusstsein sollten gefördert werden. Er begann festzustellen, dass das alte Konzept der schwarzen Messen, die christlichen Gottesdienste lächerlich zu machen, überholt war oder, wie er es ausdrückte, wie auf ein totes Pferd zu setzen. In der Church of Satan führte LaVey anstelle der erniedrigenden Gottesdienste der Christenheit atemberaubende Psychodramen ein und schaffte die Repressalien und Verbote ab, die die Weißlichtreligionen pflegten. Auch in der christlichen Kirche selbst gab es Widerstand gegen orthodoxe Riten und Traditionen. Gott ist tot war ein Modewort geworden. Die alternativen Riten, die LaVey ausarbeitete, enthielten anstelle der negativen Verhöhnung positive Formen von Feiern und Messen unter Beibehaltung einiger Bestandteile alter Zeremonien. Satanische Hochzeiten, die der Sinneslust geweiht waren, Begräbnisse ohne heuchlerische Plattitüden, Lustrituale, die zur Erfüllung sexueller Wünsche beitragen, Schadensrituale, die es den Mitgliedern der Church of Satan ermöglichen, über ihre Feinde zu triumphieren. Bei besonderen Anlässen wie Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse im Namen des Teufels war die Aufmerksamkeit der Presse enorm, wenn auch unerbeten. Im Jahr 1967 reichten die Zeitungen, die Reporter ausschickten, um über die Church of Satan zu berichten, von San Francisco über den Pazifik bis Tokio und quer über den Atlantik bis nach Paris. Das Foto einer nackten Frau, die halb verdeckt unter einem Leopardenfell in einer von LaVe entwickelten Hochzeitszeremonie als Altar für Satan diente, wurde von den großen Nachrichtenagenturen an Tageszeitungen weltweit versandt. Und es erschien sogar auf der Titelseite solcher Medienwollwerke wie der Los Angeles Times. Als Folge dieser Publicity breiteten sich der Church of Satan angeschlossene Grottos, LaVeys Gegenstück zu Covens, überall in der Welt aus und bewiesen damit eine von LaVeys wichtigsten Aussagen. Der Teufel lebt und ist bei vielen Menschen äußerst beliebt. Natürlich erläuterte LaVeys jedem, der es wissen wollte, dass für ihn und seine Anhänger der Teufel nicht der stereotype Geselle in rotem Umhang mit Hörnern, Schwanz und Forke war, sondern vielmehr die dunklen Kräfte in der Natur, die die Menschen gerade erst zu ergründen beginnen. Wie konnte LaVeys diese Erklärung in Einklang bringen mit seinem gelegentlichen Auftreten in schwarzer Kapuze mit Hörnern? Er erwiderte, die Menschen brauchen Rituale mit Symbolen, wie man sie auch bei Baseballspielen, Gottesdiensten und im Krieg findet, als Transportmittel für ihre Emotionen, die sie allein nicht freisetzen bzw. nicht einmal verstehen können. Trotzdem war LaVeys dieses Spiels bald überdrüssig. Es gab Rückschläge. Zuerst beschwerten sich einige von LaVeys Nachbarn über den ausgewachsenen Löwen, den er als Haustier hielt, und die Großkatze wurde letztlich dem örtlichen Zoo vermacht. Dann starb eine von LaVeys ergebensten Hexen, Jane Mansfield, durch einen Fluch, mit dem er ihren Gefährten, den Rechtsanwalt Sam Brody, belegt hatte. Eine Reihe von Gründen hierfür habe ich in »The Devil's Avenger« erläutert. LaVeys hatte sich ständig gedrängt, sich von Brody zu trennen, und ihr Tod deprimierte ihn. Es war der zweite tragische Tod eines Sexsymbols aus Hollywood in den 60ern, zu dem er intime Kontakte pflegte. Die andere Frau war Marilyn Monroe, LaVeys Geliebte, für eine kurze, aber entscheidende Zeitspanne im Jahr 1948, als er auf dem Jahrmarkt gekündigt hatte und bei Striptease-Darbittungen im Raum Los Angeles Orgel spielte. Obendrein war es LaVeys leid, Veranstaltungen und Zeremonien für seine Kirchenmitglieder zu organisieren. Er hatte Kontakt aufgenommen zu den letzten, noch lebenden Mitgliedern okkulter Bruderschaften der Vorkriegszeit und war eifrig damit beschäftigt, sich ihre Philosophien und geheimen Rituale, die aus der Ära vor Hitler übrig geblieben waren, anzueignen. Und er brauchte Zeit, um neue Prinzipien zu studieren, aufzuschreiben und auszuarbeiten. Er experimentierte seit Langem mit der Anwendung geometrischer Raumkonzepte, die er das Trapezoidgesetz nannte. Er spottet über die heutigen Mitläufer, die die falschen Pyramiden anbellen. Er war auch ein gefragter Redner, Gast bei Radio- und Fernsehsendungen sowie inhaltlicher und technischer Berater, dutzender Film- und Fernsehproduzenten, die satanische Schauergeschichten herausbrachten. Manchmal fungierte er auch als Schauspieler. Der Soziologe Clinton R. Sanders drückte es so aus. Kein Okkultist hat jemals einen so unmittelbaren Einfluss auf die Darstellung des Satanismus im Film wie Anton Chandolawe. Rituale und esoterischer Symbolismus sind zentrale Elemente in Laveys Kirche. Und die Filme, bei denen er seine Hand im Spiel hatte, enthalten detailgetreue Darstellungen satanischer Riten und sind voller traditioneller okkulter Symbole. Die Church of Satan legt großen Wert auf Rituale, weil sie dazu dienen, die emotionalen Kräfte im Menschen zu bündeln. So kann auch der blumige Ritualismus, den man in allen Filmen Laveys findet, als Auslöser angesehen werden, um die emotionalen Erfahrungen der Kinobesucher einzubeziehen und zu bündeln. Letztendlich beschloss Lavey, die Rituale und anderen organisierten Aktivitäten, den Grottos der Church of Satan in aller Welt zu übertragen und sich der Schriftstellerei, den Vorlesungen und dem Unterricht zu widmen und seiner Familie. Ehefrau Diana, die blonde Schönheit, die als hohe Priesterin der Kirche fungiert. Tochter Carla, mit den rabenschwarzen Haaren, inzwischen Anfang 20 und wie ihr Vater Kriminologe von Beruf. Sie verbringt viel Zeit damit, Vorlesungen über Satanismus an Universitäten in weiten Teilen des Landes zu halten und letztlich Sena, an die sich die Leute erinnern, durch ihr berühmtes Foto als Winzling während der Taufe in der Church of Satan. Inzwischen hat sie sich zu einem wunderschönen Teenager entwickelt, der ein immer größer werdendes Rudel von Wölfen der menschlichen Art anlockt. In dieser Phase relativer Ruhe entstanden LaVeys meist gelesene, bahnbrechende Bücher. Zuerst die Satanische Bibel, die zur Zeit dieser Niederschrift in der 12. Ausgabe erscheint. Danach die satanischen Rituale mit weiterem dunklen, komplexen Material, das LaVeys aus seinen immer umfangreicher werdenden Quellen schöpfte. Und drittens die satanische Hexe. In dem sich LaVeys vom Organisieren kirchlicher Aktivitäten auf das Schreiben von weltweit vertriebenen Büchern verlegte, wuchs natürlich auch die Anzahl der Mitglieder der Church of Satan. Die wachsende Beliebtheit des Satanismus führte aber auch zu Schauermärchen religiöser Gruppen, die sich darüber beschwerten, dass an den Universitäten die satanische Bibel weiter verbreitet sei als die christliche Bibel und somit die entscheidende Ursache für die Abkehr der Jugend von Gott. Und sicher kann man vermuten, dass Papst Paul LaVeys im Sinn hatte, als er vor zwei Jahren in seiner weltweit übertragenen Ansprache verkündete, dass der Teufel lebt und ein Mensch ist, ein lebendiges, feuerspeiendes Wesen, das Böses in der Welt verbreitet. LaVeys, der der Auffassung ist, dass das Böse, Evil, rückwärts gelesen, Leben, Live heißt und dass das Leben voll ausgekostet und genossen werden soll, antwortet dem Papst und den religiösen Panikmachern folgendermaßen. Die Menschen, Organisationen, Nationen machen Millionen von Dollars mit uns. Was würden sie denn ohne uns tun? Ohne die Church of Satan hätten sie niemanden, gegen den sie wettern könnten und dem sie die Schuld zuschieben könnten für die vielen schlimmen Dinge, die auf der Welt passieren. Wenn sie es wirklich ernst meinten, hätten sie uns gar nicht erst in diese Außenseiterrolle gedrängt. Ihr solltet wissen, dass sie die eigentlichen Scharlatane sind und sie sind richtig froh, dass es uns gibt, damit sie uns für ihre Zwecke benutzen können. Wir sind ein ganz besonders kostbares Gut. Wir haben dem Geschäftsleben Auftrieb gegeben, der Wirtschaft auf die Beine geholfen und etliche der Millionen Dollar, die durch uns verdient wurden, sind der christlichen Kirche zugeflossen. Wir haben vielfach die Aussage der neuen satanischen Grundsätze belegt, dass die Kirche und zahllose Einzelpersonen ohne den Teufel nicht existieren können. Dafür muss die christliche Kirche ihren Preis zahlen. Die Ereignisse, die LaVey in seiner ersten Ausgabe der satanischen Bibel voraussagte, sind eingetreten. Unterdrückte Menschen haben ihre Fesseln gesprengt, der Sex hat explosionsartig zugenommen, die kollektive Libido wurde freigesetzt im Kino, in der Literatur, auf den Straßen und zu Hause. Menschen tanzen oben und unten ohne, Nonnen werfen ihre traditionelle Bekleidung ab, zeigen ihre Beine und tanzen zum Missa Solemnis Rock, den LaVey eigentlich nur als Gag komponiert hatte. Es gibt allgemein eine nicht endenwollende Nachfrage nach Unterhaltung, nach gutem Essen und exquisiten Weinen, Abenteuern und Freude am Leben im Hier und Jetzt. Die Menschheit ist nicht länger gewillt, auf ein Leben nach dem Tode zu warten, das eine Entschädigung verspricht für die saubere, keusche, sprich, asketische, freudlose Gesinnung. Es ist eine Atmosphäre des Neopaganismus und Hedonismus entstanden, die eine Vielzahl brillanter Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Doktoren, Rechtsanwälte, Ingenieure, Lehrer, Schriftsteller, Börsen- und Immobilienmakler, Schauspieler und Schauspielerinnen, Leute aus dem Bereich der Massenmedien, um nur einige Kategorien von Satanisten zu nennen, die daran interessiert sind, dieser alles durchdringenden Religion und Lebensart eine Ausdrucksform zu verleihen und sie weiterzuführen. Es ist nicht leicht, diese Religion anzunehmen in einer Gesellschaft, die seit so langer Zeit von puritanischer Ethik geprägt ist. Es gibt in dieser Religion keinen falschen Altruismus oder aufgezwungene Konzepte wie Liebe deinen Nächsten. Der Satanismus ist eine unverblümt selbstsüchtige, brutale Philosophie. Sie basiert auf der Überzeugung, dass die Menschen von Natur aus egoistische, gewalttätige Lebewesen sind, dass das Leben ein darwinistischer Kampf ums Überleben der körperlich widerstandsfähigsten ist, dass nur die Starken überleben und die Erde von denen beherrscht wird, die den immerwährenden Wettkampf im Dschungel, auch im Dschungel der Städte, gewinnen. Man kann diese brutale Auffassung natürlich verachten. Sie beruht jedoch schon seit Jahrhunderten auf den Realitäten, die auf dieser Erde vorherrschen und die wir lieber bewohnen als das mystische Land, wo Milch und Honig fließen, das uns die christliche Bibel ausmalt. In der satanischen Bibel hat LaVey die Philosophie des Satanismus gründlicher erklärt als alle seine Vorfahren aus dem Reich der Dunkelheit, indem er ausführlich die innovativen Rituale und Requisiten beschreibt, die er gestaltet hat, um eine Kirche der Realisten zu schaffen. Schon bei der ersten Auflage wurde klar, dass viele Leute das Buch lesen wollten, um zu erfahren, wie man satanische Gruppen gründet und schwarze Magie rituell praktiziert. Die satanische Bibel und die satanischen Rituale sind die einzigen Bücher, die aufzeigen, wie dies alles authentisch und wahrheitsgetreu auf der Grundlage der jeweiligen alten Traditionen durchgeführt werden kann. Es gab viele Nachahmer, die niemals ihre Quellen preisgaben und dies aus gutem Grund. Denn sobald man die schäbigen, hohlen Machwerke dieser Nachahmer mit LaVeys Pionierarbeit vergleicht, besteht für diese Abzocker kein Markt mehr. Für alle, die es sehen wollen, ist das Ergebnis eindeutig. Anton LaVeys hat Satan aus seiner Abgeschiedenheit hervorgeholt und die Church of Satan ist der Urquell des zeitgenössischen Satanismus. Dieses Buch fasst die Botschaft beider zusammen. Es stellt immer noch eine Herausforderung und Inspiration dar und ist so aktuell wie zum Zeitpunkt seiner Niederschrift. San Francisco, 25. Dezember 1976, Ära vulgari, Elf Anno Satanas Die satanische Bibel Vorwort Dieses Buch wurde geschrieben, da bis auf wenige Ausnahmen jedes Traktat und jedes Papier, jedes geheime Grimoire, die ganzen großen Werke zum Thema Magie nichts anderes als frömmelnde Fälschungen sind, von schlechtem Gewissen getriebenes Geschwafel und esoterisches Geschwätz von Chronisten, die von magischen Überlieferungen berichten und entweder keinen objektiven Standpunkt dazu einnehmen können oder wollen. Einer nach dem anderen von diesen Schreibern hat es bei seinen Versuchen, die Grundsätze weißer und schwarzer Magie darzulegen, lediglich geschafft, das Thema dermaßen zu vernebeln, dass der am Hexentum interessierte Schüler letztlich stumpfsinnig eine Planchette über ein Ouija-Brett schiebt, in einem Pentagramm steht und auf das Erscheinen eines Dämonen wartet, ungeschickt ihr Gingstäbchen aus Schafgarbe herumschiebt wie überalterte Brezeln, Karten mischt, um die Zukunft vorauszusagen, mit völlig sinnlosem Ergebnis und Seminare besucht, die mit Sicherheit nur seinem Ego und seiner Geldbörse schaden. Und er macht sich ganz allgemein zum Narren in den Augen derjenigen, die wissen. Der wahre Magus weiß, dass die okkulten Bücherregale überquellen mit verstaubten Relikten ängstlicher Gemüter und steriler Körper, mit metaphysischen Reisen der Selbstverachtung und Regelbüchern vollgestopft mit Vorschriften aus dem östlichen Mystizismus. Viel zu lange schon wurde über das Thema satanische Magie und Philosophie von sensationslüsternen Journalisten des Pfades zur Rechten geschrieben. Die alte Literatur ist das Abfallprodukt aus Hirnen, die von Furcht und Niederlage zerfressen sind und die unwissentlich damit diejenigen unterstützen, die wirklich die Welt regieren und die von ihrem Höllenthron vor Verachtung schallend herunterlachen. Die Flammen der Hölle brennen heller durch das Zündmaterial, das diese Bände mit ihren vergilbten Fehlinformationen und falschen Prophezeiungen liefern. Dieses Buch enthält Wahrheit und Fantasie. Eines kann ohne das andere nicht existieren. Jedoch muss beides als das erkannt werden, was es ist. Was du erfährst, mag dir vielleicht nicht immer gefallen, aber du wirst es erfahren. Dies ist satanisches Gedankengut aus wahrhaft satanischer Sicht. Anton Chander LaVey The Church of Satan San Francisco Walpurgisnacht 1968 Prolog Die Götter des Pfades zu Rechten haben sich ein ganzes Weltzeitalter lang gezankt und zerstritten. Alle diese Gottheiten und ihre Priester und Geistlichen haben versucht, Weisheit in ihren eigenen Lügen zu finden. Die Eiszeit religiöser Gedanken kann jedoch im großen Plan der menschlichen Existenz nur eine begrenzte Zeit andauern. Die von ihrer Weisheit besudelten Götter haben ihre Zeit gehabt und ihr Jahrtausend ist vorbei. Jeder von ihnen hatte seinen eigenen göttlichen Pfad zum Paradies und beschuldigte den anderen der Ketzerei und geistiger Indiskretionen. Auf dem Ring der Nibelungen lastet tatsächlich ein immerwährender Fluch, aber nur, weil diejenigen, die ihn suchen, in Kategorien von Gut und Böse denken, wobei sie selbst natürlich die Guten sind. Um zu überleben, sind die Götter der Vergangenheit zu ihren eigenen Teufeln geworden. Ihre Geistlichen spielen kläglich das Teufelsspiel, um ihre Tabernakel zu füllen und die Miete für ihre Tempel bezahlen zu können. Aber sie haben sich viel zu lange schon in Rechtschaffenheit geübt und sind dabei zu armen und inkompetenten Teufeln geworden. Und so reichen sie sich alle die Hände in brüderlicher Einheit und treffen sich in ihrer Verzweiflung in der Valhalla zu ihrem letzten großen ökumenischen Rat. In der Düsternis zieht die Götterdämmerung auf. Die Raben der Nacht sind davongeflogen, um Loki anzurufen, der die Valhalla in Flammen hat aufgehen lassen, mit dem brennenden Dreizack des Infernos. Die Dämmerung ist vorbei. Ein Glanz neuen Lichtes wurde aus der Nacht geboren und Luzifer ist auferstanden, um erneut zu verkünden, dies ist das Zeitalter Satans. Satan regiert die Welt. Die Götter der Ungerechten sind tot. Dies ist der Morgen der magischen unverfälschten Weisheit. Das Fleisch herrscht und eine großartige Kirche soll errichtet und in seinem Namen geweiht werden. Die Errettung der Menschen soll nicht länger von seiner Selbstverleugnung abhängig gemacht werden. Und es wird sich zeigen, dass die Welt des Fleisches und des Lebens die beste Vorbereitung auf die Freuden der Ewigkeit ist. Die neuen satanischen Grundsätze satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz. Satan bedeutet Lebenskraft anstatt Hirngespinste. Satan bedeutet unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischen Selbstbetrug. Satan bedeutet Güte gegenüber denjenigen, die sie verdienen, anstatt Verschwendung von Liebe an Undankbare. Satan bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Wange. Satan bedeutet Verantwortung für die Verantwortungsbewussten anstatt Fürsorge für psychische Vampire. Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist, manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner, da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist. Satan bedeutet alle sogenannten Sünden, denn sie alle führen zu physischer, geistiger oder emotionaler Erfüllung. Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie die ganzen Jahre über am Leben erhalten. Das Buch Satan die höllische Streitschrift Das erste Buch der satanischen Bibel ist nicht der Versuch einer Gotteslästerung, sondern eine Meinungsäußerung, die man als diabolische Empörung bezeichnen könnte. Der Teufel wurde immer von den Gottesmännern gnadenlos und ohne Hemmungen angegriffen. Niemals hatte der Prinz der Dunkelheit wirklich Gelegenheit, auf die gleiche Weise wie die Redner des Herrn der Rechtschaffenen zu Wort zu kommen. Die Kanzelpredige der Vergangenheit konnten Gut und Böse nach ihrem Gutdünken festlegen und haben nur zu gern diejenigen, die ihren Lügen widersprachen, in die Versenkung verschwinden lassen, sowohl verbal als manchmal auch physisch. Ihr Gerede von Barmherzigkeit verkommt im Zusammenhang mit seiner höllischen Majestät zur leeren Worthülse und ist ausgesprochen unfair, wenn man bedenkt, dass ohne ihren satanischen Gegner ihre Religion ganz einfach zusammenbrechen würde. Wie bedauerlich, dass die allegorische Persönlichkeit, der die geistigen Religionen ihren Erfolg am meisten zu verdanken haben, am wenigsten Barmherzigkeit erfährt und ständig missbraucht wird. Und das ausgerechnet von denjenigen, die immer salbungsvoll die Regeln der Fairness verkünden. In all den Jahrhunderten, in denen der Teufel niedergebrüllt wurde, hat er sich nie gegen seine Verleumder zur Wehr gesetzt. Er ist immer ein Gentleman geblieben, während diejenigen, die er unterstützt, lärmen und toben. Er war ein Musterbeispiel guten Benehmens, aber jetzt ist seiner Meinung nach die Zeit zum Widerspruch gekommen. Er hat beschlossen, endlich zu seinem Recht zu kommen. Die dickbäuchigen Regelbücher mit heuchlerischen Vorschriften haben ausgedient. Um das Gesetz des Dschungels neu zu erlernen, reicht eine kleine, dünne Streitschrift aus. Jeder Vers ist ein Inferno, jedes Wort ist eine Feuerzunge, die Flammen der Hölle brennen gewaltig und reinigen. Lies weiter und lerne das Gesetz. Das Buch Satan In dieser kargen Wildnis aus Stahl und Stein erhebe ich meine Stimme, auf das ihr mich höret. Nach Osten und Westen rufe ich, nach Norden und Süden gebe ich ein Zeichen, welches verkündet, Tod den Schwächlichen, Reichtum den Starken. Öffnet eure Augen, auf das ihr seht, o Menschen mit vermoderten Hirnen und hört mir zu, ihr verwirrten Millionen. Denn ich bin angetreten, um die Weisheit der Welt herauszufordern und die Gesetze der Menschheit und Gottes in Frage zu stellen. Ich verlange Begründungen für eure goldene Regel und frage nach dem Warum und Weshalb eurer Zehn Gebote. Ich verneige mich vor keinem eurer papiernen Idole in Anerkennung und wer zu mir sagt, du sollst, ist mein Todfeind. Ich tauche meinen Zeigefinger in das wässrige Blut eures impotenten wahnsinnigen Erlösers und schreibe auf seine von Dornen entstellte Stirn Der wahre Prinz der König der Sklaven Ich akzeptiere keine abgedroschenen Unwahrheiten als Wahrheit Kein einengendes Dogma wird meine Feder am Schreiben hindern Ich breche mit allen Konventionen die nicht zu meinem irdischen Erfolg und Glück beitragen Ich setze in einer unerbittlichen Invasion den Maßstab der Starken Ich starre in die glasigen Augen eures furchtsamen Jehovas und ziehe ihn am Bad Ich erhebe eine Streitaxt und spalte seinen von Würmern zerfressenen Schädel Ich zerstöre die abscheulichen Inhalte der philosophisch schön gefärbten Gräber und lache in sardonischem Zorn Seht das Kreuz Was symbolisiert es? Bleiche Inkompetenz die an einem Baum hängt Ich hinterfrage alle Dinge Während ich vor den fauligen und gelackten Fassaden eurer überheblichen moralischen Dogmen stehe schreibe ich darauf mit Buchstaben aus flammender Verachtung Seht her all dies ist Schwindel Komm her zu mir du Todes Verächter und die Erde wird dir gehören Viel zu lange war es der toten Hand erlaubt lebendiges Gedankengut abzutöten Viel zu lange haben falsche Propheten richtig und falsch gut und böse verdreht Kein Glaubensbekenntnis muss aufgrund seiner göttlichen Beschaffenheit akzeptiert werden Religionen sollen angezweifelt werden Kein moralisches Dogma darf als selbstverständlich hingenommen kein Maßstab als göttlich angesehen werden Keine Moralvorstellungen sind von Natur aus heilig Wie die hölzernen Idole vergangener Zeiten sind auch sie das Werk von Menschenhand und was der Mensch erschaffen hat das kann der Mensch auch vernichten Derjenige der zögert alles und jedes zu glauben ist sehr weise denn der Glaube an ein einziges falsches Prinzip ist der Beginn allen Unverstands Die wichtigste Aufgabe jedes neuen Zeitalters ist es Menschen hervorzubringen die seine Freiheiten neu definieren es zu materiellem Reichtum zu führen und die verrosteten Schlösser und Ketten veralterter Traditionen zu sprengen die einem gesunden Wachstum entgegenstehen Theorien und Ideen die einmal Leben Hoffnung und Freiheit für unsere Ahnen bedeutet haben können heute zu Zerstörung und Sklaverei führen und uns entwürdigen Mit der Veränderung der Umwelt verändern sich auch die menschlichen Ideale Wann immer eine Lüge sich selbst auf den Thron erhoben hat soll sie ohne Mitleid und Bedauern angezweifelt werden denn unter dem Einfluss einer Unwahrheit kann niemand gedeihen Die überkommenden Scheinargumente sollen vom Thron gestoßen ausgemerzt verbrannt und zerstört werden denn sie sind eine ständige Bedrohung der wahren Würde von Gedanken und Handlungen Jede angebliche Wahrheit die sich als reine Erfindung herausstellt soll ohne weitere Umstände in die tiefste Finsternis geschleudert werden hin zu den toten Göttern toten Weltreichen toten Philosophien und all dem anderen nutzlosen Gerümpel und Schrott Die gefährlichste aller herrschenden Lügen ist die heilige abgesegnete die privilegierte Lüge die Lüge von der jeder glaubt dass sie ein Musterbeispiel an Wahrheit ist sie ist die fruchtbare Mutter aller anderen verbreiteten Irrtümer und Selbsttäuschungen sie ist ein hydraköpfiger Baum der Unvernunft mit tausend Wurzeln sie ist ein gesellschaftliches Krebsgeschwür die Lüge die radikal herausschneiden wie Krebsgeschwüre mit Stumpf und Stil ausrotten vernichtet sie sonst vernichten sie uns liebet einander so heißt es soll das oberste Gesetz sein aber welche Macht hat das bestimmt auf welcher geistigen Autorität beruht dieses Evangelium der Liebe warum soll ich meine Feinde nicht hassen wenn ich sie liebe liefere ich mich damit nicht ihrer Gnade aus ist es natürlich dass Feinde einander Gutes tun und was ist Gutes kann das zerfetzte und blutige Opfer das blutverschmierte Maul lieben das ihm Stück für Stück seine Gliedmaßen abreißt haben wir nicht alle den Instinkt räuberischer Tiere könnten die Menschen weiter existieren wenn sie völlig damit aufhörten einander zur Beute zu machen sind nicht Lust und körperliches Begehren die aufrichtigeren Begriffe um Liebe im Zusammenhang mit der Arterhaltung zu beschreiben ist nicht die Liebe der griecherischen Heiligen Schrift einfach nur eine beschönigende Umschreibung sexueller Aktivitäten oder war der große Lehrer ein Verehrer von Eunuchen Liebe deine Feinde und tue denen Gutes die dich hassen und ausnutzen ist das nicht die verachtenswerte Philosophie eines Spaniels der sich auf den Rücken rollt wenn man ihn tritt hasse deine Feinde von ganzem Herzen und wenn jemand dir auf die eine Wange schlägt schlage ihn auf die andere schlage ihn wo immer du ihn triffst denn Selbsterhaltung ist das oberste Gebot wer die andere Wange hinhält ist ein feiger Hund vergelte Schläge mit Schlägen Verachtung mit Verachtung Verurteilung mit Verurteilung mit Zins und Zinseszins Auge um Auge Zahn um Zahn nicht nur vierfach sondern hundertfach werde zum Albtraum für deinen Gegner und wenn er von dir geht wird er jede Menge zusätzlicher Weisheit erworben haben über die er nachgrübeln kann So verschaffst du dir Respekt in allen Lebenslagen und dein Geist dein unsterblicher Geist wird weiterleben nicht in einem vagen Paradies sondern in den Gedanken und Körpern derjenigen deren Respekt du erworben hast Leben ist die große Sinnesfreude Tod die große Abstinenz deshalb mache das Bestmögliche aus dem Leben hier und jetzt es gibt kein himmlisches Paradies und keine Hölle in der Sünder gerüstet werden hier und jetzt ist der Tag unserer Pein hier und jetzt ist der Tag unserer Freude hier und jetzt ist unsere Chance nutze diesen Tag diese Stunde denn es existiert kein Erlöser sage deinem Herzen ich bin mein eigener Erlöser Gebiete denjenigen Einhalt die dich verfolgen schleudere diejenigen die dein Verderben planen zurück in ihre Verwirrtheit und Niederträchtigkeit lasse sie wie ein Blatt im Wirbelwind sein und wenn sie gefallen sind erfreue dich an deiner eigenen Errettung dann werden alle deine Knochen voller Stolz sagen wer gleicht mir war ich nicht zu stark für meine Gegner habe ich mich nicht selbst errettet durch meinen eigenen Geist und Körper gesegnet sind die starken denn sie werden die Erde besitzen verflucht sind die schwachen denn sie werden unter das Joch kommen gesegnet sind die mächtigen denn sie werden von den Menschen verehrt werden verflucht sind die schwachen denn sie werden ausgelöscht werden gesegnet sind die mutigen denn sie werden die Herren der Welt sein verflucht sind die selbstgerechten demütigen denn sie werden von gespaltenen Hufen zertrampelt gesegnet sind die siegreichen denn der sieg ist die Grundlage des Rechts verflucht sind die besiegten denn sie werden für immer Vasallen bleiben gesegnet sind die mit den eisernen Fäusten denn die untauglichen werden vor ihnen fliehen verflucht sind die geistig Armen denn man wird auf sie spucken gesegnet sind diejenigen die den Tod verachten denn sie werden ein langes Leben auf Erden haben verflucht sind diejenigen deren Blick auf ein besseres Leben nach dem Tode gerichtet ist denn sie werden inmitten des Überflusses umkommen gesegnet gesegnet sind die Zerstörer falscher Hoffnung denn sie sind der wahre Messias verflucht sind die Gottesanbeter denn sie werden sein wie geschorene Schafe gesegnet sind die Tapferen denn sie werden große Reichtümer erwerben verflucht sind diejenigen die an Gut und Böse glauben denn sie ängstigen sich vor Schatten gesegnet sind diejenigen die an das glauben was für sie am besten ist denn niemals wird sich ihr Geist einschüchtern lassen verflucht sind die Lämmer Gottes denn sie werden ausbluten bis sie weißer als Schnee sind gesegnet ist der Mann der zahlreiche Feinde hat denn sie werden ihn zum Helden machen verflucht ist derjenige der anderen Gutes tut die ihn dafür verspotten denn man wird ihn verachten gesegnet sind die geistig mächtigen denn sie werden vom Wirbelwind getragen verflucht sind diejenigen die Lügen zu Wahrheiten und Wahrheiten zu Lügen erklären denn sie sind ein Gräuel dreimal verflucht sind die Schwachen deren Unsicherheit sie niederträchtig macht denn sie werden dienen und leiden der Engel des Selbstbetrugs hat sich in den Seelen der Rechtschaffenen eingenistet die ewige Flamme der Stärke durch Freude lebt im Körper des Satanisten in nominei Dei nostri Im Namen Satans, dem Herrscher der Erde, dem König der Welt, befehle ich den Kräften der Finsternis, mir ihre infernalische Macht zu verleihen. Öffnet die Tore der Hölle und kommet heraus aus dem Abyssos, um mich als heute Bruder und Freund zu begrüßen. Gewährt mir die Freude, von der ich spreche. Ich habe deinen Namen als einen Teil von mir selbst angenommen. Ich lebe wie die Tiere der Wildnis und erfreue mich am fleischlichen Leben. Ich schätze die Gerichten und verfluche die Vermoderten. Bei allen Göttern der Hölle befehle ich, dass alle Dinge, von denen ich spreche, eintreffen werden. Kommt hervor und antwortet auf eure Namen, indem ihr meine Wünsche erfüllt. O hört die Namen! Melek Taus, Melek Taus, Tamus, Tamus, Malberit, Malberit, Shiva, Azazel, Adramelech, Sid, Shaitan, Hekate, Hekate, Ishtar, Ishtar, Lillit, 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 Loki, Lillit, Baphomet, Bas, Bas, Bambala, Aus dem Süden rufe ich. Aus dem Osten rufe ich. Aus dem Norden rufe ich. Aus dem Westen rufe ich. Leviathan. Komme hervor, du große Brut des Erwöses und offenbare dich. Meine Gedanken sind auf den leuchtenden Gipfel gerichtet. Der Verlust erstrahlt. Der Verlust leidenschaftlich wächst in den Momenten der Erfüllung. Sendet aus dem Boden der wolltestigen Freude und lasst die obszönen Vorstellungen meiner finsteren Wünsche Wirklichkeit werden. Werdenberg und Trank. Vom sechsten Turm Satan soll ein Zeichen kommen, das den Körper, den ich begehre, angehört. Ich habe meine Symbole bereitgelegt und fertige Sinnbilder des kommenden. Und die von mir geschaffene Vorstellung lauert auf ihre Erlösung wie ein wunschlaugender Basilisk. Die Vision soll Wirklichkeit werden und durch mein Opfer sollen die Winkel der ersten Dimension zur Grundlage der dritten werden. Gehe hinaus in die Leere der Nacht und durchdringt den Geist, auf das er mit Gedanken antworte, die auf den Pfad der Leidenschaften ihm gaben. Ich habe meine Rute ausgeworfen. Die alles durchdringende Kraft meines Giftes soll den Widerstand des Geistes, der keine Lust verspürt, erschüttern. Und die Dämpfe sollen sich in dem schwankenden Hirn ausbreiten und es lähmen, auf das es mir zu werden sei. Im Namen des großen Gottes Paaren mögen meine geheimen Gedanken sich verwirklichen in den Regungen des Körpers, den ich begehe. der Endων FreCAR SEEMAK FORASH Heilah, SATAN! GYOTAU in Ia ebutamono odinunasa, niparadialla, casalai-myi, uiawe kairilano, kareza ta babala, so dirino, soba ano dua, odnuame kaisa, tadabu desa bu madaldia, od pibediana, italia, rita ot miame, kanikuara, rita, sodakara, sodamarano, Hei, Satan! Es ist vollbracht! Das Buch Lucifer, die Erleuchtung Der römische Gott Lucifer war der Träger des Lichtes, der Geist der Luft, die Personifizierung der Erleuchtung. In der christlichen Mythologie wurde er zum Synonym für das Böse, was auch nicht anders zu erwarten war von einer Religion, deren Fortbestand auf verschwommenen Definitionen und Scheinwerten beruht. Es ist an der Zeit, dies einmal klarzustellen. Falsche Moralismen und verborgene Ungenauigkeiten müssen korrigiert werden. So unterhaltsam sie auch sein mögen, die meisten Geschichten und Stücke über Teufelsanbetung müssen als das angesehen werden, was sie sind, nämlich überflüssige Absurditäten. Es heißt, die Wahrheit macht den Menschen frei. Die Wahrheit allein hat noch nie jemanden befreit. Erst der Zweifel bringt geistige Emanzipation. Ohne das wunderbare Element des Zweifels wäre das Tor zur Wahrheit fest verschlossen und undurchdringlich selbst bei dem heftigsten Dagegenhämmern von tausend Luzifern. Wie verständlich ist es doch, dass die Heilige Schrift den Herrscher der Hölle als Vater der Lügen bezeichnet, ein ausgezeichnetes Beispiel für die Verdrehung eines Charakters. Wenn man der theologischen Anschuldigung glauben soll, dass der Teufel die Unwahrheit repräsentiert, so muss man auch anräumen, dass er es war, nicht Gott, der alle geistigen Religionen geschaffen und alle heiligen Bibeln geschrieben hat. Wenn immer mehr Zweifel aufkommen, droht die große, aus lange angesammelten Irrtümern bestehende Seifenblase zu zerplatzen. Für diejenigen, die jetzt schon die angeblichen Wahrheiten anzweifeln, ist dieses Buch eine Offenbarung. Dann ist Luzifer auferstanden. Jetzt ist die Zeit für Zweifel. Die Seifenblase der Unwahrheit zerplatzt und ihr Klang ist der Aufschrei der Welt. Es ist eine weit verbreitete falsche Annahme, dass der Satanist nicht an Gott glaubt. Die Vorstellung des Menschen von Gott hat sich im Laufe der Zeit so oft verändert, dass sich der Satanist einfach die Definition aussucht, die für ihn am geeignetsten ist. Der Mensch hat sich immer seine Götter geschaffen und nicht seine Götter ihn. Für manche ist Gott gütig, für andere furchteinflößend. Für den Satanisten ist Gott, mit welchem Namen, wenn überhaupt er auch benannt werden mag, der ausgleichende Faktor in der Natur und kein Lebewesen, das für das Leid zuständig ist. Diese mächtige Kraft, die das Universum durchdringt und im Gleichgewicht hält, ist viel zu unpersönlich, um sich um das Glück oder Unglück von Lebewesen aus Fleisch und Blut zu sorgen, die auf diesem kleinen, schmutzigen Erdball leben. Wer glaubt, dass Satan böse ist, sollte einmal an all die Männer, Frauen, Kinder und Tiere denken, die gestorben sind, weil es Gottes Wille war. Jeder Mensch, der den plötzlichen Tod geliebter Angehöriger betrauert, würde diese wohl lieber bei sich als in der Hand Gottes wissen. Stattdessen werden sie salbungsvoll von ihrem Geistlichen getröstet, der sagt, es war Gottes Wille, meine Liebe, oder er ist jetzt bei Gott, mein Sohn. Derartige Phrasen waren schon immer ein bequemer Weg der Frommen, die Erbarmungslosigkeit Gottes zu dulden oder zu rechtfertigen. Wenn jedoch Gott alles so völlig unter Kontrolle hat und so gütig ist, wie behauptet wird, warum lässt er dann zu, dass derartige Dinge passieren? Viel zu lange schon haben sich religiöse Eiferer auf ihre Bibeln und Gesetzbücher zurückgezogen, um zu beweisen, zu widerlegen, zu rechtfertigen, zu verurteilen oder zu interpretieren. Dem Satanisten ist bewusst, dass der Mensch sowie die Aktion und Reaktion des Universums für alles verantwortlich ist und er gibt sich nicht der Illusion hin, dass jemand anderes für ihn sorgt. Wir werden uns nicht länger zurücklehnen und das Schicksal passiv hinnehmen, nur weil es im Kapitel so und so, Psalm so und so geschrieben steht. Ein für allemal. Der Satanist weiß, dass Beten überhaupt nichts bewirkt. Im Gegenteil. Es verringert die Erfolgschancen, da sich die Frommen Eiferer oft einfach nur andächtig zurücklehnen und eine Situation herbeibeten, die sie selbst viel schneller erreichen könnten, wenn sie sich nur selbst darum kümmern würden. Der Satanist meidet Ausdrücke wie Hoffen und Beten, da sie ein Anzeichen für eine bestimmte Geisteshaltung sind. Wenn wir hoffen und beten, damit etwas eintritt, handeln wir nicht im positiven Sinne, damit es wirklich eintritt. Der Satanist weiß, dass er alles, was er erreicht, sich selbst zu verdanken hat und er übernimmt das Kommando, anstatt Gott darum zu bitten. Positives Denken und positives Handeln führen zusammen zu Ergebnissen. Ebenso wenig wie der Satanist Gott um Hilfe bittet, bittet er ihn auch um Vergebung für seine Vergehen. Wenn jemand Missetaten begeht, so bittet er in anderen Religionen Gott um Vergebung oder beichtet sie einem Zwischenträger, damit dieser für ihn Gott um Vergebung für seine Sünden bittet. Der Satanist weiß, wenn Beten schon nichts nützt, dann nützt es noch weniger, jemandem anderem, der auch nur ein Mensch wie er ist, zu beichten. Und außerdem ist es entwürdigend. Wenn ein Satanist etwas Verkehrtes tut, weiß er, dass es ganz natürlich ist, Fehler zu machen. Und wenn ihm sein Vergehen wirklich leidtut, wird er daraus lernen und dafür sorgen, dass es nicht noch einmal vorkommt. Wenn er seine Tat jedoch nicht aufrichtig bedauert und weiß, dass er das Gleiche immer wieder machen wird, ist es sowieso unnötig, zu beichten und um Vergebung zu bitten. Aber genau dies geschieht. Die Menschen beichten ihre Sünden, um ihr Gewissen zu erleichtern und unbelastet neue Sünden zu begehen, meistens dieselben. Es gibt so viele unterschiedliche Interpretationen von Gott im üblichen Wortsinn, wie es unterschiedliche Menschen gibt. Die Vorstellungen reichen vom Glauben an einen vagen, universellen, kosmischen Geist bis zu dem anthropomorphen Gott mit langem weißen Bart und Sandalen, der die Handlungen jedes Einzelnen überwacht. Sogar in den Grenzen einer vorgegebenen Religion gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen von Gott. Einige Religionen gehen sogar so weit, jeden, der einer anderen religiösen Sekte als sie selbst angehört, als Ketzer zu bezeichnen, obwohl die allgemeinen Doktrinen und Vorstellungen von Göttlichkeit fast dieselben sind. Zum Beispiel, die Katholiken glauben, dass die Protestanten in der Hölle enden werden, und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie nicht der katholischen Kirche angehören. Außerdem sind viele Splittergruppen des christlichen Glaubens wie die Kirche der Evangelisation oder der Erweckungsbewegung der Überzeugung, dass die Katholiken Heiden sind, die Götzenbilder anbeten. Das Bild von Christus ähnelt in der Vorstellung jeweils physiologisch stark demjenigen, der ihn anbetet, und trotzdem kritisieren Christen Heiden wegen ihrer Götzenanbetung. Und die Juden wurden schon immer als Teufel bezeichnet. Obwohl der Gott in all diesen Religionen grundsätzlich derselbe ist, betrachtet jede den Weg der anderen als verwerflich, und obendrein beten diese religiösen Eiferer noch füreinander. Sie verachten ihre Brüder des Pfades zur Rechten, weil ihre Religionen einen anderen Namen tragen, und irgendwie muss diese Feindseligkeit herausgelassen werden. Wie ginge dies besser als durch ein Gebet? Was für eine gekünstelte, höfliche Art zu sagen, ich hasse dich wie die Pest, ist doch dieser schlecht getarnte Akt, den man als Beten für seinen Feind bezeichnet. Beten für den eigenen Feind ist nichts anderes als wie Zorn aus der Billigwarenabteilung eines Kaufhauses, schäbig und von minderer Qualität. Wenn es so viele krasse Meinungsverschiedenheit darüber gibt, welcher Weg der Gottesanbetung der richtige ist, wie viele verschiedene Interpretationen von Gott selbst mag es wohl geben, und wer hat Recht? All diese hingebungsvollen Weißlichter sind damit beschäftigt, Gott zu gefallen, damit sich die Tore zum Paradies für sie öffnen, wenn sie sterben. Und trotzdem, wenn ein Mensch sein Leben nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften seines Glaubens geführt hat, kann er immer noch in der letzten Minute einen Geistlichen an sein Sterbebett rufen, um die endgültige Absolution zu erhalten. Der Priester oder Pfarrer kommt angerannt, um alles mit Gott ins Lot zu bringen und dafür zu sorgen, dass die Fahrkarte ins Himmelreich korrekt ausgestellt ist. Die Jesidis, eine Sekte von Teufelsanbetern, haben hierzu eine ganz andere Ansicht. Sie glauben, dass Gott allmächtig, aber auch alles vergebend ist und dass es deshalb der Teufel ist, den sie zufriedenstellen müssen, da er ihr Leben hier auf Erden bestimmt. Sie sind dermaßen fest davon überzeugt, dass Gott ihnen all ihre Sünden vergibt, wenn sie ihre letzte Ölung erhalten haben, dass sie es nicht für nötig halten, sich um die Meinung Gottes zu ihrem Erdenleben zu kümmern. Bei all den Widersprüchen in den christlichen Schriften gibt es heutzutage viele Menschen, die vom Verstand her das Christentum nicht mehr in der Form akzeptieren können, wie es in der Vergangenheit praktiziert wurde. Viele Menschen beginnen an der Existenz Gottes im herkömmlichen christlichen Wortsinn zu zweifeln. Deshalb nennen sie sich christliche Atheisten. Zwar ist die christliche Bibel eine Ansammlung von Widersprüchen, aber was könnte widersprüchlicher sein als der Ausdruck christlicher Atheist? Wenn selbst prominente Oberhäupter des christlichen Glaubens ihre ursprünglichen Interpretationen von Gott verwerfen, wie können sie von ihren Anhängern erwarten, dass diese an den althergebrachten religiösen Traditionen festhalten? Bei all diesen Debatten, ob Gott tot ist oder nicht, wenn nicht, sollte er wenigstens eine gute Lebensversicherung haben. Der Gott, den du rettest, kannst du selbst sein. Alle Religionen geistiger Natur sind Erfindungen des Menschen. Allein mit seinem menschlichen Hirn hat er ein ganzes System von Göttern geschaffen. Da er ein Selbstbewusstsein besitzt und dieses nicht akzeptieren kann, verlagert er es nach außen in irgendeine große geistige Einrichtung, die er Gott nennt. Gott darf all die Dinge tun, die dem Menschen verboten sind, wie Menschen töten, Wunder vollbringen, um seinen Willen zu befriedigen, herrschen ohne irgendwelche sichtbare Verantwortung usw. Wenn der Mensch einen solchen Gott braucht und ihn anerkennt, dann betet er ein Wesen an, das ein Mensch erfunden hat. Das bedeutet, er betet den Menschen, der diesen Gott erschaffen hat, stellvertretend an. Wäre es nicht viel vernünftiger, einen Gott anzubeten, den er selbst geschaffen hat, in Übereinstimmung mit seinen eigenen emotionalen Bedürfnissen? Einer, der am besten das fleischliche und physische Wesen verkörpert, das genug Vorstellungskraft besitzt, einen Gott überhaupt zu erfinden? Wenn der Mensch darauf besteht, sein wahres Ich in der Form eines Gottes nach außen zu verlagern, warum fürchtet er dann sein wahres Ich, indem er Gott fürchtet? Warum betet er sein wahres Ich an, indem er Gott anbetet? Warum bleibt er von Gott getrennt, um sich in ritueller und religiöser Zeremonie mit ihm zu verbinden? Der Mensch braucht Ritual und Dogma, aber kein Gesetz schreibt vor, dass ein externer Gott benötigt wird, um Rituale und Zeremonien im Namen eines Gottes durchzuführen. Könnte es sein, wenn er die Kluft zwischen sich und seinem Gott schließt, dass er den Dämon des Stolzes aufsteigen sieht, diese wahre Verkörperung Luzifers, die ihm dann erscheint? Er könnte sich nicht länger als zwei Teile ansehen, dem fleischlichen und dem geistigen, sondern würde merken, wie sie miteinander verschmelzen und dann zu seinem abgrundtiefen Entsetzen feststellen, dass beide nur fleischlich sind und es immer waren. Dann wird er sich selbst entweder bis in den Tod hassen, Tag für Tag, oder sich daran erfreuen, dass er das ist, was er ist. Wenn er sich selbst hasst, wird er neue und noch komplexere geistige Wege der Erleuchtung suchen, in der Hoffnung, sich wieder aufzuspalten bei seiner Suche nach noch stärkeren und entfernteren Göttern, die seine jämmerliche Hülle geißeln sollen. Wenn er sich jedoch akzeptiert und erkennt, dass Ritual und Zeremonie wichtige Hilfsmittel waren, die seine erfundenen Religionen eingesetzt haben, um sein Vertrauen in eine Lüge aufrechtzuerhalten, dann kann dieselbe Art von Ritual auch angewandt werden, um sein Vertrauen in die Wahrheit aufrechtzuerhalten. Es ist derselbe primitive Prunk, aber er gibt dem Bewusstsein seines eigenen majestätischen Daseins Nahrung. Wenn das religiöse Vertrauen in die Lügen verschwunden ist, dann hat dies den Grund, dass der Mensch sich selbst näher kommt und sich von Gott entfernt, dem Teufel näher ist. Wenn es das ist, was der Teufel darstellt und wenn ein Mensch sein Leben im Tempel des Teufels lebt, mit der Kraft Satans in seinem Körper, dann entrinnt er entweder dem Gegacker und Genörgel der Gerechten oder er steht stolz an seinen geheimen Orten auf der Erde und manipuliert die törichten Massen durch die ihm eigene satanische Macht bis zu dem Tag, an dem er in voller Pracht erscheint und verkündet, ich bin ein Satanist, verneigt euch, denn ich bin die höchste Verkörperung menschlichen Lebens. Einige Anhaltspunkte für ein neues satanisches Zeitalter. Die sieben Todsünden der christlichen Kirche sind Gier, Eitelkeit, Neid, Zorn, Gefräßigkeit, Wollust und Faulheit. Der Satanismus befürwortet jede dieser Sünden, da sie alle zu körperlicher, geistiger oder emotionaler Befriedigung führen. Ein Satanist weiß, dass nichts verkehrt daran ist, gierig zu sein, da es nur bedeutet, dass er mehr besitzen will, als er schon hat. Neid bedeutet, mit Wohlwollen auf den Besitz anderer zu blicken und den Wunsch zu haben, ähnliche Dinge mehr auch zu bekommen. Neid und Gier stacheln den Ehrgeiz an und ohne Ehrgeiz kann kaum etwas Bedeutendes erreicht werden. Gefräßigkeit bedeutet einfach, mehr zu essen, als man zum Leben braucht. Wenn du dich bis zur Fettleibigkeit überfressen hast, wird eine andere Sünde die Eitelkeit dich motivieren, ein Aussehen anzustreben, das deine Selbstachtung verdient. Jeder, der sich ein Kleidungsstück in anderer Absicht kauft, als seinen Körper damit zu bedecken und ihn vor den Naturgewalten zu schützen, macht sich der Eitelkeit schuldig. Satanisten treffen häufig auf Spötter, die behaupten, dass es nicht nötig sei, sich zu schmücken. Man muss diesen Verweigerern klar machen, dass auch sie das eine oder andere Teil tragen, das nicht benötigt wird, um sich warm zu halten. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der sich überhaupt nicht schmückt. Der Satanist kann anhand solcher Dekorationen beweisen, dass auch jeder Spötter eitel ist. So wortgewandt der Zyniker auch erklären mag, wie frei er ist, er wird doch immer die Elemente der Eitelkeit tragen. Morgens ungern aufzustehen heißt, sich der Faulheit schuldig zu machen. Und wenn du lange genug im Bett liegst, wirst du dich gleich bei der nächsten Sünde ertappen, der Wollust. Das kleinste Gefühl von Erregung zu empfinden, bedeutet schon, sich der Wollust schuldig zu machen. Um den Fortbestand der Menschheit zu sichern, machte die Natur die Lust zum wichtigsten Instinkt nach der Selbsterhaltung. Als die christliche Kirche dies bemerkte, erklärte sie die Unzucht zur Erbsünde und stellte somit sicher, dass niemand dieser Sünde entgehen kann. Dass du am Leben bist, ist also das Ergebnis einer Sünde, der Erbsünde. Der stärkste Instinkt jedes Lebewesens ist der Selbsterhaltungstrieb, welcher uns zu der letzten der sieben Todsünden bringt, dem Zorn. Ist es nicht unser Selbsterhaltungstrieb, der geweckt wird, wenn uns jemand ein Leid zufügt und wir so zornig werden, dass wir uns vor einem weiteren Angriff schützen? Ein Satanist handelt nach dem Motto, schlägt dir jemand auf die eine Wange, schlage ihn auf die andere. Lass kein Unrecht ungerecht, sei wie ein Löwe auf der Jagd, sei gefährlich, auch in der Niederlage. Wenn die natürlichen Triebe den Menschen zur Sünde verleiten, dann sind alle Menschen Sünder. Und alle Sünder kommen in die Hölle. Wenn jeder in die Hölle kommt, dann trifft man dort alle seine Freunde wieder. Der Himmel ist demnach nur mit einigen wenigen Wesen bevölkert, die ziemlich seltsam sein müssen, wenn sie nur dafür gelebt haben, einen Platz zu bekommen, an dem sie für immer auf Harfen klimpern dürfen. Die Zeiten haben sich geändert. Religiöse Führer predigen nicht länger, dass alle unsere natürlichen Handlungen sündhaft sind. Wir glauben nicht mehr, dass Sex schmutzig ist oder dass es eine Schande ist, stolz auf sich zu sein oder dass es lasterhaft ist, etwas haben zu wollen, das ein anderer hat. Natürlich nicht, denn die Zeiten haben sich geändert. Wenn du einen Beweis dafür willst, dann schau dir nur an, wie liberal die Kirchen geworden sind. Warum? Sie praktizieren genau das, was du predigst. Satanisten hören immer wieder solche und ähnliche Aussagen und sie stimmen aus vollem Herzen zu. Aber wenn die Welt sich so sehr verändert hat, warum sollte man dann weiterhin nach dem Strohhalm eines aussterbenden Glaubens greifen? Wenn so viele Religionen ihre eigenen Schriften verneinen, weil sie nicht mehr aktuell sind und stattdessen die Philosophien des Satanismus predigen, warum nennen sie ihn dann nicht bei seinem richtigen Namen Satanismus? Das wäre auf jeden Fall weniger geheuchelt. In den letzten Jahren hat man versucht, das geistige Konzept des Christentums menschennäher zu gestalten. Das sieht man an ganz offensichtlich ungeistigen Mitteln. Messen, die früher in Latein gehalten wurden, werden jetzt in einheimischen Sprachen gelesen, was jedoch nur dazu führt, dass man den Unsinn leichter durchschaut. Und es beraubt gleichzeitig die Zeremonie des esoterischen Charakters, der zu den Inhalten der Glaubenssätze gehörte. Man kann viel leichter Emotionen mit unverständlichen Worten und Sätzen wecken, als mit Aussagen in einer verständlichen Sprache, die selbst der Einfältigste versteht und hinterfragen wird. Hätten die Priester und Pfarrer vor hundert Jahren versucht, ihre Kirchen durch Maßnahmen zu füllen, wie sie heute angewandt werden, so hätten sie sich der Ketzerei schuldig gemacht, man hätte sie als Teufel bezeichnet und sie wären vielfach verfolgt, auf jeden Fall aber ohne zu zögern exkommuniziert worden. Die frommen Eifrer jammern, wir müssen mit der Zeit gehen und vergessen dabei, dass bedingt durch die Schranken und die tief verwurzelten Gesetze der Weißlicht Religionen niemals ausreichend Änderungen vorgenommen werden können, um den Bedürfnissen der Menschen zu entsprechen. Die alten Religionen haben immer nur die geistige Wesensart des Menschen berücksichtigt und sich kaum oder gar nicht um seine körperlichen oder irdischen Bedürfnisse gekümmert. Sie haben dieses Leben nur als Durchgangsstation und das Fleisch lediglich als Hülle angesehen, physische Freuden als unbedeutend und Schmerz als Vorbereitung auf das Königreich Gottes. Wie deutlich wird doch diese ganze Heuchelei, wenn die gerechten Veränderungen an ihrer Religion vornehmen müssen, um mit der natürlichen Veränderung des Menschen mitzuhalten. Der einzige Weg, das Christentum den Bedürfnissen des Menschen vollkommen anzupassen, ist, so zu werden, wie der Satanismus jetzt ist. Eine neue Religion wurde notwendig. Eine, die auf den natürlichen Trieben des Menschen basiert. Diese Religion hat einen Namen. Sie heißt Satanismus. Und diese verpönte Kraft ist es, die die religiöse Kontroverse über die Geburtenkontrolle ausgelöst hat, ein mürrisches Zugeständnis, dass sexuelle Handlungen aus Lust ihre Existenzberechtigung haben. Es ist der Teufel, der die Frauen dazu bringt, ihre Beine zu zeigen, um die Männer zu reizen. Dieselben Beine, die man heutzutage sogar bei jungen Nonnen betrachten darf, die in ihren kürzer gewordenen Kleidern herumlaufen. Welch reizvoller Schritt in die rechte oder linke Richtung. Werden wir bald Nonnen oben ohne sehen können, die ihre Körper lustvoll zum Missal Solemnis Rock schwingen. Satan lächelt und sagt, dass ihm das sehr gefallen würde. Schließlich sind viele Nonnen sehr hübsch und haben schöne Beine. Viele Kirchen, besonders die mit den größten Gemeinden, haben ausgesprochen sinnliche Musik, die zum Mitklatschen anregt. Sie sind also auch satanisch inspiriert. Der Teufel hat schon immer die besten Lieder gekannt. Kirchliche Picknick-Veranstaltungen sind trotz Tante Emmas Gerede über die großzügige Ernte des Herrn nichts anderes als eine gute Ausrede für sonntägliche Fressorgien und jeder weiß, dass in den Büschen weit mehr passiert als nur Bibellesungen. Die Basare, auf denen Geld für die Kirche eingenommen werden soll, gleichen oft einem Karneval. Ein Karneval war eine Feier des Fleisches. Heutzutage wird eine solche Veranstaltung toleriert, weil das Geld der Kirche zufließt, die dann damit gegen die Versuchungen des Teufels predigen kann. Sie sagen, dass diese Dinge nur heidnische Bräuche und Zeremonien sind, die die Christen sich lediglich für ihre Zwecke ausgeliehen haben. Das stimmt, aber die Heiden genossen die Freuden des Fleisches in vollen Zügen und wurden dafür von genau den Leuten verurteilt, die ihre Rituale zelebrieren, aber sie anders nennen. Priester und Pfarrer marschieren an der Spitze von Friedens Demonstrationen und legen sich auf die Eisenbahnschienen vor Züge mit Kriegsmaterial mit der gleichen Hingabe, mit der ihre geistlichen Brüder aus den gleichen Seminaren die Kugeln, Bomben und Soldaten als Kaplane in den Streitkräften segnen. Irgendetwas muss hier falsch laufen. Könnte es sein, dass Satan dazu befähigt ist, als Ankläger aufzutreten? Sie haben ihn tatsächlich so genannt. Wenn ein Welpe heranwächst, wird er zum Hund. Wenn Eis schmilzt, nennt man es Wasser. Wenn zwölf Monate vorüber sind, kaufen wir uns einen neuen Kalender mit der richtigen chronologischen Bezeichnung. Wenn Magie zur wissenschaftlichen Tatsache wird, sprechen wir von Medizin, Astronomie und so weiter. Wenn eine Bezeichnung nicht mehr zu einer bestimmten Sache passt, ist es logisch, ihr einen Namen zu geben, der sie besser beschreibt. Warum bekennen wir dann nicht Farbe bei der Religion? Warum sollte man eine Religion beim alten Namen nennen, wenn die Inhalte dieser Religion nicht mehr mit den ursprünglichen übereinstimmen? Oder aber, wenn die Religion dieselben Dinge predigt wie gehabt, ihre Anhänger jedoch so gut wie keine ihrer Lehren mehr praktizieren, warum nennen sie sich dann immer noch Anhänger dieser Religion? Wenn du nicht daran glaubst, was deine Religion lehrt, warum solltest du dann weiterhin einen Glauben unterstützen, der im Widerspruch zu deinen Gefühlen steht? Du würdest nie jemanden wählen, an den du nicht glaubst. Warum also gilt deine kirchliche Wahl einer Religion, die nicht im Einklang mit deiner Überzeugung steht? Du würdest niemals für eine Person oder ein Thema stimmen, wenn du nicht damit einverstanden bist. Warum solltest du dein kirchliches Stimmrecht ausüben für eine Religion, die nicht deinen Vorstellungen entspricht? Du hast kein Recht, dich über wenn du sie selbst gewählt oder in irgendeiner Form unterstützt hast. Das schließt auch ein, sich zurückzulehnen und selbstzufrieden den Nachbarn, die mit dieser Situation einverstanden sind, zuzustimmen, nur weil du zu faul oder zu feige bist, deine Meinung zu sagen. Genauso ist es mit der Wahl der Religion. Auch wenn du nicht völlig offen deine Meinung sagen kannst, wegen negativer Folgen beim Arbeitgeber, bei Behörden etc., kannst du wenigstens ehrlich gegenüber dir selbst sein. Im Privatbereich deines eigenen Heimes und bei deinen besten Freunden musst du die Religion unterstützen, der deine Interessen am meisten am Herzen liegen. Der Satanismus hat eine vernünftige Grundlage, sagen die Emanzipierten. Aber warum nennt man ihn Satanismus? Warum nicht irgendetwas so wie Humanismus oder etwas, das nach Hexentum klingt, mehr esoterisch, weniger krass? Dafür gibt es mehr als einen Grund. Humanismus ist keine Religion. Es ist nur eine Art zu leben, ohne Zeremonie oder Dogma. Satanismus aber hat beides, Zeremonie und Glaubenslehre. Und Dogma ist notwendig, wie später noch erläutert wird. Der Satanismus unterscheidet sich von allen anderen sogenannten Weißlicht oder magischen Gruppen und weißen Hexenzirkeln, die es heute auf der Welt gibt. Diese selbstgerechten und hochmütigen Religionen beteuern, dass ihre Mitglieder die Kräfte der Magie nur aus Nächstenliebe einsetzen. Satanisten blicken mit Verachtung auf weiß-magische Gruppen, weil sie fühlen, dass Nächstenliebe eine Versündigung gegen den festgelegten Lebensplan ist. Es ist unnatürlich, nicht das Bedürfnis zu haben, Sachen für sich selbst zu erreichen. Der Satanismus stellt eine Art kontrollierter Selbstzucht dar. Damit ist nicht gemeint, dass man nie etwas für einen anderen tut. Wenn du etwas tust, um jemanden, der dir viel bedeutet, glücklich zu machen, wird seine Freude dir ein Gefühl der Befriedigung geben. Der Satanismus befürwortet eine abgewandelte Form der goldenen Regel. Unsere Interpretation dieser Regel lautet, Tue anderen, was sie dir tun. Denn wenn du anderen tust, was du gern hättest, dass sie dir tun, und sie dich daraufhin schlecht behandeln, so ist es wieder die menschliche Natur, weiterhin rücksichtsvoll zu ihnen zu sein. Du sollst anderen tun, wie du möchtest, dass sie dir tun, aber wenn deine Höflichkeit nicht erwidert wird, sollten sie mit dem Zorn, den sie verdienen, behandelt werden. Weißmagische Gruppen sagen, wenn jemand einen Fluch aussendet, kommt dieser dreifach zu ihm zurück, nistet sich bei ihm ein oder fällt in irgendeiner Form als Bumerang auf den Absender zurück. Das ist nur ein weiterer Beweis für die schuldgeplagte Philosophie dieser neopaganistischen pseudo-christlichen Gruppen. Weiße Hexen wollen sich im Hexentum üben, können sich aber nicht von dem Stigma lösen, das an ihm haftet. Darum nennen sie sich weiße Magier und stützen 75% ihrer Philosophie auf die abgenutzten, abgedroschenen Lehren des Christentums. Jeder, der behauptet, an Magie und Okkultismus aus einem anderen Grund als dem der persönlichen Machterlangung interessiert zu sein, ist der schlimmste Heuchler. Der Satanist respektiert das Christentum wenigstens deshalb, weil es in seiner schuldbehafteten Philosophie konsequent ist, kann aber nur Verachtung empfinden für Menschen, die sich angeblich von Schuldgefühlen befreit haben, indem sie sich einem Hexenzirkel anschließen und dann dieselben philosophischen Grundlagen praktizieren wie das Christentum. Weiße Magie wird angeblich nur für gute oder uneigennützige Zwecke eingesetzt und schwarze Magie, so heißt es, nur aus selbstsüchtigen oder bösen Beweggründen. Der Satanismus kennt keine solche Trennung. Magie ist Magie, ob sie nun eingesetzt wird, um zu helfen oder zu schaden. Der Satanist als Magier sollte die Fähigkeit besitzen, zu entscheiden, was richtig ist und dann die Kräfte der Magie einsetzen, um seine Ziele zu erreichen. Während weißmagischer Zeremonien stehen die Teilnehmer inmitten eines Pentagramms, um sich vor den bösen Kräften zu schützen, die sie um Hilfe anrufen. Dem Satanisten erscheint es einigermaßen unaufrichtig, diese Kräfte zu rufen, wenn man sich gleichzeitig vor ihnen schützt. Er weiß, dass er die Kräfte der Dunkelheit nur dann wirksam und ehrlich zu seinem Vorteil einsetzen kann, wenn er sich mit ihnen verbündet. Bei einer satanischen magischen Zeremonie tanzen die Teilnehmer nicht händchenhaltend Ringelreihen im Kreis, verbrennen keine Kerzen in verschiedenen Farben für unterschiedliche Wünsche, rufen nicht die Namen von Vater, Sohn und Heiligem Geist an, während sie angeblich die schwarzen Künste praktizieren. Sie wählen sich keinen Heiligen als persönlichen Führer zur Lösung ihrer Probleme. Sie tauchen sich nicht in Duftöle in der Hoffnung, dass das Geld dann vom Himmel falle. Sie meditieren nicht, um zu einem großen geistigen Erwachen zu kommen. Sie rezitieren keine endlosen Zaubersprüche, in denen der Name Jesus der guten Ordnung halber alle paar Worte lang vorkommt und so weiter und so fort. Denn das ist nicht die Art, wie satanische Magie praktiziert wird. Wer sich nicht von heuchlerischer Selbsttäuschung befreien kann, wird niemals ein erfolgreicher Magier, geschweige denn ein Satanist werden. Die satanische Religion hat die Münze nicht nur ein bisschen angehoben, sie hat sie komplett umgedreht. Warum sollte sie also Prinzipien unterstützen, die sie komplett ablehnt und sich anders bezeichnen als mit dem Namen, der die im Gegensatz dazu stehenden Doktrinen der satanischen Philosophie am besten trifft? Der Satanismus ist keine Weißlichtreligion. Er ist eine Religion des Fleisches, des irdischen, körperlichen und all dies wird von Satan regiert, der Verkörperung des Pfades zur Linken. Unvermeidlich kommt als nächste Frage, zugegeben, man kann ihn nicht Humanismus nennen, weil Humanismus keine Religion ist, aber warum braucht man dann überhaupt eine Religion, wenn alles, was ihr macht, sowieso von Natur aus geschieht? Warum kann man es nicht einfach so tun? Der moderne Mensch hat einen langen Weg hinter sich. Er wurde von den unsinnigen Dogmen vergangener Religionen ernüchtert. Wir leben in einem Zeitalter der Aufklärung. Die Psychiatrie hat große Anstrengungen unternommen, um den Menschen über seine wirkliche Persönlichkeit aufzuklären. Wir leben in einem Zeitalter eines intellektuellen Bewusstseins, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Das ist alles schön und gut, aber es gibt einen Haken bei diesem neuen Geisteszustand. Etwas vom Verstand her zu akzeptieren ist das eine, aber es ist etwas völlig anderes, etwas auch vom Gefühl her zu akzeptieren. Ein Bedürfnis, das die Psychiatrie nicht erfüllen kann, ist das dem Menschen angeborene Bedürfnis nach Gefühlsregungen durch Dogma. Der Mensch braucht Zeremonien und Rituale, Fantasie und Bezauberung. Die Psychiatrie hat, trotz allem Positiven, das sie erreicht hat, den Menschen der Wunder und der Fantasie beraubt, die früher von der Religion bereitgehalten wurden. Der Satanismus hat die heutigen Bedürfnisse der Menschen erkannt und füllt die große graue Leere zwischen Religion und Psychiatrie. Die satanische Philosophie verbindet die Grundlagen der Psychologie mit guten ehrlichen Gefühlsregungen beziehungsweise Dogma. Sie versorgt den Menschen mit der Fantasie, die er so nötig brauchte. Es ist nichts falsch an Dogmen, vorausgesetzt, sie basieren nicht auf Ideen oder Handlungen, die völlig gegen die menschliche Natur verstoßen. Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Wird alle Schuld, die sich angesammelt hat, in Vorteile umgewandelt, so entfällt die Notwendigkeit der intellektuellen Reinigung der Psyche von solchen Zwängen. Der Satanismus ist die einzige bekannte Religion, die den Menschen so akzeptiert, wie er ist und den Grundsatz unterstützt, das Schlechte in Gutes umzuwandeln, anstatt sich zu verbiegen, um das Schlechte auszulöschen. Wenn du also deine Probleme mit dem gesunden Menschenverstand analysiert hast und berücksichtigst, was uns die Psychiatrie lehrt und du dich trotzdem nicht vom ungerechtfertigter Schuld lösen und deine Theorien in die Tat umsetzen kannst, dann solltest du lernen, deine Schuld für dich arbeiten zu lassen. Du solltest dich nach deinen natürlichen Instinkten richten und wenn du das nicht kannst, ohne dich schuldig zu fühlen, dann schwelge in deiner Schuld. Das hört sich vielleicht wie ein Widerspruch an, aber wenn du darüber nachdenkst, kann Schuld auch als Anregung für die Sinne dienen. Die Erwachsenen täten gut daran, sich von den Kindern eine Lektion erteilen zu lassen. Kinder haben oft große Freude daran, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollen. Ja, die Zeiten haben sich geändert, aber der Mensch nicht. Die Grundlagen des Satanismus haben schon immer existiert. Das einzig wirklich Neue daran ist die formelle Organisation einer Religion, die auf den grundlegenden Charaktereigenschaften der Menschen beruht. Über die Jahrhunderte hinweg wurden prachtvolle Bauten aus Stein, Beton, Mörtel und Stahl der menschlichen Abstinenz gewidmet. Es ist höchste Zeit, dass die Menschen aufhören, sich selbst zu bekämpfen und stattdessen ihre Zeit dem Bau von Tempeln der Sinnesfreude widmen. Auch wenn die Zeiten sich geändert haben und immer ändern werden, bleibt der Mensch im Grunde derselbe. 2000 Jahre lang tat der Mensch Buße für etwas, für das er sich überhaupt nicht hätte schuldig fühlen müssen. Wir haben es satt, uns die Freuden des Lebens zu versagen, die uns zustehen. Wie früher braucht auch der Mensch von heute die Freude am Hier und Jetzt, anstatt auf seine Belohnung im Himmelreich zu warten. Warum sollte man also keine Religion haben, die auf Sinnesfreude beruht? Sie steht auf jeden Fall im Einklang mit dem Wesen des Tieres. Wir sind nicht länger demütige Schwächlinge, die vor einem ungnädigen Gott zittern, dem es egal ist, ob wir leben oder sterben. Wir sind selbstbewusste, starke Menschen. Wir sind Satanisten. Die Hölle, der Teufel und wie man seine Seele verkauft Satan ist mit Sicherheit der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie die ganzen Jahre über am Leben erhalten. Die falsche Lehre von Hölle und Teufel hat es den protestantischen und katholischen Kirchen schon viel zu lange möglich gemacht, Erfolg zu haben. Wenn die frommen Eiferer des Pfades zur Rechten nicht mit dem Finger auf den Teufel zeigen könnten, hätten sie nichts, womit sie ihre Anhänger einschüchtern könnten. Satan führt euch in Versuchung. Satan ist der Prinz des Bösen. Satan ist bösartig, grausam, brutal, warnen sie. Wenn ihr der Versuchung des Teufels nachgebt, werdet ihr garantiert in alle Ewigkeit verdammt sein und in der Hölle schmoren. Die Bedeutung des Wortes Satan ist Gegner, Widerstand oder Ankläger. Das eigentliche Wort Teufel stammt vom indischen Wort Devi ab und heißt so viel wie Gott. Satan bedeutet Widerstand gegen alle Religionen, die den Menschen frustrieren und wegen seiner natürlichen Instinkte verurteilen. Ihm wurde immer nur deshalb die Rolle des Bösen zugeteilt, weil er die fleischlichen, weltlichen und profanen Aspekte des Lebens verkörpert. Satan, der Oberteufel der westlichen Welt, war anfangs ein Engel, dessen Aufgabe es war, menschliche Straftaten Gott vorzutragen. Erst im 14. Jahrhundert wurde er als eine böse Gottheit dargestellt, die halb Mensch und halb Tier war, mit boxartigen Hörnern und Hufen. Bevor das Christentum ihm den Namen Satan, Luzifer etc. gab, wurde die fleischliche Seite des Menschen von einem Gott beherrscht, der von den Griechen Dionysos oder Pan genannt wurde und als Satyr oder Faun dargestellt wurde. Pan war ursprünglich der nette Kerl und symbolisierte Fruchtbarkeit und Befruchtung. Immer wenn ein Land eine neue Regierung bekommt, werden aus den Helden der Vergangenheit die Schurken der Gegenwart. Ebenso ist es mit der Religion. Die ersten Christen glaubten, dass die Götter der Heiden Teufel waren und es war schwarze Magie, sich ihrer zu bedienen. Wundersame himmlische Ereignisse nannten sie weiße Magie, das war der einzige Unterschied zwischen den beiden. Die alten Götter starben nicht, sondern sie kamen in die Hölle und wurden zu Teufeln. Der Kobold, Gnom oder Butzemann, der benutzt wurde, um Kinder einzuschüchtern, stammt vom slawischen Burg ab, was so viel wie Gott bedeutet, ebenso wie Baga in Hindu. Viele Vergnügungen, die man vor dem Aufkommen des Christentums schätzte, wurden von der neuen Religion verdammt. Es waren nur wenige Veränderungen notwendig, um die Hörner von Pan und seine gespaltenen Hufe in einen überzeugenden Teufel zu verwandeln. Pan's Merkmale konnten geschickt gedeutet werden werden als mit sträflichen Sünden beladen und schon war die Metamorphose komplett. Der Vergleich des Teufels mit der Ziege stammt aus der christlichen Bibel, wo der heiligste Tag des Jahres, der Tag der Buße, begangen wurde, indem man zwei Ziegen ohne Makel aussuchte, von denen eine dem Herrn und die andere Azazel geopfert wurde. Die Ziege, die mit den Sünden der Menschen beladen war, wurde in die Wüste getrieben und zum Sündenbock. Das ist der Ursprung des Ziegenbocks, der immer noch in Logen eingesetzt wird, wie seinerzeit in Ägypten, wo er einmal im Jahr einem Gott geopfert wurde. Die Menschheit kennt viele Teufel mit unterschiedlichen Ursprüngen. Zur Durchführung eines satanischen Rituals gehört nicht das Herbeirufen von Dämonen. Von dieser Praxis machen nur diejenigen Gebrauch, die Angst vor den wahren Kräften haben, die sie beschwören. Von Dämonen wird angenommen, dass sie bösartige Geister sind, mit Eigenschaften, die zur Verschlechterung der Menschen oder Situationen, auf die sie treffen, beitragen. Das griechische Wort Dämon bedeutete ursprünglich Schutzgeist oder Quelle der Inspiration und um sicher zu gehen, erfanden spätere Theologen ganze Legionen solcher Vorboten der Inspiration und alle waren sie bösartig. Ein Hinweis auf die Feigheit der Magier des Pfades zu rechten, ist die Praxis einen bestimmten Dämonen, von dem vermutet wird, dass er ein Günstling des Teufels ist, anzurufen, um ihm seine Wünsche vorzutragen. Die Überlegung hierbei ist, dass ein Dämon, der nur ein Lakai des Teufels ist, leichter zu kontrollieren ist. In okkulten Überlieferungen wird gesagt, dass nur extrem gut geschützte oder völlig leichtsinnige verwegene Zauberer versuchen würden, den Teufel persönlich anzurufen. Der Satanist ruft nicht verstohlen nach diesen minderen Teufeln, sondern beschwört dreist diejenigen, die diesem höllischen Heer ständigen Skandals angehören, die Teufel selbst. Wie man sich vorstellen kann, haben die Theologen einige Namen von Teufeln in ihrer Dämonenliste katalogisiert. Die nachstehende Aufstellung dagegen enthält die wirkungsvollsten Namen für ein satanisches Ritual. Dies sind die Namen und Ursprünge der angerufenen Götter und Göttinnen, die einen großen Teil der Bewohner des königlichen Palastes der Hölle ausmachen. Die vier Kronprinzen der Hölle Satan der Norden. Leviathan Hebräisch Die Schlange aus den Tiefen das Meer der Westen. Die höllischen Namen Abaddon Hebräisch der Zerstörer Adramelech Samarianischer Teufel Apuch Teufel der Teufel Amon Ägyptischer wiederköpfiger Gott des Lebens und der Fortpflanzung Apollion Griechisches Synonym für Satan der Erzteufel Asmodeus Hebräischer Teufel der Sinnlichkeit und des Luxus ursprünglich Geschöpf der Gerechtsbarkeit Astaroth phönizische Göttin der Lastivität entspricht der babylonischen Ishtar Azazel Hebräisch lehrte die Menschen Kriegsgerät herzustellen und führte die Kosmetik ein Balberit kanaitischer Herr des Bundes der später zum Teufel gemacht wurde Balaam hebräischer Teufel des Geizes und der Gier Bapomet von den Templrittern als Symbol für Satan verirrt Bast ägyptische Göttin der Freude dargestellt als Katze Beelzebub Hebräisch Herr der Fliegen vom Symbol des Karabeus übernommen Behemoth hebräische Verkörperung Satans in Form eines Elefanten Beherit Syrischer Voodoo Voodoo Schlangengöttin Demogorgon Griechischer Name des Teufels von dem man sagt dass Sterbliche ihn nicht kennen sollen Diabolus Diabolus Griechisch abwärts fließend Fenris Sohn des Loki dargestellt als Wolf Gorgo Verkleinerungsform von Demogorgon griechischer Name des Teufels Haburim hebräisches Synonym für Satan Hekate griechische Göttin der Unterwelt und des Hexenwesens Istar babylonische Göttin der Fruchtbarkeit Kali Hindi Tochter von Shiva hohe Priesterin der Tugees Lilith hebräischer weiblicher Teufel Adams erste Frau die ihm die Spielregeln beibrachte Luki teutonischer Teufel Mammon aramäischer Gott des Wohlstands und Profits Mania etruskische Göttin der Hölle Mantus etruskischer Gott der Hölle Marduk Gott der Stadt Babylon Mastema hebräisches Synonym für Satan Melektaus Teufel der Jesidi Mephistopheles Griechisch derjenige welcher das Licht meidet Metzli aztekische Göttin der Nacht Miktian aztekischer Gott der Nacht Midgard Sohn von Loki dargestellt als Schlange Milkom ammonitischer Teufel Moloch phönizischer und kanaitischer Teufel Mormo Pan griechischer Gott der Lust später zum Teufel umgewandelt Pluto griechischer Gott der Unterwelt Proserpene Hebräisch Tun ständig das Bedürfnis hat, zu leugnen, dass auch er ein Tier ist. Denn wenn er es zugeben würde, wäre das ein schlimmer Schlag gegen sein armseliges Selbstbewusstsein. Das Schwein wurde von den Juden und Ägyptern verachtet. Es symbolisierte die Götter Frey, Osiris, Adonis, Persephone, Attis und Demeter und wurde Osiris und dem Mond geopfert. Die Phonizier verehrten einen Fliegengott, Baal, von dem der Teufel Beelzebub stammt. Baal und Beelzebub sind identisch mit dem Mistkäfer oder Skarabeus der Ägypter, der sich offenbar selbst wiedererwecken konnte, wie Phönix, der mystische Vogel, der aus seiner Asche aufstieg. Aufgrund ihrer Verbindungen zu den Persern glauben die alten Juden, dass die zwei großen Mächte der Welt, Ahura Mazda, der Gott des Feuers, des Lichtes, des Lebens und der Güte, sowie Ariman, die Schlange, der Gott der Finsternis, der Zerstörung, des Todes und des Bösen waren. Diese und zahllose andere Beispiele stellen nicht nur die Teufel des Menschen als Tiere dar, sondern zeigen auch sein Bedürfnis, die ursprünglichen Tiergötter zu opfern und zu seinen Teufeln zu degradieren. In der Zeit der Reformation, dem 16. Jahrhundert, entdeckte der Alchemist Dr. Johann Faustus eine Methode, einen Dämon, Mephistopheles, aus der Hölle zu rufen und einen Pakt mit ihm zu schließen. Er unterzeichnete mit Blut einen Vertrag, in dem er seine Seele, Mephistopheles, für das Gefühl der Jugend überschrieb und wurde daraufhin sofort wieder jung. Als für Faustus die Zeit zum Sterben kam, zog er sich in sein Zimmer zurück und zerbarst dort in Stücke, als ob sein Laboratorium explodiert sei. Diese Geschichte ist ein Protest der damaligen Zeit, 16. Jahrhundert, gegen die Wissenschaft, Chemie und Magie. Um Satanist zu werden, braucht man nicht, seine Seele dem Teufel zu verkaufen oder einen Pakt mit Satan zu schließen. Diese Drohung wurde vom Christentum erfunden, um die Menschen einzuschüchtern, damit sie sich nicht von der Herde entfernen. Mit drohendem Finger und zitternder Stimme lehrten sie ihre Anhänger, dass sie, wenn sie sich den Versuchungen Satans hingeben und ihr Leben entsprechend ihren natürlichen Neigungen leben würden, für ihre sündhaften Vergnügungen bezahlen müssten, indem sie ihre Seele an Satan verkaufen und für alle Ewigkeit in der Hölle schmoren würden. Die Menschen wurden dazu gebracht, zu glauben, dass eine reine Seele eine Fahrkarte zum ewigen Leben sei. Fromme Propheten haben den Menschen gelehrt, Satan zu fürchten. Aber was sollen Begriffe wie Gottes fürchtig? Wenn Gott so barmherzig ist, warum müssen die Menschen ihn dann fürchten? Müssen wir glauben, dass es nichts gibt, wohin wir vor der Angst entfliehen können? Wenn man Gott fürchten muss, warum dann nicht auch Satans fürchtig sein und dabei noch seinen Spaß haben, weil man sich die Gottesfürchtigkeit erspart? Ohne eine solche allgemeine Furcht hätten die frommen Eiferer nichts in der Hand, um auf ihre Anhänger Druck auszuüben. Die teutonische Göttin des Todes und Tochter des Loki hieß Hel, ein heidnischer Gott der Qual und Bestrafung. Ein weiteres El wurde hinzugefügt, als die Bücher des Alten Testaments geschrieben wurden. Die Propheten, die die Bibel schrieben, kannten das Wort Herr nicht. Sie benutzten das hebräische Wort Sheol und das griechische Hades, was so viel hieß wie Grab. Auch das griechische Tartaros, Aufenthaltsort der gefallenen Engel, die Unterwelt unter der Erde, und Gehenna, ein Tal in der Nähe von Jerusalem, wo Moloch herrschte und Abfall ausgekippt und verbrannt wurde. Von daher kommt die Idee der christlichen Kirche von Feuer und Schwefel in der Hölle. Die protestantische und die katholische Hölle sind Plätze der ewigen Bestrafung. Allerdings glauben die Katholiken auch, dass es ein Fegefeuer gibt, in dem alle Seelen eine Zeit lang schmoren müssen und eine Art Zwischenhölle, wo die ungetauften Seelen hinkommen. Die buddhistische Hölle ist in acht Abschnitte unterteilt, wobei die ersten sieben zum Büßen da sind. Die kirchliche Beschreibung der Hölle ist die eines grässlichen Ortes des Feuers und der Qual. In Dantes Inferno und den nördlichen Klimazonen dachte man, die Hölle sei eine eiskalte Gegend, ein riesiger Kühlschrank. Trotz all ihren Drohungen mit ewiger Verdammnis und Seelenrösten sind die christlichen Missionare auf Menschen gestoßen, die ihr Geschwätz nicht so leicht schluckten. Lust und Leid sind genau wie die Schönheit eine Ansichtssache. Als sich die Missionare nach Alaska wagten und die Eskimos vor den Schrecken der Hölle und dem Flammenmeer, das auf Missetäter wartete, warnten, fragten diese begierig, wie können wir dort hinkommen? Die meisten Satanisten sehen Satan nicht als anthropomorphes Wesen mit gespaltenen Hufen, Schwanz mit Widerhaken und Hörnern. Er repräsentiert lediglich eine Naturkraft, die Kräfte der Finsternis, die nur deshalb so heißen, weil keine Religion diese Kräfte jemals aus der Dunkelheit hervorgeholt hat. Auch die Wissenschaft hat keine technische Terminologie für diese Kraft gefunden. Es ist ein noch nicht angezapftes Reservoir, von dem nur wenige Menschen Gebrauch machen können, weil es den meisten an der Fähigkeit mangelt, ein Werkzeug zu benutzen, ohne vorher die zum Funktionieren notwendigen Teile zerlegt und beschriftet zu haben. Das unaufhörliche Bedürfnis zu analysieren, macht es den meisten Menschen unmöglich, diesen facettenreichen Schlüssel zum Unbekannten, den der Satanist Satan nennt, zu nutzen. Satan, als Gott, Halbgott, persönlicher Heiland oder wie auch immer man ihn nennen will, wurde von den Gründern aller Religionen der Welt nur zu einem Zweck erfunden, um über die sogenannten bösen Handlungen und Situationen der Menschen hier auf Erden zu wachen. Daraus folgte, dass alles, was zu körperlicher oder geistiger Befriedigung führt, als böse bezeichnet wurde und somit wurde jedem ein Leben in ungerechtfertigter Schuld garantiert. Wenn man uns also böse nennt, dann sind wir eben böse. Was soll's? Das satanische Zeitalter ist mit uns. Warum nicht Vorteile daraus ziehen und leben? Live. Evil. Liebe und Hass. Satanismus bedeutet Freundlichkeit gegenüber denen, die sie verdienen, anstatt Liebe an Undankbare zu verschwenden. Man kann nicht jeden lieben. Es ist lächerlich, das zu denken. Wenn man alles und jeden liebt, verliert man seine natürliche Kritikfähigkeit und hat nur noch eine geringe Urteilskraft, um über Charakter und Qualität zu urteilen. Was zu locker betrachtet wird, verliert seinen eigentlichen Sinn. Deshalb glaubt der Satanist, dass man diejenigen aufrichtig und vollkommen lieben soll, die diese Liebe verdienen und dass man dem Feind niemals die andere Wange hinhalten soll. Die Liebe ist eines der intensivsten Gefühle, das der Mensch empfinden kann. Ein anderes ist der Hass. Es ist völlig unnatürlich, sich zu zwingen, vorbehaltlose Liebe zu empfinden. Wer versucht, jeden zu lieben, verringert nur seine Gefühle denjenigen gegenüber, die diese Liebe verdienen. Unterdrückter Hass kann zu vielen psychischen und emotionalen Leiden führen. Wer lernt, seine Wut gegenüber denjenigen freizusetzen, die sie verdienen, reinigt sich von schädlichen Emotionen und muss den angestauten Hass nicht an seinen Liebsten auslassen. In der Weltgeschichte hat es noch nie eine große Liebe gegeben, die nicht unzählige Morde nach sich zog, vermutlich als Liebesbeweis. Alle Heuchler, die je auf dieser Welt wandelten, hatten sich ihre Taschen immer mit Liebe vollgestopft. Alle scheinheiligen Frommen behaupten, ihre Feinde zu lieben und wenn ihnen Unrecht widerfährt, trösten sie sich damit, dass Gott sie schon bestrafen wird. Anstatt sich einzugestehen, dass sie fähig sind, ihre Feinde zu hassen und so zu behandeln, wie sie es verdient haben, sagen sie, um der Gnade Gottes Willen gehe ich und bete für sie. Warum sollten wir uns derart demütigen und erniedrigen, indem wir solche falschen Schlüsse ziehen? Der Satanismus wurde immer als Synonym gesehen für Grausamkeit und Brutalität. Das ist nur deshalb so, weil die Menschen Angst vor der Wahrheit haben und die Wahrheit ist, dass nicht alle Menschen gutartig und liebevoll sind. Nur weil der Satanist zugibt, dass er fähig ist, zu lieben und zu hassen, wird er als Menschenhasser angesehen. Im Gegenteil, gerade weil er fähig ist, seinen Hass durch ritualisierte Ausdrucksformen freizusetzen, ist er weitaus fähiger zur Liebe, der tiefsten Art der Liebe. Indem er den Hass und die Liebe, die er empfindet, erkennt und akzeptiert, besteht keine Gefahr der Verwechslung. Wer eines dieser beiden Gefühle noch nie erlebt hat, kann auch das andere nicht vollkommen erleben. Satanischer Sex Die satanische Sichtweise von freier Liebe hat viele Streitfragen ausgelöst. Es wird oft angenommen, dass sexuelle Handlungen der wichtigste Bestandteil der satanischen Religion sind und dass die Bereitschaft, bei Sexorgien mitzumachen, eine Voraussetzung ist, um Satanist zu werden. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Im Gegenteil, Opportunisten, die kein weiteres Interesse am Satanismus haben, als die sexuellen Aspekte, werden nachdrücklich abgelehnt. Der Satanismus befürwortet sexuelle Freiheit, aber nur im eigentlichen Wortsinn. Mit freier Liebe ist in der satanischen Vorstellungswelt genau das gemeint. Die Freiheit, entweder einem Menschen treu zu sein oder seine sexuellen Bedürfnisse mit so vielen anderen auszuleben, wie man es für seine speziellen Ansprüche für nötig hält. Der Satanismus fordert nicht diejenigen zu orgiastischen Handlungen oder außerehelichen Affären auf, die es nicht von sich aus wollen. Für viele wäre es äußerst unnatürlich und schädlich, ihrem auserwählten Lebensgefährten untreu zu sein. Für andere wäre es frustrierend, sexuell an einen Menschen gebunden zu sein. Jeder muss für sich selbst entscheiden, welche Form des Sexualverhaltens am ehesten seinen individuellen Wünschen entspricht. Sich unter Selbstverleugnung dazu zu zwingen, außerehelichen oder vorehelichen Verkehr zu haben, nur um anderen oder schlimmer noch sich selbst zu beweisen, dass man frei von sexuellen Schuldkomplexen ist, ist nach satanischen Maßstäben genauso schlimm wie das Unterdrücken sexueller Bedürfnisse aufgrund tiefsitzender Schuldgefühle. Viele, die sich ständig abmühen, ihre Befreiung von sexuellen Schuldgefühlen zu beweisen, sind in Wirklichkeit davon abhängiger als diejenigen, die sexuelle Handlungen einfach als einen natürlichen Teil des Lebens akzeptieren und kein großes Tamtam um ihre sexuelle Freiheit machen. Zum Beispiel ist erwiesen, dass die Nymphomanin, der Traum eines jeden Mannes und Heldin vieler aufreizender Erzählungen überhaupt nicht sexuell frei ist, sondern frigide und von Mann zu Mann wandert, weil sie zu verklemmt ist, um jemals völlige sexuelle Erfüllung zu finden. Ein anderes Missverständnis ist die Vorstellung, dass die Beteiligung am Gruppensex ein Anzeichen für sexuelle Freiheit ist. Alle heutigen Gruppen für freien Sex haben etwas gemeinsam, die Ablehnung von fetischistischen oder abweichenden Betätigungen. Diese Beispiele für gekünstelte, nicht fetischistische sexuelle Betätigung, die angeblich Freiheit bedeutet, haben alle den gleichen Ablauf. Jeder Teilnehmer einer Orgie zieht seine Kleider aus, wie es von jemandem vorgemacht wird und treibt mechanisch Sex, genau dem Beispiel des Anführers folgend. Keinem der Teilnehmer kommt es in den Sinn, dass ihre emanzipierte Form des Geschlechtsverkehrs von Außenstehenden die Gleichmacherei nicht als Freiheit betrachten, als reglementiert und kindisch angesehen werden könnte. Der Satanist weiß, dass er als Kenner und Genießer der Materie und wirklich frei von sexuellen Schuldgefühlen weder von den sogenannten Sexrevolutionären noch von der Prüderie seiner Schuldgeplagten Gesellschaft unterdrückt werden kann. Diese Clubs für Gruppensex missverstehen vollkommen den Sinn sexueller Freiheit. Wenn keine individuellen sexuellen Handlungen stattfinden dürfen, einschließlich persönlicher Fetische, dann gibt es überhaupt keinen Grund, sich einem solchen Club anzuschließen. Der Satanismus akzeptiert jede Art sexueller Betätigung zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse, sei sie heterosexuell, homosexuell, bisexuell oder sogar asexuell. Er befürwortet auch jeden Fetisch und jede Abweichung, die der Bereicherung des Geschlechtsverkehrs dient, solange niemand beteiligt ist, der nicht mitmachen möchte. Der sexuell Unerfahrene wäre erstaunt, wenn er wüsste, wie weit Abweichungen und Fetischismus in unserer Gesellschaft verbreitet sind. Es gibt mehr Varianten, als das unaufgeklärte Individuum sich vorstellen kann. Transvestitentum, Sadismus, Masochismus, Natursektpraktiken, Exhibitionismus, um nur einige der gängigsten zu nennen. Alle Menschen haben ihren persönlichen Fetisch, aber weil sie nicht wissen, wie verbreitet fetischistische Aktivitäten in der Gesellschaft sind, fühlen sie sich verdorben, wenn sie ihre unnatürlichen Sehnsüchte preisgeben. Sogar der Asexuelle weicht von der Norm ab durch seine Asexualität. Es ist viel unnatürlicher, kein sexuelles Verlangen zu haben, es sei denn, Krankheit, Alter oder sonst ein stichhaltiger Grund haben das Nachlassen bewirkt, als häufig wechselnde Partnerschaften. Ob der Satanist seine Sexualität unterdrückt oder offen auslebt, ist jedoch allein seine Sache. In vielen Fällen von Unterdrückung des Geschlechtstriebes oder Asexualität hätte der Versuch, sich sexuell zu emanzipieren, verheerende Folgen. Die Asexuellen werden immer von ihrem Beruf oder ihren Hobbys aufgesaugt. Die ganze Energie und Antriebskraft, die normalerweise in sexuelle Aktivitäten investiert wird, wird in andere Arten von Beschäftigung und Zeitvertreib gesteckt. Wenn jemand andere Interessen den sexuellen Handlungen vorzieht, ist das sein Recht und niemand darf ihn deshalb verurteilen. Nur sollte er wenigstens verstehen, dass es eine Ersatzhandlung ist. Weil keine Möglichkeit besteht, über geheime sexuelle Wünsche zu sprechen, bleiben sie oft im Stadium der Fantasie stecken. Die fehlende Erfüllung führt zu seelischer Belastung und deshalb denken sich viele Menschen heimliche Methoden aus, um ihren Wünschen Luft zu machen. Nur weil die meisten fetischistischen Aktivitäten nicht offen gezeigt werden, sollte der sexuell Unbedarfte sich nicht dazu verleiten lassen, daraus zu schließen, dass sie nicht existieren. Ein paar Beispiele dieser raffinierten Techniken. Der männliche Transvestit trägt Frauen Unterwäsche, um sich seinem Fetisch hinzugeben, während er seinen täglichen Beschäftigungen nachgeht. Die masochistische Frau trägt zum Beispiel einen mehrere Größen zu kleinen Strumpfhalter aus Gummi und hat so den ganzen Tag ihre Lust durch diese fetischistische Unbequemlichkeit, ohne dass es jemand erfährt. Diese Beispiele sind viel harmloser und weiter verbreitet als andere, die man noch hätte aufzählen können. Der Satanismus unterstützt jede Form des Sexualverhaltens, die einem gefällt, solange niemand anderes dadurch verletzt wird. Diese Feststellung muss getroffen werden, um Missverständnissen vorzubeugen. Niemand anderes zu verletzen bedeutet nicht, dass sich diejenigen nicht unabsichtlich verletzt fühlen, die in Sachen Sex nicht mit ihr übereinstimmen, da sie um die Moral fürchten. Natürlich sollte man es vermeiden, diejenigen zu beleidigen, die einem viel bedeuten, wie zum Beispiel prüde Freunde oder Verwandte. Wenn du dich jedoch aufrichtig darum bemüht hast, sie nicht zu verletzen und sie es trotzdem zufällig herausfinden, dann kannst du dafür nicht verantwortlich gemacht werden und solltest dich weder wegen deiner sexuellen Überzeugung noch, weil du sie damit verletzt hast, schuldig fühlen. Wer dauernd in Angst lebt, die Prüden mit seiner Einstellung zu verletzen, schafft es nicht, sich von sexuellen Schuldgefühlen zu befreien. Allerdings ist auch niemandem damit gedient, wenn man mit seinen Neigungen hausieren geht. Die andere Ausnahme von der Regel ist der Umgang mit Masochisten. Einem Masochisten bereitet es Lust, wenn ihm Schmerz zugefügt wird. Verweigert man also dem Masochisten seine Freude am Schmerz, so verletzt man ihn damit, wie man einen Nicht-Masochisten durch Schmerz verletzt. Das veranschaulicht die Geschichte vom wahrhaft grausamen Sadisten. Der Masochist sagt zum Sadisten schlage mich und der unbarmherzige Sadist antwortet nein. Wenn jemand verletzt werden will und es genießt zu leiden, dann gibt es keinen Grund, diesem Wunsch nicht nicht nach nach kommen. Das Wort Sadist bedeutet üblicherweise, dass jemand Lust aus irgendeiner beliebigen Brutalität zieht. Ein wahrer Sadist ist dagegen wählerisch. Er wählt sorgfältig aus dem großen Reservoir geeigneter Opfer aus und erfüllt mit großer Lust denjenigen ihre Wünsche, die durch Schmerzen aufleben. Der kontrollierte Sadist wählt genießerisch diejenigen aus, die seine Anstrengungen wirklich verdienen. Wer offen zugibt, dass er ein Masochist ist und es genießt, versklavt und verprügelt zu werden, der wird vom wirklichen Sadisten gern bedient. Abgesehen von den vorgenannten Ausnahmen würde ein Satanist niemals absichtlich andere und ihre sexuellen Rechte verletzen. Wer versucht, seine Wünsche jemandem aufzuzwingen, der diese Annäherungsversuche nicht schätzt, verletzt dessen sexuelle Freiheit. Deshalb befürwortet der Satanismus keinesfalls Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, sexuellen Missbrauch von Tieren oder jegliche andere sexuellen Handlungen an Personen, die dies nicht wollen oder die durch ihre Unwissenheit oder Naivität so weit eingeschüchtert oder fehlgeleitet sind, dass sie gegen ihren Willen handeln. Sind alle Beteiligten erwachsen und haben die notwendige Reife, die volle Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen und freiwillig an einer bestimmten Variante der sexuellen Ausdrucksmöglichkeiten teilzunehmen, auch auch wenn ein Tabu gebrochen wird, dann gibt es keinen Grund, diese Neigungen zu unterdrücken. Wenn man sich über alle Auswirkungen, Vor- und Nachteile im Klaren ist und feststeht, dass niemand verletzt wird, der es nicht wünscht oder es nicht verdient hat, dann besteht kein Grund, seinen sexuellen Vorlieben nicht nachzugeben. So wie es keine zwei Menschen gibt, die genau das gleiche oder genau die gleiche Menge essen, so unterscheidet sich auch der sexuelle Geschmack und Appetit von Mensch zu Mensch. Kein Mensch und keine Gesellschaft hat das Recht, den Ansprüchen oder der Häufigkeit sexueller Handlungen anderer Grenzen zu setzen. Das richtige Sexualverhalten kann nur unter der Berücksichtigung der jeweiligen Situation beurteilt werden. Was der eine für in Ordnung und moralisch hält, mag den anderen frustrieren. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall. Jemand verfügt über große sexuelle Fähigkeiten und belächelt unfairerweise andere, deren Kräfte seinen nicht gleichen. Es ist rücksichtslos von ihm, sich jemand anderem aufzudrängen, zum Beispiel, wenn der Mann einen großen sexuellen Appetit hat und die Bedürfnisse seiner Frau dem nicht entsprechen. Es ist unfair von ihm zu erwarten, dass sie begeistert auf seine Annäherungsversuche reagiert, aber sie muss ebenfalls eine gewisse Rücksichtnahme zeigen. Wenn sie keine große Lust verspürt, sollte sie ihm entweder passiv, aber freundlich entgegenkommen oder aber nicht klagen, wenn er seine Bedürfnisse anderweitig befriedigt, das schließt auch Selbstbefriedigung mit ein. Die ideale Beziehung ist eine, in der die Menschen sich innig lieben und sexuell zusammenpassen. Allerdings sind perfekte Beziehungen relativ selten. Es muss hierbei erwähnt werden, dass geistige und körperliche Liebe Hand in Hand gehen können, aber dies nicht immer tun. Ist eine gewisse sexuelle Anpassungsfähigkeit vorhanden, so ist diese oft begrenzt und es lassen sich zwar einige, aber nicht alle Wünsche erfüllen. Es gibt keine größere Lust als die Vereinigung mit jemandem, den man sehr liebt, vorausgesetzt, man passt sexuell zusammen. Es muss allerdings betont werden, dass ein Mangel an sexueller Ergänzung nicht auch fehlende geistige Liebe bedeuten muss. Eines kann ohne das andere existieren und tut dies oft auch. In vielen Fällen sucht ein Teil des Paares außerhalb Zuflucht für seine sexuellen Handlungen, gerade weil er seinen Partner liebt und der geliebten Person nicht wehtun oder Zwang antun möchte. Tiefe geistige Liebe wird durch körperliche Liebe bereichert und ist sicherlich ein notwendiger Bestandteil für jede befriedigende Beziehung. Aber bei unterschiedlichen Vorlieben sind aushäusige sexuelle Aktivitäten oder Selbstbefriedigung manchmal eine notwendige Ergänzung. Selbstbefriedigung wird von vielen Menschen als Tabu angesehen und schafft ein Schuldproblem, mit dem sie nicht leicht fertig werden. Dieses Thema muss ausgiebig behandelt werden, da Masturbation ein sehr wichtiger Bestandteil magischer Arbeit ist. Seit die jüdisch-christliche Bibel die Sünde von Onan beschrieb, Genesis Kapitel 38 Vers 7 bis 10, hat der Mensch sich mit der Schwere und den Konsequenzen dieses einsamen Lasters beschäftigt. Obwohl die modernen Sexualforscher erläutert haben, dass die Sünde von Onan einfach ein Coitus Interruptus ist, wurde viel Schaden angerichtet durch die jahrhundertelange falsche theologische Auslegung. Abgesehen von Sexualverbrechen ist die Selbstbefriedigung eine der am wenigsten tolerierten sexuellen Handlungen. Während des letzten Jahrhunderts wurden unzählige Texte geschrieben, die die entsetzlichen Folgen der Selbstbefriedigung ausmalen. Praktisch jede körperliche oder geistige Krankheit wurde dem Übel der Masturbation zugeschrieben. Blasse Gesichtsfarbe, Kurzatmigkeit, hinterlistiges Aussehen, eingefallene Wangen, Nervosität, Pickel und Appetitlosigkeit sind nur einige von vielen Merkmalen, von denen angenommen wurde, dass sie von der Selbstbefriedigung kämen. Ein völliger körperlicher und geistiger Verfall wurde denjenigen prophezeit, die nicht auf die Warnungen in den Handbüchern für junge Männer hörten. Man könnte sich fast über die krassen Beschreibungen in solchen Texten amüsieren. Wäre da nicht die traurige Tatsache, dass, obwohl zeitgenössische Sexualforscher, Ärzte, Autoren und so weiter viel getan haben, um das Stigma der Selbstbefriedigung auszuräumen, die tief sitzenden Schuldgefühle, die durch den Unsinn in diesen Sexfibeln verursacht wurden, nur teilweise behoben werden konnten. Ein großer Teil der Menschen, speziell diejenigen über 40, können es vom Gefühl her nicht akzeptieren, dass Selbstbefriedigung natürlich und gesund ist, selbst wenn sie es vom Verstand her einsehen. Und sie übertragen ihre Abneigung oft unbewusst auf ihre Kinder. Man glaubte, dass jemand geisteskrank würde, der sich trotz zahlreicher Ermahnungen weiter selbst befriedigt. Dieser absurde Mythos entstand durch Berichte über die weitverbreitete Selbstbefriedigung von Insassen psychiatrischer veranstalten. Da fast alle unheilbar Geisteskranken masturbieren, wurde angenommen, dass sie dadurch verrückt geworden waren. Niemand dachte darüber nach, dass das Fehlen eines Geschlechtspartners und die Hemmungslosigkeit, die typisch für schwere Geisteskrankheiten ist, die wirklichen Gründe für die Selbstbefriedigung der Kranken sind. Vielen Menschen ist es lieber, dass ihr Partner sich anderweitig sexuelle Befriedigung sucht, anstatt sich selbst zu befriedigen, da sie sich schuldig fühlen und die Verachtung ihres Partners fürchten, den sie zur Selbstbefriedigung getrieben haben. In vielen Fällen wird auch der Gedanke als erregend empfunden, dass der Partner mit jemand anderem Geschlechtsverkehr hat, auch wenn dies selten zugegeben wird. Wer durch den Gedanken stimuliert wird, dass sein Partner sich anderweitig sexuell betätigt, sollte dies offen ansprechen, sodass dadurch beide profitieren können. Wenn die Selbstbefriedigung allerdings nur deshalb nicht erlaubt wird, weil einer von beiden Schuldgefühle hat, sollte alles versucht werden, diese Schuldgefühle auszuräumen oder sie für sich zu nutzen. Viele Beziehungen hätten gerettet werden können, wenn die Beteiligten kein schlechtes Gewissen bei der Selbstbefriedigung, die einfach natürlich ist, gehabt hätten. Selbstbefriedigung wird als böse betrachtet, weil es Lust bereitet, sich mit der eigenen Hand an einer verbotenen Zone des Körpers zu streicheln. Die Schuldgefühle, die meistens den Geschlechtsakt begleiten, werden durch die aus religiöser Sicht akzeptable Begründung gemildert, dass die sinnlichen Genüsse notwendig sind, um Nachkommen zu zeugen, selbst wenn man gleichzeitig sorgfältig auf die sicheren Tage im Kalender achtet. Beim Masturbieren kann man sich dagegen mit dieser Begründung nicht selbst beschwichtigen. Ganz gleich, was man dir über die unbefleckte Empfängnis erzählt hat, selbst wenn blindes Vertrauen dich dazu verleitet, diese Absurdität zu schlucken, du weißt genau, wenn du ein Kind zeugen willst, muss ein körperlicher Kontakt mit einer Person des anderen Geschlechts erfolgen. Wer sich schon schuldig fühlt, diese Erbsünde zu begehen, fühlt sich bestimmt noch schuldiger, wenn er diesen Geschlechtsakt nur zu seinem eigenen Vergnügen vollzieht und nicht in der Absicht, Kinder zu zeugen. Der Satanist weiß genau, warum die frommen Eiferer die Selbstbefriedigung als Sünde bezeichnen. Wie bei allen anderen natürlichen Handlungen tun die Menschen es einfach, egal, wie streng sie dafür getadelt werden. Schuldgefühle zu verursachen, ist eine wichtige Facette ihres heimtückischen Plans, die Menschen zu zwingen, für ihre Sünden zu büßen, indem sie Geld für den Unterhalt der Tempel der Abstinenz spenden. Auch wenn er sich nicht mehr mit der Last religiös begründeter Schuld herumplagt oder denkt, dass er es nicht mehr tut, der moderne Mensch hat trotzdem immer noch Schamgefühle, wenn er seinem Verlangen nach Selbstbefriedigung nachgibt. Oft fühlt ein Mann sich seiner Männlichkeit beraubt, wenn er sich selbst befriedigt, anstatt sich am Wettkampf der Jagd auf Frauen zu beteiligen. Eine Frau befriedigt sich vielleicht selbst, sehnt sich aber gleichzeitig nach der Steigerung ihres Selbstvertrauens, wie sie beim Spiel der Verführung eintritt. Der Möchtegern Casanova wie auch der falsche Vamp findet es unangemessen, sich auf Selbstbefriedigung zu beschränken. Beide würden sogar einen weniger passenden Partner vorziehen. Satanisch gesehen ist es dagegen viel besser, sich einer perfekten Fantasievorstellung hinzugeben, als sich auf ein unergiebiges Erlebnis mit einem anderen Menschen einzulassen. Bei der Selbstbefriedigung hat man die ganze Situation unter Kontrolle. Hier ist ein weiterer Beleg für die unstrittige Tatsache, dass Selbstbefriedigung eine völlig normale und gesunde Handlung ist. Alle Mitglieder des Königreichs der Tiere tun es. Auch Menschenkinder folgen ihrem instinktiven Bedürfnis nach Selbstbefriedigung, wenn sie nicht von ihren empörten Eltern dafür ausgeschimpft werden, wie diese zweifellos auch von ihren Eltern dafür ausgeschimpft wurden, ebenso wie die Generationen davor. Es ist traurig, aber wahr, dass die sexuellen Schuldgefühle der Eltern unverändert auf ihre Kinder übertragen werden. Um unsere Kinder vor dem unglückseligen sexuellen Schicksal unserer Eltern, Großeltern und vielleicht sogar vor uns selbst zu schützen, muss die pervertierte Moralvorstellung der Vergangenheit als das entlarvt werden, was sie ist. eine pragmatische Ansammlung von Vorschriften, die uns zerstören werden, wenn wir sie strikt befolgen. Wenn wir uns von den lächerlichen sexuellen Maßstäben der heutigen Gesellschaft nicht befreien, einschließlich der sogenannten sexuellen Revolution, werden die Neurosen, die durch diese einengenden Regeln hervorgerufen werden, fortbestehen. Die Befolgung der vernünftigen und humanistischen neuen Moralvorstellungen des Satanismus kann und wird eine Gesellschaft erschaffen, in der unsere Kinder gesund und ohne die verheerenden moralischen Altlasten unserer kranken Gesellschaft aufwachsen können. Nicht alle Vampire saugen Blut. Satanismus bedeutet Verantwortung gegenüber den Verantwortungsvollen, anstatt Sorge um psychische Vampire. Viele Menschen auf dieser Erde pflegen die Kunst, anderen grundlos das Gefühl zu geben, sie seien für sie verantwortlich oder ständen in ihrer Schuld. Der Satanismus kennt das wahre Gesicht dieser Blutsauger. Psychische Vampire sind Individuen, die anderen ihre Lebenskraft trauben. Diese Menschen sind in allen Bereichen der Gesellschaft zu finden. Sie erfüllen keinen nützlichen Zweck in unserem Leben und werden weder von uns geliebt, noch sind sie wahre Freunde. Und trotzdem fühlten wir uns bisher für diese psychischen Vampire verantwortlich, ohne zu wissen, warum. Wenn du glaubst, das Opfer eines solchen Zeitgenossen geworden zu sein, kannst du dies mit ein paar einfachen Regeln herausfinden. Gibt es jemanden, den du oft anrufst oder besuchst, obwohl du es eigentlich gar nicht willst, es aber trotzdem tust, weil du dich sonst schuldig fühlst? Oder ertappst du dich dabei, wie du ständig jemandem einen Gefallen tust, der dich gar nicht offen darum bittet, sondern es nur andeutet? Diese psychischen Vampire wenden oft die umgekehrte Taktik an, indem sie sagen, oh, ich kann dich wirklich nicht bitten, das für mich zu tun, und du wirst folglich darauf bestehen, es zu tun. Diese psychischen Vampire würden dich niemals um etwas bitten, das wäre viel zu offensichtlich. Sie lassen ihre Wünsche einfach dezent durchblicken und werden somit nicht als Nervensägen empfunden. Es würde ihnen niemals in den Sinn kommen, jemandem zur Last zu fallen, und sie sind immer bereit, ihr Los zu akzeptieren, nach außen hin. Ihre Sünden bestehen nicht darin, etwas zu begehen, sondern etwas zu unterlassen. Es ist nicht das, was sie sagen, sondern das, was sie nicht sagen, das dir das Gefühl gibt, du seist ihnen etwas schuldig. Sie sind viel zu gerissen, um dich offen, um etwas zu bitten, weil sie wissen, dass du dich darüber ärgern würdest und einen konkreten und berechtigten Grund hättest, sie abzuweisen. Viele dieser Leute haben besondere Merkmale, die ihre Abhängigkeit von dir noch einleuchtender und zwingender machen. Viele psychische Vampire sind gebrechlich oder behaupten es zu sein, oder sie sind geistig oder emotional gestört. Andere heucheln Unwissenheit oder Unfähigkeit, damit du aus Mitleid oder öfter noch aus lauter Verzweiflung die Sachen selber erledigst. Der traditionelle Weg, Dämonen oder Elementalwesen zu bannen, ist, sie als das zu erkennen, was sie sind, und auszutreiben. Diese modernen Dämonen und ihre Methoden zu erkennen, ist das einzige Mittel gegen ihren verheerenden Einfluss. Die meisten Menschen nehmen das heuchlerische Wesen dieser auf passive Weise bösartigen Individuen nur deshalb für bare Münze, weil sie nie auf ihre heimtückischen Schachzüge aufmerksam gemacht wurden. Sie glauben einfach, dass diese armen Seelen weniger Glück gehabt haben als sie selbst und haben daher das Gefühl, ihnen helfen zu müssen, wo sie nur können. Es ist dieses fehlgeleitete Verantwortungsgefühl oder das grundlose Gefühl von Schuld, das die Nächstenliebe steigert, von der diese Parasiten profitieren. Der psychische Vampir kann nur deshalb existieren, weil er sich geschickt gewissenhafte, verantwortungsvolle Leute als Opfer aussucht, Leute, die ihre moralischen Verpflichtungen sehr ernst nehmen. Manchmal werden wir anstatt von Einzelpersonen auch von einer Gruppe von Menschen vampirisiert. Jede Organisation, die Spenden sammelt, sei es eine wohltätige Stiftung, ein Gemeinderat, ein religiöser oder bruderschaftlicher Verein, sucht sich sorgfältig einen Menschen als Vorsitzenden oder Geschäftsführer aus, der dazu geeignet ist, anderen das Gefühl der Schuld zu geben. Die Aufgabe dieses Vorsitzenden ist es, uns so einzuschüchtern, dass wir zuerst unsere Herzen und dann unsere Brieftaschen diesem guten Menschen öffnen, wobei nie erwähnt wird, dass sie ihre Zeit oftmals nicht kostenlos opfern, sondern einen fetten Lohn für ihre noblen Taten erhalten. Sie sind Meister im Spiel mit dem Mitleid und der Hilfsbereitschaft verantwortungsvoller Menschen. Wie oft sehen wir kleine Kinder, die von diesen selbstgerechten, üblen Kerlen vorgeschickt werden, um dem Gutwilligen mühelos seine Spende zu entlocken? Wer kann schon dem unschuldigen Charme eines Kindes widerstehen? Es gibt zwar Menschen, die nur glücklich sind, wenn sie geben können, aber viele sind es nicht, die zu dieser Kategorie gehören. Leider wird oft von uns verlangt, Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass man sie nicht von uns verlangen sollte. Für einen pflichtbewussten Menschen ist es schwierig, zwischen freiwilliger und aufgedrängter Wohltätigkeit zu unterscheiden. Er will tun, was richtig und gerecht ist und findet es verwirrend, sich entscheiden zu müssen, wem er helfen soll und in welchem Umfang Hilfe berechtigterweise von ihm erwartet werden darf. Jeder muss für sich selbst entscheiden, welche Verpflichtungen er gegenüber seinen Freunden, seiner Familie und der Gesellschaft hat. Bevor man seine Zeit und sein Geld denjenigen opfert, die nicht zur Familie und zum engeren Freundeskreis gehören, muss man entscheiden, was man abgeben kann, ohne seine Nächsten zu benachteiligen. Hierzu gehört auch, bei denen, die einem viel bedeuten, an sich selbst zu denken. Man muss sorgfältig die Berechtigung der Bitte und die Persönlichkeit oder Motivation des Bittenden prüfen. Es ist extrem schwierig, Nein sagen zu lernen, wenn man sein ganzes Leben lang Ja gesagt hat. Aber wer nicht ständig ausgenutzt werden will, muss lernen, unter bestimmten Umständen Nein zu sagen. Wer zulässt, dass psychische Vampire sich allmählich in seinem Alltagsleben einnisten, hat bald kein Privatleben mehr und das ständige Verantwortungsgefühl wird seine Energien erschöpfen. Ein psychischer Vampir sucht sich zum Aussaugen immer jemanden aus, der relativ zufrieden mit seinem Leben ist, jemanden, der glücklich verheiratet ist, zufrieden mit seiner Arbeit und im Großen und Ganzen gut mit der Welt, in der er lebt, zurechtkommt. Die Tatsache, dass sich der psychische Vampir glückliche Menschen als Opfer aussucht, zeigt, dass ihm dies alles fehlt. Und er wird tun, was er kann, um Ärger und Missklang zwischen seinem Opfer und den Menschen, die es gern hat, zu schüren. Deshalb sei er vorsichtig bei jedem, der keine richtigen Freunde und kein wirkliches Interesse am Leben außer an dir hat. Er wird dir wahrscheinlich sagen, dass er sehr wählerisch bei der Auswahl seiner Freunde ist oder dass er nicht leicht Freundschaften schließt, da er besonders hohe Anforderungen an seine Gefährten stellt. Um Freunde zu gewinnen und zu behalten, muss man gewillt sein, einen Teil von sich selbst zu geben. Aber dazu ist der psychische Vampir nicht fähig. Und er wird eilig hinzufügen, dass du jede seiner Anforderungen erfüllst und dass du eine wahrhaft große Ausnahme unter den Menschen bist. Du bist einer der wenigen, die seiner Freundschaft würdig sind. Um nicht verzweifelte Liebe, die auch sehr selbstsüchtig ist, mit psychischem Vampirismus zu verwechseln, muss man den großen Unterschied zwischen beiden klarstellen. Der einzige Weg, festzustellen, ob man vampirisiert wird, ist zu vergleichen, was man von einem Menschen erhält und was man dafür gibt. Manchmal sind einem die Verpflichtungen lästig, die die Angehörigen, ein naher Freund oder gar der Arbeitgeber einem auferlegen. Aber bevor man diese Menschen als psychische Vampire abstempelt, muss man sich fragen, was bekomme ich dafür als Gegenleistung? Wenn deine Frau oder Geliebte darauf besteht, dass du sie oft anrufst, du aber auch von ihr verlangst, dass sie dir über die Zeit, die ihr nicht zusammen verbringt, Rechenschaft ablegt, musst du einsehen, dass das eine Situation des Gebens und des Nehmens ist. Auch wenn ein Freund häufig zu unpassender Zeit anruft und um Hilfe bittet, von dem du aber auch manchmal dringend Hilfe benötigst, so ist das ein fairer Tausch. Wenn dich dein Arbeitgeber fragt, ob du ein wenig mehr tun könntest, als normalerweise in deinem Arbeitsbereich von dir verlangt wird, aber andererseits darüber hinwegschaut, dass du gelegentlich zu spät kommst oder dir bei Bedarf freigibt, dann hast du sicher keinen Grund zu klagen und dich von ihm ausgenutzt zu fühlen. Es ist jedoch Vampirismus, wenn du unaufhörlich zu etwas aufgefordert wirst oder ständig jemand etwas von dir erwartet, der immer gerade dann andere dringende Verpflichtungen hat, wenn du ihn um einen Gefallen bittest. Viele psychische Vampire schenken dir materielle Dinge, damit du das Gefühl hast, ihnen eine Gegenleistung zu schulden und dich so an sie zu binden. Der Unterschied zwischen deinem und ihrem Geben besteht darin, dass deine Gegenleistung nicht von materieller Art sein muss. Sie wollen, dass du dich ihnen gegenüber verpflichtet fühlst und wären sehr enttäuscht und sogar verärgert, wenn du versuchen würdest, ihnen materielle Dinge zurückzuzahlen. Genau genommen hast du deine Seele an sie verkauft und sie erinnern dich ständig an die Schuld, die du ihnen gegenüber hast, indem sie sie nicht erwähnen. Für einen wahren Satanisten ist der einzige Weg, mit einem psychischen Vampir zu verkehren, sich dumm zu stellen und so zu tun, als wären sie tatsächlich uneigennützig und würden wirklich keine Gegenleistung erwarten. Erteile ihnen eine Lehre, indem du liebenswürdig annimmst, was sie dir geben. Du musst ihnen so laut dafür danken, dass alle es hören und dann weggehen. So gehst du als Sieger aus der Angelegenheit hervor. Was können sie schon sagen? Aber wenn sie von dir unvermeidlich erwarten, dass du ihre Großzügigkeit honorierst, das ist der harte Teil, dann sage nein, aber wie gesagt liebenswürdig. Wenn sie merken, dass du ihnen aus den Krallen fällst, werden zwei Dinge geschehen. Zuerst werden sie den Niedergeschlagenen spielen, in der Hoffnung, dass dein altes Gefühl von Pflicht und Mitleid wiederkommt und wenn, falls dies nicht so ist, werden sie ihr wahres Gesicht zeigen und böse und rachsüchtig werden. Wenn du sie erst einmal bis zu diesem Punkt getrieben hast, kannst du so tun, als wärst du gekränkt. Schließlich hast du nichts Falsches getan. Du hattest nur zufällig, als sie dich brauchten, wichtige andere Verpflichtungen und da keine Gegenleistung für ihre Geschenke erwartet wurde, gibt es auch keinen Grund zur Verärgerung. Normalerweise merkt der Vampir, wenn seine Methoden entdeckt worden sind und wird nicht länger auf der Sache herumreiten. Er wird seine Zeit nicht weiter mit dir vergeuden, sondern sich sein nächstes ahnungsloses Opfer suchen. Es kommt jedoch vor, dass der Vampir nicht ohne weiteres locker lässt und alles nur Mögliche versuchen wird, um dich zu quälen. Er kann viel Zeit darauf verwenden, denn wenn er erst einmal zurückgewiesen worden ist, wird er alles andere, das wenige andere, das er sonst noch hat, vernachlässigen, um ununterbrochen auf Rache zu sinnen, auf dir ein Recht zu haben glaubt. Aus diesem Grund ist es das Beste, einer Bekanntschaft mit Menschen dieser Art von Anfang an aus dem Weg zu gehen. Du fühlst dich von ihrer Schmeichelei und ihrer Abhängigkeit zuerst vielleicht geehrt und ihre materiellen Geschenke sind reizvoll, aber später wirst du alles vielfach zurückzahlen müssen. Verschwende deine Zeit nicht auf Menschen, die dich letztendlich zerstören, sondern konzentriere dich stattdessen auf diejenigen, die deine Verantwortung zu schätzen wissen und sich auch dir gegenüber verantwortlich fühlen. Und wenn du ein psychischer Vampir bist, dann höre zu. Nimm dich vor dem Satanisten in Acht. Er ist bereit und gewillt, dir voller Schadenfreude den sprichwörtlichen Pfahl ins Herz zu rammen. Die höchste Ebene der menschlichen Entwicklung ist es, sich seiner Körperlichkeit bewusst zu sein. Der Satanismus bestärkt seine Anhänger darin, ihren natürlichen Trieben nachzugeben. Nur so kann man völlig zufrieden und ohne Frustrationen leben, die für einen selbst und andere schädlich sein können. Deshalb lautet die einfachste Beschreibung der satanischen Denkweise Sinnesfreude statt Enthaltsamkeit. Die Menschen verwechseln oft Zwang mit Sinnesfreude, aber zwischen beiden besteht ein großer Unterschied. Zwang entsteht niemals aus Sinnesfreude, sondern dadurch, dass man nicht zur Sinnesfreude fähig ist. Wenn etwas tabuisiert wird, verstärkt sich nur das Verlangen danach, es zu tun. Jeder tut gern Dinge, die man ihm verboten hat. Die verbotenen Früchte sind die süßesten. Websters enzyklopädisches Wörterbuch erklärt Sinnesfreude als Die Definition des Begriffes Zwang im gleichen Lexikon lautet Der Vorgang des Bezwingens oder Antreibens mittels physischer oder psychischer Gewalt. Bezwingen des Willens, zwingend, obligatorisch. Mit anderen Worten, Sinnesfreude schließt die freie Wahl mit ein, während Zwang das Fehlen von Auswahlmöglichkeiten bedeutet. Hat jemand keine Möglichkeit, seine Bedürfnisse auszuleben, so stauen sich diese schnell auf und werden zu zwängen. Wenn alle die Möglichkeit hätten, ihre persönlichen Bedürfnisse in regelmäßigen, Abständen an einem bestimmten Ort auszuleben, ohne Angst vor Peinlichkeit oder Vorwürfen, wären sie so ausgeglichen, dass sie ein Alltagsleben ohne Frustrationen führen könnten. Befreit könnten sie voller Schwung jede Verpflichtung auf sich nehmen, die zu übernehmen, sie sich ausgesucht haben, anstatt halbherzig und ohne Kreativität an die Arbeit zu gehen, weil sie ihre natürlichen Triebe verleugnen müssen. Das trifft jedenfalls in den meisten Fällen zu. Es gibt aber auch Menschen, die unter Druck besser arbeiten können. Im Allgemeinen sind es meistens die künstlerischen Berufe, die einen gewissen Druck brauchen, um ihre Fähigkeiten voll zu entfalten. Mehr dazu später im Zusammenhang mit der Erfüllung durch Verweigerung. Das bedeutet aber nicht, dass alle Künstler so veranlagt sind. Im Gegenteil, viele Künstler können erst richtig kreativ arbeiten, wenn sie ihre grundlegenden animalischen Bedürfnisse befriedigt haben. Meistens sind es jedoch nicht die Künstler oder Individualisten, denen es an der Möglichkeit zum Ausleben ihrer Bedürfnisse fehlt, sondern die durchschnittlichen Männer und Frauen der Mittelschicht. Es ist eine Ironie, dass ausgerechnet der verantwortungsbewusste, ordentliche Mensch, derjenige, der die Rechnungen der Gesellschaft begleicht, derjenige ist, der am wenigsten dafür zurückbekommt. Er muss ständig auf seine moralischen Verpflichtungen achten und wird verurteilt, wenn er sich ganz einfach seinen natürlichen Bedürfnissen hingibt. Die satanische Religion hält dies für eine grobe Ungerechtigkeit. Derjenige, der seinen Verpflichtungen nachkommt, sollte vorrangig ein Recht auf Vergnügungen seiner Wahl haben, ohne Zensur durch die Gesellschaft, der er dient. Endlich wurde eine Religion, Satanismus, geschaffen, die diejenigen lobt und belohnt, die die Gesellschaft, in der sie leben, unterstützen, anstatt sie für ihre natürlichen Triebe zu verurteilen. Aus jeder Sammlung von Grundsätzen, seien sie religiös, politisch oder philosophisch, kann etwas Gutes abgeleitet werden. Aus Hitlers wahnsinnigem Konzept ragt ein Punkt als leuchtendes Beispiel dafür heraus. Kraft durch Freude. Hitler war nicht verrückt, als er den Deutschen Glück für ihr persönliches Leben versprach, um sich ihre Treue zu sichern und sie zu Höchstleistungen anzutreiben. Es ist längst erwiesen, dass die meisten Krankheiten psychosomatisch bedingt sind und dass psychosomatische Krankheiten eine direkte Folge von Frustrationen sind. Man sagt, die Guten sterben jung. Die Guten nach christlichen Maßstäben sterben wirklich jung. Es ist die Frustration unserer natürlichen Triebe, die zu einem vorzeitigen Verfall unserer geistigen und körperlichen Verfassung führt. Es ist modern, sich auf die Vervollkommnung von Gemüt und Geist zu konzentrieren und zu glauben, dass es primitiv, ordinär und ungehobelt ist, seinem Körper, der doch die eigentliche Hülle ist, ohne die Gemüt und Geist gar nicht existieren könnten, Freude zu bereiten. Dabei haben in der letzten Zeit die meisten Menschen, die sich für emanzipiert halten, die Normalität nur verlassen, um in die Idiotie zu transzendieren. Indem sie ihren Hintern krümmen, bis sie ihren Bauchnabel treffen und sich von wilden und exotischen Diäten wie braunem Reis und Tee ernähren, glauben sie, sie würden ein hohes Niveau geistiger Entwicklung erreichen. Unsinn, sagt der Satanist. Er isst lieber etwas Leckeres, übt seine Imagination und transzendiert mittels physischer und emotionaler Erfüllung. Nach Meinung des Satanisten müsste doch jeder froh sein, nach so vielen Jahrhunderten unsinniger religiöser Vorschriften endlich einmal Mensch sein zu dürfen. Wer glaubt, dass er die Mittelmäßigkeit vermeiden kann, indem er seine natürlichen Bedürfnisse unterdrückt, sollte sich die östlichen mystischen Religionen ansehen, die sich seit einigen Jahren einer großen Beliebtheit erfreuen. Das Christentum ist ein alter Hut. Deshalb haben sich diejenigen, die diesen Fesseln entrinnen wollten, den sogenannten erleuchteten Religionen wie dem Buddhismus zugewandt. Obwohl das Christentum seine Kritik verdient hat, wird ihm vielleicht mehr Schuld zugewiesen, als es verdient. Die Anhänger des mystischen Glaubens sind genauso des Mangels an Humanismus schuldig wie die fehlgeleiteten Christen. Beide Religionen basieren auf abgedroschenen Philosophien, aber die mystisch-frommen beteuern, erleuchtet und befreit zu werden von dem schuldbelasteten Dogma, das typisch für das Christentum ist. Die östliche Mystik ist noch mehr darum besorgt, als der Christ alle animalischen Handlungen zu vermeiden, die ihn daran erinnern, dass er kein Heiliger ist, sondern lediglich ein Mensch, nur in anderer Form als ein Tier, manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner, der aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist. Der Satanist fragt, was ist falsch am Menschsein und daran, sowohl menschliche Grenzen als auch Fähigkeiten zu haben? Indem er seine Wünsche verleugnet hat, kommt der Mystiker der Überwindung von Zwängen genauso wenig näher wie seine gleichgesinnte Seele, der Christ. Die mystischen östlichen Religionen haben den Menschen beigebracht, ihren Bauchnabel zu betrachten, auf dem Kopf zu stehen, nackte Wände anzustarren, keine Etiketten im Leben zu verwenden und sich selbst gegen jedes Verlangen nach materialistischen Freuden zu disziplinieren. Nichtsdestotrotz bin ich sicher, dass du schon genauso viele sogenannte Yogis gesehen hast, die wie jeder andere nicht auf das Rauchen verzichten können. Oder genauso viele angeblich emanzipierte Buddhisten, die ebenso erregt werden wie weniger bewusste Menschen, wenn sie mit dem anderen oder in manchen Fällen auch dem gleichen Geschlecht konfrontiert werden. Wenn man sie allerdings nach dem Grund für ihre Heuchelei fragt, ziehen sie sich auf die Zweideutigkeiten zurück, die für ihren Glauben kennzeichnend sind. Niemand kann sie festnageln, wenn keine klaren Antworten gegeben werden. Der einzige Grund, der diese Menschen dazu gebracht hat, eine Religion der Abstinenz zu predigen, ist die Sinnesfreude. Ihr zwanghafter Masochismus ist der Grund, warum sie sich eine Religion ausgesucht haben, die nicht nur die Selbstverleugnung befürwortet, sondern sie dafür lobt. Auf diese Weise haben sie einen sakrosankten Weg für ihre masochistischen Bedürfnisse gefunden. Je mehr Missbrauch sie ertragen können, umso heiliger werden sie. Der Masochismus ist für die meisten Menschen eine Zurückweisung der Sinnesfreude. Der Satanismus deckt die tiefergehenden Gründe auf und hält den Masochismus dagegen dann für eine Art Sinnesfreude, wenn der Versuch, jemanden von seinen masochistischen Neigungen abzubringen, auf Unwillen und oder Misserfolg trifft. Der Satanist verurteilt diese Menschen nicht, weil sie ein Ventil für ihre masochistischen Bedürfnisse gefunden haben, aber er empfindet eine große Verachtung denjenigen gegenüber, die nicht ehrlich genug sein können, wenigstens sich selbst gegenüber ihren Masochismus als einen natürlichen Teil ihrer Persönlichkeit zu erkennen und zu akzeptieren. Eine Religion als Entschuldigung für Masochismus zu gebrauchen, ist schon schlimm genug. Aber diese Menschen haben obendrein noch die Unverschämtheit, sich denjenigen gegenüber erhaben zu fühlen, die ihre Fetische nicht verleugnen. Diese Menschen wären die Ersten, die einen anderen verurteilen, der seine Befriedigung darin findet, sich einmal wöchentlich von jemandem durchprügeln zu lassen und der sich dadurch von dem Druck befreit, der ihn sonst zu einem zwanghaften Kirchgänger oder religiösen Fanatiker machen würde. Indem er ein Ventil für seine masochistische Veranlagung findet, braucht er sich nicht mehr zu erniedrigen und zu verleugnen, wie es diese zwanghaften Masochisten tun. Die Satanisten werden dazu ermutigt, den sieben Todsünden zu frönen, womit sie niemandem wehtun. Denn diese wurden von der christlichen Kirche nur erfunden, um ihren Anhängern Schuldgefühle zu verursachen. Die christliche Kirche weiß genau, dass niemand diesen Sünden entgehen kann, da es alles Dinge sind, die wir Menschen von Natur aus tun. Wenn diese Sünden dann unvermeidlich begangen worden sind, bietet die Kirche finanzielle Möglichkeiten, um sich bei Gott frei zu kaufen und somit das Gewissen des Gemeindemitglieds reinzuwaschen. Satan hat noch nie ein Regelbuch benötigt, da die Lebenskraft selbst dafür sorgt, dass der Mensch sündhaft und fest entschlossen ist, sich und seine Gefühle zu erhalten. Nichtsdestotrotz wird versucht, seinen Körper und seine Existenz um seiner Seele willen zu demoralisieren, was nur beweist, wie irreführend und missbräuchlich die Begriffe Sinnesfreude und Zwang verwendet werden. Sexuelle Handlungen werden vom Satanismus selbstverständlich akzeptiert und befürwortet. Aber die Tatsache, dass er die einzige Religion ist, die diesen Standpunkt einnimmt, ist offensichtlich der Grund, warum immer so viel darüber geschrieben wird. Da die meisten Menschen Religionen angehören, die sie sexuell unterdrücken, ist es normal, dass alles, was zu diesem provokanten Thema geschrieben wird, eine reizvolle Lektüre bietet. Wenn alle Versuche, etwas zu verkaufen, sei es ein Produkt oder eine Idee, misslungen sind, mit Sex klappt es immer. Der Grund dafür ist, dass, obwohl die Menschen Sex heutzutage bewusst als normale und notwendige Funktion akzeptieren, ihr Unterbewusstsein immer noch an das Tabu gebunden ist, das die Religion ihnen auferlegt hat. Und darum wird das, was ihnen verweigert wird, umso heftiger begehrt. Das Schreckgespenst des Sex überschattet in der Literatur über die satanistische Weltanschauung alles andere, was sonst noch über Satanismus geschrieben wurde. Der wahre Satanist wird vom Sex nicht mehr beherrscht, als von irgendwelchen anderen Bedürfnissen, die er hat. Wie bei allen anderen vergnüglichen Dingen beherrscht der Satanist den Sex, anstatt von ihm beherrscht zu werden. Weder ist er der perverse Teufel, der nur darauf wartet, jede Jungfrau zu entjungfern, noch ist er degeneriert und lungert verstohlen in schmutzigen Buchläden herum, wo er über den schlimmen Bildern sabbert. Wenn Pornografie genau das ist, was er sich gerade wünscht, dann kauft er eben, ohne sich zu schämen, einige ausgewählte Stücke und liest sie ohne Schuldgefühle, wann es ihm passt. Wir müssen akzeptieren, dass der Mensch wegen seiner dauernden Unterdrückung verärgert ist, aber wir müssen alles tun, um die sündhaften Bedürfnisse der Menschen wenigstens abzumildern, sonst rennen sie zügellos in dieses neue Zeitalter, sagen die frommen Eiferer des Pfades zur Rechten, dem fragenden Satanisten. Warum denkt ihr immer noch, dass diese Bedürfnisse sündhaft sind und unterdrückt werden müssen, wenn ihr jetzt doch zugebt, dass sie natürlich sind, entgegnet der Satanist. Könnte es sein, dass die Weißlichter ein wenig angesäuert sind, weil sie nicht vor den Satanisten auf die Idee gekommen sind, eine Religion zu schaffen, der man gern folgt? Und würden sie in Wahrheit nicht vielleicht auch lieber ein bisschen mehr Freude am Leben haben, können diese aber nicht zugeben, um ihr Gesicht nicht zu verlieren? Und befürchten sie vielleicht, dass die Leute, wenn sie vom Satanismus hören, sagen, das ist etwas für mich, warum soll ich weiter einer Religion folgen, die mich für alles, was ich tue, verurteilt, obwohl eigentlich gar nichts an mir verkehrt ist? Der Satanist denkt, dass dies mehr als wahrscheinlich ist. Zwar gibt es viele Beispiele dafür, dass die alten Religionen immer mehr von ihren lächerlichen Beschränkungen aufgeben, aber wenn die ganze Religion auf Abstinenz anstatt Sinnesfreude, wie es eigentlich sein sollte, basiert, dann bleibt nach der Modernisierung wenig übrig, was den heutigen Bedürfnissen des Menschen entspricht. Warum also Zeit vergeuden und auf ein totes Pferd setzen? Die Parole des Satanismus lautet Sinnesfreude anstatt Enthaltsamkeit. Aber sie ist kein Zwang. Über das Menschenopfer Der vermeintliche Grund für ein Opferritual ist, die Energie aus dem Blut eines frisch geschlachteten Opfers in die Atmosphäre der magischen Arbeit einzubringen. Dadurch sollen sich die Erfolgschancen des Magiers vergrößern. Da Blut Lebenskraft bedeutet, nehmen die Weißmage ja an, dass es keinen besseren Weg gibt, die Götter oder Dämonen zu besänftigen, als ihnen eine ausreichende Menge davon anzubieten. Wenn man diese These mit der Tatsache verbindet, dass eine sterbende Kreatur reichlich Adrenalin und andere biochemischen Energien ausschüttet, so hat man scheinbar eine unschlagbare Kombination. Da dem Weißmagier natürlich klar ist, welche Konsequenzen die Ermordung eines Menschen nach sich zieht, verwendet er für seine Zeremonien Vögel, Hühner oder andere niedere Lebewesen. Offensichtlich empfinden diese scheinheiligen Schurken keine Schuld, wenn sie anstatt eines Menschen ein anderes Leben vernichten. Ein Magier, der seinen Namen verdient, ist dagegen fähig genug, die nötige Kraft aus seinem eigenen Körper zu gewinnen, anstatt aus einem unfreiwilligen und unschuldigen Opfer. Entgegen allen herkömmlichen magischen Theorien wird die Freisetzung dieser Kraft nicht durch das Blutvergießen erreicht, sondern durch den Todeskampf der lebenden Kreatur. Diese Entladung bioelektrischer Energie ist dasselbe Phänomen, das bei einer heftigen Verstärkung von Gefühlen auftritt, wie zum Beispiel ein Orgasmus, blinder Zorn, tödlicher Schrecken, verzehrender Kummer etc. Von diesen Gefühlsregungen sind Orgasmus und Wut diejenigen, die man am einfachsten durch eigene Willenskraft erzeugen kann. Als drittes folgt der Kummer. Wenn man bedenkt, dass zwei der drei Regungen, die am leichtesten erzielt werden, können, Orgasmus und Wut, den Menschen als sündhaft ins Unterbewusstsein eingebrannt wurden, so ist es kein Wunder, dass diese von den Weißmagiern, die riesige Mühlsteine an Schuld mit sich herumschleppen, gemieden werden. Die hemmungslose und dumme Absurdität, auf dem Höhepunkt eines Rituals, ein unschuldiges Lebewesen zu töten, wie es von einstigen Hexern praktiziert wurde, halten sie offensichtlich für das geringere Übel, um eine Energieentladung zu erzeugen. Diese armen, schuldgeplagten Irren, die sich selbst Hexen oder Hexer nannten, hacken lieber einer Ziege oder einem Huhn den Kopf ab, um ihren Todeskampf für sich zu nutzen, als die gotteslästerliche Tapferkeit zu besitzen, vor dem Jehova zu masturbieren, dessen Existenz sie angeblich verleugnen. Der einzige Weg, durch den diese mystischen Feiglinge sich rituell freisetzen können, ist die Qual des Todes eines Anderen eigentlich stellvertretend für ihren eigenen, anstatt sich mit den Kräften zu befassen, die Leben erzeugen. Diejenigen, die auf dem Pfad des weißen Lichtes wandeln, sind die eigentlich Kalten und die Toten. Kein Wunder, dass diese lächerlichen Figuren der mystischen Weisheit sich in schützende Kreise stellen und die bösen Kräfte bannen müssen, um sich vor Angriffen zu schützen. Ein einziger guter Orgasmus würde sie wahrscheinlich töten. Das Menschenopfer in einem satanischen Ritual bedeutet nicht, dass das Opfer geschlachtet wird, um die Götter zu besänftigen. Das Opfer wird symbolisch durch einen Spruch oder Fluch zerstört. Dies führt zu körperlichen, geistigen oder emotionalen Vernichtungen des Opfers auf eine Art und Weise, die dem Magier nicht zugeschrieben werden kann. Der einzige Grund für ein solches Menschenopfer wäre, wenn es einen doppelten Zweck erfüllt, den Zorn des Magiers freizusetzen, indem er einen Fluch ausstößt und, weitaus wichtiger, um ein völlig widerwärtiges Individuum, das es nicht anders verdient hat, loszuwerden. Ein Satanist würde unter keinen Umständen ein Tier oder ein Baby opfern. Jahrhundertelang haben die Propagandisten des Pfades zur Rechten getratscht über die angeblichen Opferungen kleiner Kinder und üppiger Jungfrauen durch Teufelsanbeter. Man sollte meinen, dass bei derart vorurteilsbeladenen Quellen jeder, der solche abscheulichen Geschichten hört oder liest, sofort ihren Wahrheitsgehalt anzweifelt. Im Gegenteil, wie bei allen heiligen Lügen, die vorbehaltlos geglaubt werden, wird diese Unterstellung bis heute aufrechterhalten. Es gibt vernünftige und logische Gründe, warum der Satanist keine solchen Opferungen vollzieht. Der Mensch, das Tier, ist eine Gottheit für den Satanisten. Die reinste Form fleischlicher Existenz lebt in den Körpern von Tieren und Menschenkindern, die noch nicht alt genug sind, sich ihren natürlichen Bedürfnissen zu verweigern. Sie können Dinge wahrnehmen, die der durchschnittliche Erwachsene niemals wahrnehmen würde. Diese Lebewesen sind dem Satanisten heilig, da er weiß, dass er viel von diesen natürlichen Zauberern lernen kann. Der Satanist kennt den Brauch jener, die auf dem Pfad von Agarthi wandeln, die Vernichtung des Gottes. Da die Götter immer nach der Vorstellung des Menschen geschaffen wurden und der Durchschnittsmensch hasst, was er in sich selbst sieht, muss das Unvermeidliche geschehen, die Opferung des Gottes, der ihn selbst darstellt. Der Satanist hasst weder sich noch die Götter, die er sich eventuell wählt und hat kein Verlangen danach, sich selbst zu zerstören oder etwas, was für ihn steht. Aus diesem Grund könnte er nie einem Tier oder einem Kind absichtlich Schaden zufügen. Es stellt sich die Frage, wer kommt dann als geeignetes und angemessenes Menschenopfer in Frage und wie muss jemand befähigt sein, um über eine solche Person zu urteilen? Die Antwort ist brutal einfach. Jeder, der dir Unrecht getan hat, jemand, der seinen Weg verlassen hat, um dich zu verletzen und dir und denjenigen, die dir lieb sind, absichtlich Ärger und Kummer zu bereiten, kurz gesagt, jemand, der durch seine Taten geradewegs dazu aufruft, verflucht zu werden. Wenn jemand durch sein verwerfliches Benehmen praktisch danach schreit, vernichtet zu werden, dann ist es wirklich deine moralische Pflicht, diesem Wunsch nachzukommen. Derjenige, der jede Gelegenheit nutzt, um auf anderen herumzuhacken, wird oft fälschlicherweise Sadist genannt. In Wirklichkeit ist er jedoch ein irregeleiteter Masochist, der auf seine eigene Zerstörung hinarbeitet. Der Grund, weshalb dich jemand bösartig angreift, ist entweder, weil er vor dir oder dem, was du verkörperst, Angst hat, oder weil er dir dein Glück neidet. Er ist schwach, labil und bewegt sich auf schwankendem Boden, wenn du ihn mit deinem Fluch belegst und ist das ideale Menschenopfer. Manchmal kann man leicht über die Missetaten des Opfers deines Fluches hinwegsehen, wenn man bedenkt, wie unglücklich diese Person in Wirklichkeit ist. Es ist aber längst nicht so einfach, die zerstörerischen Fußspuren deines Gegners zurück zu verfolgen und die Schäden wieder gut zu machen, die er verursacht hat. Das ideale Opfer ist vielleicht emotional labil, kann aber trotzdem mit seinen Machenschaften deinem ungestört sein oder guten Ruf ernsthaften Schaden zufügen. Geisteskrankheit, Nervenzusammenbrüche, Unausgeglichenheit, Angstzustände, zerrüttete Familien, Rivalitäten unter Geschwistern und so weiter, mussten schon immer als bequeme Ausreden für bösartige und unverantwortliche Handlungen herhalten. Jeder, der sagt, wir müssen versuchen, diejenigen zu verstehen, die anderen unverdientermaßen das Leben schwer machen, unterstützt und fördert ein gesellschaftliches Krebsgeschwür. Die Verteidiger dieser fanatischen Menschen verdienen, dass man ihnen gehörig auf die Finger klopft. Verrückte Hunde werden erschlagen und sie hätten eher Hilfe nötig als der Mensch, der ein irrationales Verhalten zu leicht nimmt. Es ist einfach zu sagen, na und, diese Leute sind labil, sie können mich nicht verletzen. Aber es bleibt dabei, wenn sie die Möglichkeit haben, zerstören sie dich. Deshalb hast du absolut das Recht, sie symbolisch zu vernichten und wenn dein Fluch ihre Zerstörung bewirkt, dann freue dich darüber, dass du es warst, der die Welt von dieser Pest befreit hat. Wenn sich jemand an deinem Erfolg oder deinem Glück stört, schuldest du ihm nichts. Er ist dafür da, zertrampelt zu werden. Wenn die Menschen die Konsequenzen ihrer Taten ausbaten müssten, würden sie es sich zweimal überlegen. Leben nach dem Tode durch Selbstbewusstsein Der Mensch weiß, dass er eines Tages sterben muss. Auch andere Tiere wissen, wenn der Tod naht, dass sie sterben müssen. Aber erst wenn der Tod sicher ist, fühlt das Tier seinen bevorstehenden Abschied von dieser Welt. Und selbst dann wissen sie nicht genau, was sterben bedeutet. Es wird oft behauptet, dass Tiere den Tod dankbar annehmen, ohne Angst oder Widerstand. Das ist eine schöne Vorstellung, die aber nur in den Fällen stimmt, wenn der Tod für das Tier unvermeidlich ist. Wenn ein Tier krank oder verletzt ist, wird es mit aller Kraft, die ihm noch bleibt, um sein Leben kämpfen. Dieser unerschütterliche Lebenswille würde auch dem Menschen, wenn er nicht so hoch entwickelt wäre, den Kampfgeist geben, den er zum Überleben braucht. Es ist eine bekannte Tatsache, Fall ist. Das ist verständlich, wenn jemand sehr krank ist und keine Hoffnung auf Heilung sieht. Aber dies ist oft nicht der Fall. Der Mensch ist faul geworden. Er hat gelernt, den bequemsten Weg zu gehen. Sogar Selbstmord ist für viele Menschen inzwischen weniger abstoßend als manche andere Sünde. Dies ist ganz allein die Schuld der Religion. Der Tod wird in den meisten Religionen als großes bereitet. Diese Vorstellung ist sehr ansprechend für jemanden, der kein befriedigendes Leben gehabt hat. Aber für diejenigen, die alle Freuden, die das Leben zu bieten hat, erfahren haben, ist mit dem Sterben eine große Furcht verbunden. Und so sollte es auch sein. Es ist diese Lust am Leben, die dem vitalen Menschen ermöglicht, nach dem unvermeidlichen Tod seiner fleischlichen Hülle weiterzuleben. Wahl gegeben haben, als Märtyrer vergöttert wurden. Religiöse und politische Führer waren schon immer sehr raffiniert im Aushacken ihrer Pläne. Indem sie ihren Zeitgenossen den Märtyrer als leuchtendes Beispiel hinstellen, verhindern sie die Reaktion des gesunden Menschenverstandes, dass vorsätzliche Selbstzerstörung gegen jede tierische Logik geht. Für den Satanisten ist Märtyrertum und allgemeiner Heldenmut keine Redlichkeit, sondern Dummheit. Dies trifft natürlich nicht zu in Situationen, in denen die Sicherheit eines geliebten Menschen auf dem Spiel steht. Aber sein eigenes Leben für so etwas Unpersönliches wie religiöse oder politische Motive hinzugeben, ist das allerletzte an Masochismus. Das Leben ist die große Sinnesfreude, der Tod, die große Enthaltsamkeit. Für jemanden, der mit seinem irdischen Dasein zufrieden ist, ist das Leben ein Fest, und niemand verlässt gern ein gutes Fest. Aus dem gleichen Grund wird jemand, der das Leben auf Erden genießt, dieses nicht gern für das Versprechen eines Lebens nach dem Tod aufgeben, über das er nichts weiß. Die nicht nicht so einfach zu erzielen ist. Aus diesem Grund muss der vorherrschende religiöse Glaube seine Anhänger loben, wenn sie materielle Dinge ablehnen und eine Ausdrucksweise vermeiden, die auf eine gewisse materialistische Wertschätzung hindeutet. Auf diese Art können die Menschen so weit besänftigt werden, dass sie ihr Los akzeptieren, egal wie gering ihr Auskommen sein mag. Der Satanismus verwendet viele Begriffe. Wenn es diese nicht gäbe, würden nur wenige von uns etwas im Leben verstehen, geschweige denn eine Bedeutung damit verbinden. Und Bedeutung führt zum Erkennen, etwas, das jeder will, speziell die östliche Mystik, die jedem beizubringen versucht, wie er noch länger meditieren oder noch größeren Mangel oder Schmerz ertragen kann als sein Mitmensch. Die östlichen Philosophien predigen die Zerstörung des menschlichen Selbstvertrauens, damit es nicht zündigen kann. Es ist für den Satanisten unergründlich, wie man sich ein Selbstvertrauen vorstellen soll, das sich selbst verleugnet. Es ist verständlich, dass eine Philosophie, die die Verneinung des Selbstbewusstseins lehrt, in Ländern, wo diese Taktik als Beruhigungsmittel für die so bereitwillig verangten Menschen eingesetzt wird, einer nützlichen Absicht dient. Wenigstens für die Mächtigen, denn für sie wäre es zum Nachteil, wenn ihr Volk unzufrieden wäre. Aber wer jede Möglichkeit zu materiellem Gewinn hat, muss doch verrückt sein, sich diese religiöse Denkensweise auszusuchen. Die östliche Mystik glaubt fest an die Wiedergeburt. Für einen Menschen, der praktisch nichts in diesem Leben hat, mag die Vorstellung, in einem früheren Leben eventuell ein König gewesen zu sein oder es im nächsten Leben zu werden, sehr attraktiv erscheinen und trägt dazu bei, sein Bedürfnis nach Selbstrespekt zu besänftigen. Wenn es nichts gibt, auf das er in diesem Leben stolz sein kann, dann tröstet er sich mit dem Gedanken, es gibt immer noch die zukünftigen Leben. Es fällt dem Menschen, der an die Wiedergeburt glaubt, einfach nicht auf, dass sein Vater, Großvater und Urgroßvater etc. kein gutes Karma entwickeln konnten, obwohl sie doch alle den gleichen Glauben und die gleichen ethischen Vorstellungen hatten wie er. Denn warum lebt er wohl jetzt in Entbehrung und nicht wie ein Maharaja? Der Glaube an die Wiedergeburt führt in eine wunderschöne Fantasiewelt, in der man den geeigneten Weg finden kann, sein Selbstvertrauen auszudrücken und gleichzeitig behaupten kann, es aufgelöst zu haben. Das spiegelt sich auch in den Rollen wieder, die sich die Menschen für ihr vergangenes oder zukünftiges Leben vorstellen. Wer an die Wiedergeburt glaubt, sucht sich nicht immer einen ehrenwerten Charakter aus. Wenn er eine angesehene oder konservative Persönlichkeit ist, wird er oft einen schillernden Schurken oder Gangster wählen und befriedigt damit die andere Seite seines Selbstbewusstseins. Und eine Frau, die einen hohen sozialen Status genießt, wählt zum Beispiel eine Hure oder eine berühmte Kortisane für die Beschreibung ihrer Rolle in einem früheren Leben. Wenn die Menschen sich von dem Stigma, das mit ihrer persönlichen Selbsterfüllung verbunden ist, trennen könnten, müssten sie sich nicht mit solchen Spielen etwas vormachen, wie an die Wiedergeburt zu glauben, als ein Mittel, ihr natürliches Bedürfnis nach Selbstbewusstsein zu befriedigen. Der Satanist glaubt an seine vollkommene Selbstverwirklichung. Der Satanismus ist in der Tat die einzige Religion, die die Förderung oder Stärkung des Selbstvertrauens befürwortet. Nur wer ausreichend Selbstvertrauen besitzt, kann es sich leisten, gütig und höflich zu anderen zu sein, ohne seinen Selbstrespekt zu verlieren. Wir denken immer, ein Angeber habe ein starkes Selbstbewusstsein, aber in Wirklichkeit entsteht seine Angeberei aus dem Bedürfnis, sein unterentwickeltes Selbstbewusstsein zu befriedigen. Die religiösen Führer haben ihre Anhänger immer durch die Unterdrückung des Selbstvertrauens bei der Stange gehalten. Indem sie ihren Anhängern das Gefühl der Unterlegenheit geben, wird die Ehrfurcht für ihren Gott gesichert. Der Satanismus ermutigt seine Mitglieder, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln, das ihnen den notwendigen Selbstrespekt für ein kraftvolles Leben auf dieser Erde gibt. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang vital war und bis zum Ende um seine irdische Existenz gekämpft hat, dann weigert sich sein Selbstbewusstsein zu sterben, selbst nach dem Tod des Körpers, in dem es untergebracht war. Kleine Kinder sind, um ihre sprühende Begeisterung für das Leben zu beneiden. Dies wird deutlich an dem Kind, das nicht ins Bett gehen will, weil etwas Aufregendes im Gange ist, und wenn es ins Bett gelegt wird, schleicht es sich die Treppe hinunter und guckt heimlich hinter dem Vorhang hervor. Diese kindliche Lebendigkeit ist es, die es dem Satanisten ermöglicht, durch den Schleier von Finsternis und Tod zu schauen und erdverbunden zu bleiben. Selbstaufopferung wird von der satanischen Religion nicht unterstützt. Falls es sich nicht um eine extreme Situation handelt, in der der Tod eine Erlösung von einem unerträglichen Leben auf Erden bedeutet, wird der Selbstmord von der satanischen Religion missbilligt. Die religiösen Märtyrer haben sich nicht das Leben genommen, weil es für sie unerträglich war, sondern um ihr höchstes Opfer als Werkzeug einzusetzen, den religiösen Glauben zu fördern. Wir müssen daraus schließen, dass Selbstmord, wenn er für die Kirche begangen wird, verziehen und sogar gefördert wird, obwohl ihre Schriften ihn als eine schwere Sünde bezeichnen, denn die alten religiösen Märtyrer wurden immer verehrt und vergöttert. Es ist ziemlich merkwürdig, dass der Selbstmord von anderen Religionen nur dann für Sünde gehalten wird, wenn er freudig geschieht. Religiöse Feiertage Der höchste aller Feiertage der satanischen Religion ist der eigene Geburtstag. Dies steht in direktem Widerspruch zum heiligsten der heiligen Tage anderer Religionen, die einen bestimmten Gott anbeten, den sie als ihr Ebenbild in anthropomorfer Form erschaffen haben und dadurch zeigen, dass sie ihr Selbstbewusstsein gar nicht begraben haben. Der Satanist denkt, warum sollte man nicht so ehrlich sein und den Gott, den man sich vorstellt, als sich selbst vorstellen? Jeder Mensch ist ein Gott, wenn er sich selbst als Gott anerkennt. So feiert der Satanist seinen eigenen Geburtstag als wichtigsten Feiertag des Jahres. Bist du schließlich nicht glücklicher über deine Geburt, als über die Geburt von jemandem, den du überhaupt nicht kennst? Oder, mal abgesehen von den religiösen Feiertagen, warum sollte man dem Geburtstag eines Präsidenten oder irgendeinem Datum in der Geschichte mehr Aufmerksamkeit schenken, als dem Tag, an dem wir auf diese großartigste aller Welten gekommen sind? Selbst wenn einige von uns nicht gewollt oder zumindest nicht geplant waren, sind wir doch froh, hier zu sein, auch wenn es sonst niemand ist. Du solltest dir auf die Schulter klopfen, dir kaufen, worauf du Lust hast, dich behandeln wie dem König oder Gott, der du bist und deinen Geburtstag so aufwendig und prunkvoll wie nur möglich begehen. Nach dem eigenen Geburtstag sind die Walpurgisnacht und Halloween oder All Hallows Eve die beiden wichtigsten Feiertage. Sankt Walpurgis oder Walpurga oder Walburga, je nach Epoche und Region, wurde in Sussex gegen Ende des 7. oder Anfang des 8. Jahrhunderts geboren und wuchs in Winburn-Dorset auf, wo sie, nachdem sie den Schleier nahm, 27 Jahre lang blieb. Sie zog dann auf Drängen ihres Onkels Sankt Bonifatius und ihres Bruders Sankt Willibald mit einigen anderen Nonnen nach Deutschland, wo sie religiöse Ansiedlungen gründete. Ihre erste Niederlassung war in Bischofsheim in der Diözese von Mainz und zwei Jahre später, 754 Anno Domini, wurde sie Äbtissin des Benediktinerinnen-Klosters in Heidenheim in der Diözese von Eichstätt, Bayern, die ihrem Bruder Willibald unterstellt war. Dort wurde zur gleichen Zeit ein anderer ihrer Brüder, Winnebald, Vorsteher eines Mönchsklosters. Als er 760 starb, wurde sie seine Nachfolgerin und führte die Oberaufsicht über beide Häuser bis zu ihrem Tod am 25. Februar 779. Ihre Reliquien wurden nach Eichstatt gebracht und in einer Höhle begraben, aus der eine Art bituminöses Öl austrat, später bekannt als Walpurgisöl, dem man eine wundersame Wirkung gegen Krankheiten nachsagte. Die Höhle wurde zum Wallfahrtsort und eine große Kirche wurde an dieser Stelle gebaut. Man gedenkt ihrer zu verschiedenen Gelegenheiten, hauptsächlich aber am 1. Mai, der auf das Datum eines früheren heidnischen Festes fällt. All dieses langatmige Geschwafel wurde erstaunlicherweise für notwendig gehalten, um den Fortbestand des wichtigsten heidnischen Festes des Jahres zuzulassen, den großartigen Höhepunkt der Frühjahrstag- und Nachtgleiche. Der Vorabend des 1. Mai ist dafür bekannt, dass alle Dämonen, Gespenster, Schreckgespenster und weiße Frauen hervorkommen und ihre wilden Gelage abhalten und damit die Verwirklichung der Frühjahrstag- und Nachtgleiche symbolisieren. Halloween, All Hallows Eve oder All Saints Day fällt auf den 31. Oktober oder 1. November. Ursprünglich war All Hallows Eve eines der großartigen Feuerfeste in Britannien, zur Zeit der Druiden. In Schottland bedeutete es den Zeitpunkt, wenn die Geister der Toten, die Dämonen, Hexen und Zauberer, ungewöhnlich lebhaft und gnädig waren. Paradoxerweise war All Hallows Eve auch die Nacht, in der junge Leute magische Rituale vollzogen, um ihre zukünftigen Lebenspartner zu bestimmen. Die Dorfjugend begien den Abend mit viel fröhlichem Getöse und lustvoller Feierei, aber die älteren Menschen trafen Vorkehrungen, ihre Häuser vor den bösen Geistern, Hexen und Dämonen zu schützen, die in dieser Nacht außergewöhnliche Kräfte hatten. Die Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen werden auch als Feiertage gefeiert, weil sie den ersten Tag der Jahreszeiten ankündigen. Der Unterschied zwischen einer Sonnenwende und einer Tag- und Nachtgleiche ist semantisch und definiert die Beziehung zwischen Sonne, Mond und Fixsternen. Die Sonnenwende bezieht sich auf Sommer und Winter, die Tag- und Nachtgleiche auf Frühling und Herbst. Die Sommersonnenwende ist im Juni und die Wintersonnenwende im Dezember. Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche ist im September und das Frühlings-Equinoxium im März. Sowohl die Tag- und Nachtgleichen als auch die Sonnenwenden variieren um ein oder zwei Tage von Jahr zu Jahr, abhängig vom jeweiligen Mondzyklus, aber normalerweise fallen sie auf den 21. oder 22. des Monats. Fünf oder sechs Wochen nach diesen Tagen werden die sagenhaften satanischen Feiern zelebriert. Die Schwarze Messe Kein anderer Begriff wird so oft mit dem Satanismus in Verbindung gebracht wie die Schwarze Messe. Die Feststellung, dass die gotteslästerlichste aller religiösen Zeremonien nicht mehr ist als eine literarische Erfindung, ist sicherlich eine Aussage, die näher erläutert werden muss, aber nichts könnte wahrer sein. Im Allgemeinen stellt man sich die Schwarze Messe so vor. Ein abtrünniger Priester steht vor einem Altar, der aus einer nackten Frau mit breit abgespreizten Beinen und hervorgerechter Vagina besteht. In jeder ihrer ausgestreckten Hände hält sie eine schwarze Kerze aus dem Fett von ungetauften Kindern und ein Kelch mit Urin oder Blut einer Prostituierten steht auf ihrem Bauch. Ein umgedrehtes Kreuz hängt über dem Altar und dreieckige Hostien aus Mutterkorn oder einer schwarzfleckigen Rübe werden gesegnet, indem der Priester sie pflichtschuldigst zwischen den Schamlippen der Altarfrau hin und her gleiten lässt. Dann, so wird gesagt, folgt eine Anrufung Satans und diverser Dämonen, gefolgt von einer Reihe Gebeten und Psalmen, die rückwärts vorgetragen werden und voller Obszönitäten sind. Und all das wird innerhalb der Grenzen eines schützenden Pentagramms vollzogen, das auf den Boden gezeichnet ist. Falls der Teufel erscheint, so tritt er immer in Form eines ziemlich begierigen Mannes auf, mit dem Kopf eines schwarzen Bockes auf den Schultern. Dann folgt ein Schwall von Geißelungen, Gebetsbuchverbrennungen, Cunilingus, Felatio und allgemeiner Hinterbackenküßerei, alles untermalt mit zotigen Zitaten aus der Heiligen Schrift und hörbarem Anspucken des Kreuzes. Wenn ein Baby während des Rituals geschlachtet werden kann, umso besser. Denn jeder weiß, dass das des Satanisten liebste Beschäftigung ist. Es ist verständlich, dass diese Berichte über die schwarze Messe, die so abstoßend klingen, ihr Ziel erreichen, nämlich die Gläubigen an ihre Kirche zu binden. Jeder anständige Mensch würde sich auf die Seite des Inquisitors schlagen, wenn er von diesen Gotteslästerungen hört. Die Propagandisten der Kirche haben gute Arbeit geleistet, indem sie die Öffentlichkeit immer wieder über die Ketzereien und ruchlosen Taten der Heiden, Katara, Borgumilen, Templer und anderer aufklärten, die wegen ihrer dualistischen Philosophien und manchmal satanischen Logik ausgerottet werden mussten. Die Geschichten von ungetauften Kindern, die von Satanisten gestohlen wurden, um sie für die Messe zu benutzen, war nicht nur eine wirkungsvolle Propagandamaßnahme, sondern auch eine zuverlässige Einkommensquelle für die Kirche. Jede christliche Mutter würde schnellstens ihr Kind anständig taufen lassen, wenn sie von diesen teuflischen Kindesentführungen hört. Eine andere Facette der menschlichen Wesensart ist, dass der Schriftsteller oder Künstler sich seine obszönsten Vorlieben mit lüsternen Gedanken ausmalen kann, indem er die Aktivitäten dieser Ketzer beschreibt. Der Zensor, der sich pornografisches Material ansieht, damit er weiß, wovor er die anderen warnen muss, ist das moderne Gegenstück zum mittelalterlichen Chronisten, der obszönen Taten der Satanisten und natürlich auch die entsprechenden modernen Journalisten. Man vermutet, dass sich die umfassendste pornografische Bibliothek im Besitz des Vatikans befindet. Es ist leicht ersichtlich, dass das Küssen des Hinterns des Teufels während der traditionellen schwarzen Messe ein Vorläufer des Ausdrucks ist, mit dem man einen Menschen beschreibt, der jemandem schmeichelt, um einen materiellen Vorteil von ihm zu erhalten. Da alle satanischen Zeremonien einem sehr konkreten oder materiellen Ziel dienten, wurde der Oscularum infame oder Kuss der Schande eher als symbolische Maßnahme für den irdischen als für den geistigen Erfolg angesehen. Normalerweise wird angenommen, dass eine satanische Zeremonie immer als schwarze Messe bezeichnet wird. Eine schwarze Messe ist nicht die magische Zeremonie, die von Satanisten praktiziert wird. Der Satanist setzt die schwarze Messe nur als eine Art Psychodrama ein. Außerdem bedeutet der Begriff schwarze Messe nicht unbedingt, dass ihre Teilnehmer Satanisten sind. Eine schwarze Messe ist in erster Linie eine Parodie auf den Gottesdienst der römisch-katholischen Kirche, kann aber auch als Satire auf jede andere religiöse Zeremonie eingesetzt werden. Der Satanist hält die schwarze Messe als Gotteslästerung der orthodoxen Riten für überflüssig. Die Gottesdienste der etablierten Religionen sind schon an sich Parodien auf alte Rituale, die von den Anbetern der Erde und des Fleisches durchgeführt wurden. In ihrem Bemühen, den heidnischen Glauben geschlechtslos und entmenschlich zu machen, haben die späteren Geistlichen die ehrliche Bedeutung der Rituale verfälscht und zu den farblosen Inhalten gemacht, die heute als wahre Messe gelten. Selbst wenn der Satanist jede Nacht damit verbringen würde, eine schwarze Messe zu feiern, so würde er nicht mehr eine Karikatur zelebrieren als der fromme Kirchgänger, der unwissentlich seine eigene schwarze Messe besucht, seine Parodie auf die ehrlichen und gefühlvollen Riten der heidnischen Antike. Jede Zeremonie, die man als schwarze Messe betrachten kann, muss schockieren und gewalttätig sein, denn das ist offensichtlich die Voraussetzung für ihren Erfolg. Im Mittelalter galt Gotteslästerung als schockierend. Heutzutage hat die Kirche nicht mehr das Erfurt gebietende Image wie zu Zeiten der Inquisition. Die traditionelle schwarze Messe ist längst nicht mehr das ungeheuerliche Schauspiel für den dilettantischen oder abtrünnigen Priester, das sie einmal war. Wenn der Satanist ein Ritual erstellt, das als Psychodrama dienen soll, um eine etablierte Einrichtung bloßzustellen, so achtet er sorgfältig darauf, nicht ein Modethema auszuwählen, das bereits als Parodie verwendet wurde. Auf diese Weise schlachtet er dann wirklich eine heilige Kuh. Heutzutage würde eine schwarze Messe solche heiligen Themen bloßstellen wie östlichen Mystizismus, Psychiatrie, die psychodelische Bewegung, Ultraliberalismus, Patriotismus würde gefördert, Drogen und ihre Gurus schlecht gemacht, kulturlose Militante würden vergöttert und der Verfall der kirchlichen Theologien könnte sogar einen satanischen Anschub erhalten. Der satanische Magus war immer ein Katalysator für die Entwicklung gängiger Glaubensvorstellungen und in diesem Fall kann eine Zeremonie nach der Art der schwarzen Messe sogar einem weitreichenden magischen Zweck dienen. Im Jahr 1666 ereigneten sich in Frankreich einige sehr interessante Vorfälle. Nach dem Tod von François Mansart, dem Schöpfer des Trapezoids, dessen Geometrien zum Prototyp des Geisterhauses werden sollten, wurde der Palast von Versailles nach seinen Plänen errichtet. Die letzte glanzvolle Priesterin Satans, Jeanne-Marie Bouvier, Madame Guillon, wurde übertrumpft von einer scharfsinnigen Opportunistin und herzlosen Geschäftsfrau namens Catherine Desay, auch bekannt als La Voisin. Sie war eine ehemalige Kosmetikerin, die in den reißerischen Berichten über schwarze Messen ihre Inspiration fand, während sie sich in Abtreibungen versuchte und äußerst wirkungsvolle Gifte für Damen besorgte, die ihre Ehemänner oder Liebhaber zu beseitigen wünschten. Man kann mit Sicherheit sagen, dass 1666 das Jahr der ersten kommerziellen schwarzen Messe war. In der Gegend südlich von Saint-Denis, heute La Garenne, erwarb die La Voisin ein großes, von Mauern umgebenes Haus, ausgestattet mit Apotheken, Zellen, Laboratorien und einer Kapelle. Bald wurde es ein Muss für das Königshaus und einfache Laien, an den in diesem Kapitel schon beschriebenen Zeremonien teilzunehmen. Der organisierte Betrug, der sich durch diese Zeremonien zog, ging unauslöschlich als echte schwarze Messe in die Geschichte ein. Als die La Voisin am 13. Mai 1679, übrigens in der Kirche unserer lieben Frau der guten Botschaft, verhaftet wurde, waren die Würfel schon gefallen. Die erniedrigenden Aktivitäten der La Voisin hatten die Würde des Satanismus für viele kommende Jahre zunichte gemacht. Die Marotte, Satanismus als Spaß und Spiel zu betreiben, begann in England Mitte des 18. Jahrhunderts, in Form von Sir Francis Dashwoods Orden, der Madmanham Franziskaner, im Volksmund Hellfire Club genannt. Sir Francis ließ Blut, Gemetzel und Babyfettkerzen weg und leitete Rituale voller gutem, schmutzigem Spaß. So schuf er eine farbenprächtige und harmlose Form des Psychodramas für viele der führenden Köpfe seiner Zeit. Eine interessante Nebenbeschäftigung von Sir Francis, die einen Hinweis auf die Atmosphäre im Hellfire Club gibt, war eine Gruppe, die Dilettanten-Club genannt wurde und deren Gründer er war. Im 19. Jahrhundert wurde der Satanismus verfälscht durch die kläglichen Versuche von Weißmagiern, schwarze Magie zu praktizieren. Das war ein sehr paradoxer Zeitabschnitt für den Satanismus mit Schriftstellern wie Baudelaire und Usman, die trotz ihrer offensichtlichen Besessenheit vom Bösen nette Kerle zu sein schienen. Der Teufel entwickelte seine luziferianische Persönlichkeit in aller Öffentlichkeit und wurde mit der Zeit zu einer Art Salonlöwe. Das war das Zeitalter der Experten der schwarzen Kunst wie Eliphas Levi und zahllosen Trance-Medien, die es mit ihren sorgsam in Grenzen gehaltenen Geistern und Dämonen bis heute erreicht haben, auch den Verstand vieler, die sich selbst als Parapsychologen bezeichnen, in Grenzen zu halten. Was den Satanismus angeht, so waren die deutlichsten Anzeichen für diese Entwicklung die neopaganistischen Riten in Orden wie MacGregor Mathers Hermetischer Orden der Goldenen Dämmerung, Alistair Crawleys späterer Orden des Silbernen Sterns, Astrum Agenteum und der Orden der orientalischen Tempelherren, O.T.O., Ordo Templi Orientis, der geradezu paranoisch jede Verbindung mit dem Satanismus leugnete, ungeachtet des von Crawley auf sich selbst bezogenen Bildes des Biestes aus der Offenbarung. Wenn Crawley nicht gerade auf Berge stieg, verbrachte er, abgesehen von recht bezaubernder Poesie und einem Halbwissen an magischem Nippes, seine meiste Zeit als Blender par excellence und machte Überstunden im Bösesein. Wie sein Zeitgenosse, Reverend Montague Summers, lief Crawley offensichtlich den größten Teil seines Lebens mit einem Knoten in der Zunge herum, aber seine Anhänger sind noch heute irgendwie imstande, einen esoterischen Sinn aus jedem seiner Worte herauszulesen. Mit diesen Gesellschaften in Übereinstimmung befanden sich die Sexclubs, die den Satanismus als ihre Grundlage benutzten und dies bis heute tun, sehr zur Freude der Boulevardpresse. Wenn es also so aussieht, dass die Schwarze Messe sich aus einer literarischen Erfindung der Kirche zu einer lasterhaften kommerziellen Realität entwickelt hat, zu einem Psychodrama für Dilettanten und Bilderstürmer, zu einem Trumpf im Ärmel der Massenmedien, wo ist dann der Zusammenhang zum wahren Wesen des Satanismus und wer praktizierte satanische Magie in den Jahren nach 1666? Die Lösung dieses Rätsels findet sich in einem weiteren Rätsel. Praktiziert derjenige, der als Satanist angesehen wird, wirklich Satanismus in seinem wahrhaften Sinn oder eher aus der Sicht der Meinungsmacher himmlischer Glaubensrichtungen? Es wurde oft und richtigerweise gesagt, dass alle Bücher über den Teufel von Stellvertretern Gottes geschrieben wurden. Deshalb ist es einfach nachzuvollziehen, dass durch die Lügen von Theologen eine Brut von Teufelsanbetern erfunden wurde. Dieser einstige böse Mensch praktiziert nicht unbedingt den wahren Satanismus. Auch ist er nicht die Verkörperung des uneingeschränkten Stolzes auf sich selbst, die dazu führte, dass die neopaganistische Welt von der Kirche als böse bezeichnet wird. Er ist stattdessen das Produkt späterer und ausgefeilterer Propaganda. Der Pseudo-Satanist hat es immer wieder fertiggebracht, durch seine schwarzen Messen mit mehr oder weniger heftiger Gotteslästerung in der modernen Geschichte aufzutauchen. Aber der wirkliche Satanist ist nicht ganz so einfach als solcher zu erkennen. Es wäre vereinfacht zu sagen, dass alle erfolgreichen Männer oder Frauen auf Erden, ohne es zu wissen, praktizierende Satanisten sind. Aber das Streben nach irdischem Erfolg und seiner Verwirklichung sind sicher ein guter Grund für den heiligen Petrus, ein vernichtendes Urteil zu sprechen. Wenn es für den reichen Menschen so schwierig zu sein scheint, in den Himmel zu kommen, wie für das Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, wenn die Liebe zum Geld die Wurzel alles Bösen ist, dann müssen wir einfach daraus schließen, dass die mächtigsten Menschen auf dieser Welt die größten Satanisten sind. Dies trifft auf Finanziers, Industrielle, Päpste, Poeten, Diktatoren und alle mit ihnen verbundenen Meinungsmacher und Drahtzieher des Geschehens auf dieser Erde zu. Gelegentlich wird durch eine undichte Stelle bekannt, dass einige dieser geheimnisvollen Männer oder Frauen dabei ertappt wurden, sich in schwarzer Magie zu versuchen. Diese gehen dann natürlich als rätselhafte Persönlichkeiten in die Geschichte ein. Namen wie Rasputin, Sakharov, Kallostro, Rosenberg und ihresgleichen sind sozusagen Anhaltspunkte für das Vermächtnis Satans. Ein Vermächtnis, das über ethnische, rassische und wirtschaftliche Unterschiede sowie irdische Ideologien hinausgeht. Der Satanist hat immer die Welt regiert und er wird es immer tun, egal wie man ihn nennt. Eines ist sicher. Die Maßstäbe, Philosophien und Vorgehensweisen, die auf diesen Seiten dargelegt werden, werden von den selbstbewusstesten und mächtigsten Menschen auf dieser Erde angewandt. In den geheimen Gedanken jeder Frau und jedes Mannes mit gesundem und klarem Menschenverstand ruht die Fähigkeit zum Satanisten. Das Zeichen der Hörner wird eher vielen erscheinen als wenigen. Und der Magier wird sich zeigen, auf dass er erkannt werde. In nomine Dei nostri, Satanas, Luciferi, Exceldii, in nomine Dei nostri, Satanas, Luciferi, Exceldii, Im Namen Satans, dem Herrscher der Erde, dem König der Welt, befehle ich den Kräften der Finsternis, mir ihre infernalische Macht zu verleihen. Öffnet die Tore der Hölle und kommet heraus aus dem Abyssos, um mich als heutigen Bruder und Freund zu begrüßen. Gewährt mir die Freude, von denen ich spreche. Ich habe Deinen Namen als einen Teil von mir selbst angenommen. Ich lebe wie die Tiere der Wildnis und erfreue mich am fleischlichen Leben. Ich schätze die Gerechten und verfluche die Vermoderten. Bei allen Göttern der Hölle befehle ich, dass alle Dinge, von denen ich spreche, eintreffen werden. Kommt hervor und antwortet auf eure Namen, indem ihr meine Wünsche erfüllt. Oh, hört die Namen! Abaddon! Abaddon! Ariman! Ariman! Asmodeus! Asmodeus! Dagon! Dagon! Fenris! Fenris! Kali! Sekmet! Sekmet! Typhon! Typhon! Schott! 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 Aus dem Süden rufe ich, Sataaan! Aus dem Osten rufe ich, Luzi! Tiefel! Aus dem Osten rufe ich, Luzi! Tiefel! Aus dem Osten Die Stimme meiner Rachen zerschmettert die Stille der Luft und stimmt wie ein Monolith des Zorns auf einer Ebene sich bittender Schlangen. Ich bin zu einer monstruösen Maschine geworden, die die fauligen Körperteile desjenigen, der mich behindern wollte, vernichtet. Es räumt mich nicht, dass meine Anrufungen durch meine Verbitterung angestachelt sind und große, schwarze, schleimige Gestalten sollen aus brakigen Gruben hervorkommen und sich in sein unterentwickeltes Hirn erbrechen. Ich rufe die Schicksalsboten an, auf dass sie das Opfer, das ich ausgewählt habe, mit grimmiger Freude zerschmettert. Lautlos ist ihm der stumme Vogel, der sich vom Hirn desjenigen ernährt, der mich gekriegt hat, und seine Agonie soll sich in Schmerzensschreien manifestieren, als wagen nun diejenigen, die mir mein Dasein leiden. O, kommt hervor im Namen von Abaddon und zerstört ihn, dessen Namen ich euch als Zeichen gebe. O, große Brüder der Nacht, ihr, die ihr mit Trost spendet, die ihr auf heißem Wind in der Hölle reitet und in der Stätte des Teufels wohnt, kommt hervor und zeigt euch, erscheint denjenigen, bis wie modriges Hirn das Schandmaul steuert, das sich über die Gerechten und Starnke blockiert. Zerreiße diese schnatternde Zunge und verschwitze seine Gehlocal. Zerreiße durchbohre seine Lunge mit den Stacheln von Skorpionen, o Segmet, schleudere ihn ins trostlose Nichts, o mächtiger Dardorn. Ich erhebe das Banner der Hölle und auf seinen Widerhaken prächtig aufgespießt ruht das Opfer meiner Rache. Zerreiße, 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 Zerreiße. Zerreiße, Zerreiße Zerreiße, 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 Z Schöpfe Böken an Vorash! Böken an Vorash! Sata! Heil Sata! Es ist vollbracht! Das Buch Belial Die Herrschaft über die Erde Der Grund für die große Anziehungskraft der Magie ist nicht ihre Anwendung, sondern die Art und Weise, wie sie dargestellt wird. Das Element des Geheimnisvollen, das die schwarzen Künste so sehr umhüllt, wurde stets entweder wohl überlegt oder aus Unwissenheit von denen gepflegt, die sich oft als die größten Experten in diesen Dingen ausgeben. Wenn die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten eine Gerade ist, dann haben die etablierten Okkultisten offensichtlich Labyrinthe geschaffen. Die Grundlagen der zeremoniellen Magie wurden viel zu lange als unendlich geheime Bestandteile des schulmäßigen Mystizismus betrachtet, und die Möchtegern-Zauberer wurden das Opfer der Kunst der Irreleitung, die sie eigentlich selbst einsetzen sollten. Das erinnert an den Studenten der angewandten Psychologie, der glaubt, alle Antworten zu kennen, aber nicht in der Lage ist, Freunde zu gewinnen. Was nützt das Studium der Unwahrheiten, es sei denn, dass alle an Unwahrheiten glauben? Viele glauben zwar an Unwahrheiten, aber handeln nach den Naturgesetzen. Auf dieser Prämisse beruht die satanische Magie. Dies ist eine Fibel, ein Grundlagentext der materialistischen Magie, quasi ein satanischer Duden. Belial bedeutet ohne Meister und symbolisiert wirkliche Unabhängigkeit, Unabhängigkeit und persönliche Erfüllung. Belial verkörpert das Element Erde, und darin enthalten ist Magie, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Greifbare, handfeste, magische Arbeit. Keine mystischen Plattheiten ohne objektive Begründung. Probiere nicht länger herum. Hier gehen wir der Sache auf den Grund. Theorie und Praxis der satanischen Magie Definition und Zweck Die Definition der Magie, wie sie in diesem Buch beschrieben wird, lautet Veränderung von Situationen oder Ereignissen gemäß dem eigenen Willen, die mit allgemein üblichen Methoden nicht verändert werden können. Dies lässt zugegebenermaßen einen großen Spielraum für persönliche Auslegungen. Manche behaupten, dass diese Anweisungen und Verfahren nichts anderes sind als angewandte Psychologie oder wissenschaftliche Tatsachen, die mit magischen Begriffen bezeichnet werden, bis sie auf eine Stelle im Text stoßen, die sich wissenschaftlich nicht erklären lässt. Aus diesem Grund wurde auch nie versucht, das Vokabular zur Erklärung eines bestimmten Begriffs zu begrenzen. Magie ist niemals völlig wissenschaftlich erklärbar. Aber Wissenschaft wurde immer mal für Magie gehalten. Es gibt keinen Unterschied zwischen schwarzer und weißer Magie, außer in der selbstgefälligen Heuchelei, der schuldgeplagten Selbstgerechtigkeit und dem Selbstbetrug des weißen Magiers persönlich. In der klassischen religiösen Tradition wird weiße Magie für uneigennützige, wohlmeinende und gute Zwecke eingesetzt, während schwarze Magie für persönliche Glorifizierung und Macht sowie für böse Zwecke ausgeübt wird. Niemand auf dieser Welt, der sich mit okkulten Studien, Metaphysik, Psi, Yoga oder irgendwelchen anderen Weißlichtinhalten beschäftigt, tut dies ohne das Ziel der persönlichen Genugtuung und Stärkung der eigenen Macht. Der eine geht lieber im Büßerhemd und der andere in Seide. Des einen freut, ist des anderen leid. Und das trifft auch auf Gut und Böse zu. Jeder praktizierende Magier ist überzeugt davon, dass seine Art der Magie die richtige ist. Es gibt zwei Kategorien von Magie. Rituell bzw. zeremoniell und nicht rituell bzw. manipulativ. Ritualmagie beinhaltet die Durchführung einer formalen Zeremonie, die zumindest teilweise in einem für diese Zwecke und für eine bestimmte Zeit abgegrenzten Raum stattfindet. Ihre Hauptaufgabe ist es, ansonsten anderweitig vergeudetes Adrenalin und emotionell hervorgerufene Energie zu isolieren und in eine dynamische, übertragbare Kraft umzuwandeln. Das Ritual ist eine rein emotionale und keine intellektuelle Angelegenheit. Jegliche intellektuelle Handlung muss vor und nicht während der Zeremonie stattfinden. Diese Art der Magie wird manchmal auch als höhere Magie bezeichnet. Nichtrituelle oder manipulative Magie, auch niedere Magie genannt, besteht aus der List und Tücke, die man erreicht durch den Einsatz bestimmter Mittel und künstlich hervorgerufener Situationen und deren Anwendung zu einer Veränderung in Übereinstimmung mit dem eigenen Willen führt. In früheren Zeiten wurden diese Mittel als Faszination, Ausstrahlung oder böser Blick bezeichnet. Die meisten Opfer der Hexenprozesse waren gar keine Hexen. Oft waren sie exzentrische alte Frauen, die entweder senil oder gesellschaftlich nicht angepasst waren. Andere waren außergewöhnlich attraktive Frauen, die die Aufmerksamkeit mächtiger Männer auf sich lenkten und ihren Annäherungsversuchen nicht nachgaben. Die richtigen Hexen wurden selten hingerichtet oder vor Gericht gestellt, da sie die Kunst der Bezauberung beherrschten und mit ihrem Charme ihr Leben retten konnten. Die meisten wirklichen Hexen haben mit den Inquisitoren geschlafen. Das ist der Ursprung des Wortes Ausstrahlung. Die alte Bedeutung von Ausstrahlung war Hexerei. Das wichtigste Gut einer modernen Hexe ist ihre Fähigkeit, verlockend zu wirken bzw. ihre Ausstrahlung einzusetzen. Das Wort Faszination hat eine ähnliche okkulte Bedeutung. Mit Faszination wurde das böse Auge beschrieben. Den Blick eines Menschen auf sich zu ziehen, mit anderen Worten ihn zu faszinieren, bedeutete, ihn mit dem bösen Blick zu verfluchen. Wenn also eine Frau die Fähigkeit besaß, Männer zu faszinieren, wurde sie als Hexe angesehen. Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung einer Hexe oder eines Hexers ist der wirkungsvoll eingesetzte Befehl Hersehen. Um jemanden zu manipulieren, muss man zuerst seine Aufmerksamkeit erregen und aufrechterhalten. Die Methoden, mit denen der Befehl Hersehen durchgesetzt werden kann, sind Sex, Gefühl oder Wunder bzw. eine Kombination der drei. Eine Hexe muss ehrlich entscheiden, in welche der Kategorien sie ihrem Wesen nach am besten passt. Die erste Kategorie, der Sex, ist offensichtlich. Wenn eine Frau attraktiv ist oder sexuelle Anziehungskraft besitzt, sollte sie alles unternehmen, um sich so verlockend wie möglich darzustellen und somit ihr Geschlecht als ihre mächtigste Waffe einzusetzen. Wenn sie erst einmal die Aufmerksamkeit eines Mannes durch ihre sexuelle Ausstrahlung erregt hat, kann sie ihn nach ihrem Willen beeinflussen. Die zweite Kategorie ist das Gefühl. Üblicherweise fallen ältere Frauen in diese Kategorie. Hierzu gehört die weise Frau, die in einem kleinen Häuschen auf dem Lande wohnt und von der die Leute denken, dass sie ein wenig exzentrisch ist. Kinder sind üblicherweise fasziniert von dieser Art Hexe, da sie ihre Fantasie anregt und junge Erwachsene holen sich bei ihr weise Ratschläge. Durch ihre Unschuld können Kinder ihre magische Kraft wahrnehmen. Indem sie ihr Image als nette alte Dame von nebenan pflegt, kann sie die Kunst der Irreführung einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Die dritte Kategorie ist die des Wunders. Diese Kategorie passt zu Frauen, die in ihrem Aussehen etwas Seltsames oder Furchteinflößendes haben. Mit diesem Aussehen können sie die Menschen beeinflussen, weil diese ganz einfach Angst vor den Konsequenzen haben, wenn sie nicht gehorchen. Manche Frauen passen gleichzeitig in mehrere Kategorien. Zum Beispiel kann das junge Mädchen, das sauber und unschuldig wirkt, aber gleichzeitig sehr sexy ist, Sex mit Gefühl kombinieren. Oder die Femme Fatale, die ihren Sexappeal mit einem finsteren Unterton verbindet, kann Sex und Wunder einsetzen. Wenn die Hexe ihre Fähigkeiten analysiert hat, muss sie entscheiden, in welche Kategorie bzw. Kombination von Kategorien sie fällt und kann diese dann in der angemessensten Art einsetzen. Auch ein Mann, der ein erfolgreicher Magier werden will, muss die für ihn geeignete Kategorie aussuchen. Der attraktive oder sexuell anziehende Mann fällt natürlich in die erste Kategorie, den Sex. Die zweite Kategorie, die des Gefühls, passt zum älteren Mann, der zum Beispiel elbenhaft oder als Waldbewohner auftritt. Der nette alte Opa, oft ein alter Lustmolch, fällt auch in die Kategorie Gefühl. Der dritte Typ Mann ist der mit dem finsteren oder teuflischen Aussehen. Genau wie die Frauen muss jeder dieser Männer seine spezielle Wesensart einsetzen, um den Blick auf sich zu ziehen. Eines der wichtigsten Mittel in der Praxis der niederen Magie ist es, sein Aussehen einzusetzen, um emotionale Reaktionen zu erzielen. Jeder, der so dumm ist zu sagen, die äußere Erscheinung ist unwichtig, täuscht sich schwer. Gutes Aussehen ist nicht nötig, aber ein Aussehen ist unbedingt notwendig. Geruch ist ebenfalls ein wichtiger Faktor der Beeinflussung in der niederen Magie. Tiere fürchten sich und misstrauen bekanntlich allem, das nicht riecht. Und auch wenn wir als menschliche Tiere das Urteil, das wir mit dem Geruchssinn fällen, vom Verstand her ablehnen, so werden wir von ihm doch genauso beeinflusst wie die Vierbeiner. Wenn du ein Mann bist und eine Frau bezaubern willst, lasse die natürlichen Ausdünstungen deines Körpers ausströmen als animalischen Kontrast zu deiner korrekten Erscheinung. Wenn du als Frau einen Mann verzaubern willst, sollst du nicht fürchten, dass du ihn beleidigst, nur weil du die Öle und Düfte deines Körpers nicht abgeschrubbt hast oder die Stelle zwischen deinen Schenkeln nicht trocken und steril ist. Diese natürlichen Gerüche sind die sexuellen Reizmittel, die die Natur in ihrer magischen Weisheit geschaffen hat. Alle Gerüche, die angenehme Erinnerungen und Nostalgie hervorrufen, stimulieren das Gefühl. Den Magen eines Mannes zu bezaubern, beginnt schon beim leckeren Duft des Essens. Für den Gefühlstyp unter den Hexen ist diese Art der Verzauberung am praktischsten. Man braucht sich auch gar nicht lustig zu machen über die Taktik des Mannes, der eine junge Frau bezaubern wollte, die ihren Kindheitserlebnissen in einem Fischerdorf nachtrauert. Die Methoden der niederen Magie nutzend, steckte er sich eine Makrele in die Hosentasche und erntete die Früchte der großen Liebe. Die drei Arten des satanischen Rituals In der satanischen Magie gibt es drei Arten von Zeremonien. Jede spricht ein bestimmtes menschliches Grundgefühl an. Die erste ist das sexualmagische Ritual. Ein sexualmagisches Ritual ist das, was üblicherweise als Liebeszauber bezeichnet wird. Der Zweck eines solchen Rituals ist es, Verlangen nach Dir in der Person zu wecken, die Du begehrst, oder einen Geschlechtspartner herbeizurufen, der Deine Wünsche befriedigt. Wenn Du keinen bestimmten Menschen oder irgendjemanden im Sinn hast, dessen Vorstellung Dich so anregt, dass es zum Orgasmus kommt, wirst Du keinen Erfolg bei Deiner Arbeit haben. Selbst wenn Du zufällig trotzdem mit dem Ritual Erfolg hast, wäre es doch ziemlich umsonst gewesen, wenn Du die Gelegenheit nicht nutzen kannst, weil es Dir an Anregung oder Sehnsucht mangelt. Man kann leicht Beschwörung aus tiefergehenden Motiven mit Liebeszauber zur Erfüllung sexueller Bedürfnisse verwechseln. Beschwörung mittels Zeremonialmagie zur Stärkung der eigenen Macht sind Mitleids- oder Schadensrituale oder beides. Wenn Du unbedingt etwas haben willst oder brauchst, weil Du sonst unglücklich oder verärgert bist und es erhalten kannst durch die Anwendung von Bezauberung und Beschwörungen ohne jemandem Schaden zuzufügen, dann ist das Mitleidsritual das Richtige, um Deine Macht zu vergrößern. Wenn Du ein Opfer, das es verdient hat, für Deine Ziele verhexen oder zu etwas verleiten willst, wendest Du ein Schadensritual an. An diese Formeln sollte man sich strikt halten, weil die Anwendung eines falschen Rituals zur Erzielung eines gewünschten Ergebnisses zu Problemen komplizierter Art führen kann. Ein gutes Beispiel ist die junge Frau, die sich belästigt fühlt von einem unbarmherzigen Verehrer. Wenn sie ihm nicht falsche Hoffnungen gemacht hat, dann sollte sie ihn als das betrachten, was er ist, nämlich ein psychischer Vampir und ihn seine masochistische Rolle spielen lassen. Wenn sie ihn aber frivol bezaubert und ermutigt hat, dann ist es ihre eigene Schuld, wenn sie zum Objekt seiner ständigen Begierde wird und er ihr lästig ist. Solche Übungen dienen lediglich der Selbstbestätigung für Charaktere, die aus mangelndem Selbstvertrauen solche kleinen Hexereien nötig haben. Der Satanist hat dagegen genügend Selbstbewusstsein, um Beschwörungen für die eigene sexuelle Erfüllung einzusetzen oder zur Erlangung von Macht oder eines bestimmten Erfolges. Die zweite Art eines Rituals ist mitleidiger Natur. Das Mitleids- oder Mitgefühlsritual wird durchgeführt, um anderen oder sich selbst zu helfen. Gesundheit, häusliches Glück, wirtschaftliche Aktivitäten, materieller oder schulischer Erfolg sind nur einige der Gründe, aus denen man ein Mitleidsritual anwenden kann. Man kann durchaus sagen, dass diese Art der Zeremonie die wirkliche Wohltätigkeit ist, denn so sagt man, Wohltätigkeit beginnt zu Hause. Die dritte motivierende Kraft für ein Ritual ist die der Zerstörung. Diese Zeremonie wird angewendet aus Zorn, Verärgerung, Geringschätzung, Verachtung oder einfach aus purem Hass. Dieses Ritual ist bekannt als Fluch oder als Mittel der Zerstörung. Einer der größten Irrtümer der rituellen Magie ist die Annahme, dass das Opfer eines Fluches an die Kräfte der Magie glauben muss, um geschädigt oder vernichtet werden zu können. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, denn die größten Spötter waren schon immer die leichtesten Opfer. Der Grund ist erschreckend einfach. Der unzivilisierte Stammersangehörige ist der erste, der zu einem Hexendoktor oder Schamanen rennt, wenn er glaubt, dass ein Fluch gegen ihn von einem Feind ausgestoßen wurde. Die Drohung und das Vorhandensein von Schmerz und Pein sind ihm ständig im Bewusstsein und der Glaube an die Macht des Fluches ist so stark, dass er jede Vorsichtsmaßnahme dagegen ergreift. Durch Anwendung von Mitleidsmagie wirkt er jedem Missgeschick, das ihm begegnen könnte, entgegen. Dieser Mensch passt auf sich auf und geht kein Risiko ein. Der Aufgeklärte dagegen, der keinen Pfifferling auf solchen Aberglauben gibt, verbannt seine instinktive Furcht vor dem Fluch ins Unbewusste, wo sie zu einer enormen zerstörerischen Macht anwächst, die mit jedem Unglück größer wird. Selbstverständlich leugnet der Ungläubige nach jedem neuen Rückschlag automatisch einen Zusammenhang mit dem Fluch, besonders sich selbst gegenüber. Dieses bewusste, heftige Verleugnen der Macht eines Fluches führt letztendlich zu seinem Erfolg, weil das Opfer ständig vom Pech verfolgt wird. In vielen Fällen wird das Opfer jeglichen magischen Einfluss auf sein Schicksal abstreiten, sogar bis zum letzten Atemzug, obgleich der Magier hoch zufrieden ist, dass seine gewünschten Resultate eingetroffen sind. Es muss noch einmal daran erinnert werden, dass es unerheblich ist, ob jemand deiner Arbeit Bedeutung beimisst, solange die Ergebnisse der Arbeit mit deinem Willen übereinstimmen. Der Superlogiker wird das Ergebnis eines Rituals immer als Zufall bezeichnen. Ob Magie nun für konstruktive oder destruktive Zwecke praktiziert wird, der Erfolg der Operation ist abhängig von der Empfänglichkeit der Person, die die Segnungen oder den Fluch empfängt. Im Falle eines sexualmagischen oder Mitleidsrituals hilft es, wenn der Empfänger an die Kräfte der Magie glaubt, aber das Opfer eines Fluchs ist viel anfälliger für Zerstörung, wenn es nicht daran glaubt. Solange der Mensch Furcht empfindet, findet er Mittel und Wege, um gegen seine Angst anzukämpfen. Niemand weiß alles und solange es Wunder gibt, wird es immer eine Vorstellung vom Unbekannten geben, wo potenziell gefährliche Kräfte herrschen. Es ist diese natürliche Furcht vor dem Unbekannten, ein nahverwandter der Faszination für das Unbekannte, die den Logiker zu weiteren Erklärungen treibt. Natürlich ist der Wissenschaftler motiviert, selbst Wunder zu entdecken. Und dann ist bedauerlicherweise er, der sich selbst als logisch denkend bezeichnet, oft der Letzte, der das Wesen der Ritualmagie erkennt. Wenn religiöser Glaube und Inbrunst blutende Wunden hervorbringen können, ähnlich wie diejenigen, die Christus zugefügt worden sein sollen, dann nennt man das Stigmata. Diese Wunden treten auf als Ergebnis eines extrem empfundenen Mitgefühls. Warum sollte es also keine zerstörerischen Extreme von Furcht und Schrecken geben? Die sogenannten Dämonen haben ebenso die Macht, das Fleisch zu zerreißen und zu vernichten, wie es eine Handvoll Nägel, die längst weggerostet sind, schaffen, bei jemandem, der glaubt, am Kreuz auf dem Kalvarienberg zu hängen, eine bluttropfende Ekstase zu erzeugen. Darum versuche nie, den Skeptiker zu überzeugen, den du verfluchen willst. Lasse ihn spotten. Wenn du ihn aufklärst, schmälert das nur deine Chancen auf Erfolg. Höre dir mit gütigem Selbstbewusstsein sein Gelächter über deine Magie an, wissend, dass in seinem Leben ein völliges Durcheinander herrscht. Wenn er verabscheuungswürdig genug ist, wird er durch Satans Gnade sterben. Lachend. Ein Wort der Warnung gerichtet an diejenigen, die diese Künste ausüben wollen. Sex oder Lust betreffend Nutze sämtliche Zaubersprüche und Anrufungen, die geeignet sind. Wenn du ein Mann bist, dann tauche dein erigiertes Glied in sie mit lasziver Freude. Wenn du eine Frau bist, dann spreize deine Schenkel weit in lustvoller Vorfreude. Mitleid betreffend Vergewissere dich, dass du deine Mühe nicht bereust, die deine Hilfe für andere für dich bedeutet hat, falls ihre neu gewonnenen Segnungen zum Hindernis für dich werden sollten. Sei dankbar für die Dinge, die du durch die Anwendung von Magie bekommen hast. Zerstörung betreffend Sei sicher, dass es dich nicht kümmert, ob das potenzielle Opfer tot oder lebendig ist, bevor du den Fluch ausstößt und wenn du seine Vernichtung erreicht hast, dann freue dich und habe keine Gewissensbisse. Beachte diese Regeln gut, sonst wirst du eine Umkehrung deiner Wünsche erleben, die dir schaden, anstatt dir zu helfen. Eine magische Zeremonie kann allein oder in einer Gruppe durchgeführt werden, aber die jeweiligen Vorteile sollten geklärt werden. Ein Gruppenritual fördert sicher mehr die Stärkung des Glaubens und das Gefühl der Macht als eine private Zeremonie. Das Zusammentreffen von Leuten, die sich derselben Philosophie verschrieben haben, bringt eine Erneuerung des Vertrauens in die Kräfte der Magie mit sich. Die religiöse Prachtentfaltung unterstützt dieses Gefühl. Wenn Religion dagegen dauerhaft zu einer einsamen Angelegenheit wird, dann führt sie zu Selbstverleugnung und eigenbrötlerischem Verhalten. Aus diesem Grund sollte der Satanist versuchen, andere Leute zu finden, mit denen er zusammen Zeremonien durchführen kann. Bei einem Fluch- oder Schadensritual hilft es dem Magier manchmal, wenn seine Wünsche durch andere Gruppenmitglieder verstärkt werden. Es gibt nichts bei dieser Art von Zeremonie, das die Teilnehmer in Verlegenheit bringen kann, da die wichtigsten Bestandteile des Rituals Zorn und die symbolische Vernichtung des Opfers sind. Dagegen lässt sich ein Mitleids Ritual bei dem Tränen fließen oder ein sexualmagisches Ritual mit Masturbieren und Orgasmus am erfolgreichsten privat durchführen. Im Ritualraum ist kein Platz für Befangenheit, es sei denn, dass diese Befangenheit Bestandteil einer Rolle ist, die zum eigenen Vorteil gespielt wird. Zum Beispiel die zurückhaltende Frau, die Scham verspürt, wenn sie als Altar dient und durch ihre Verlegenheit plötzlich eine sexuelle Stimulation empfindet. Auch bei einem ganz persönlichen Ritual sollten die einleitenden Anrufungen und Gerätschaften vor den intimen Fantasien und Handlungen eingesetzt werden. Der formale Teil des Rituals kann im selben Raum ausgeführt werden, wie das anschließende persönliche Werk oder die formale Zeremonie in einem und die persönliche in einem anderen. Anfang und Ende des Rituals müssen in dem Raum stattfinden, wo die symbolischen Gegenstände sind, Altar, Kelch etc. Der formale Beginn und das Ende der Zeremonie sind dogmatisch und anti-intellektuell und sollen die Welt draußen abgrenzen von den Aktivitäten im Ritualraum, wo der Wille nicht abgelenkt werden darf. Dieser Aspekt der Zeremonie ist ganz besonders wichtig für den Intellektuellen, da speziell er den Unterdruckeffekt des Raumes nötig hat, in Form von Gesang, Glocken, Kerzen und anderen Dingen, bevor er seinen reinen Willen bei der Darstellung und Anwendung seiner Vorstellungen zielgerichtet einsetzen kann. Wie alle religiösen Handlungen kann die intellektuelle Unterdruckkammer des satanischen Tempels als Trainingsraum für zeitweilige Unwissenheit bezeichnet werden. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass der Satanist weiß, dass er eine Art künstlicher Unwissenheit ausübt, um seinen Willen zu stärken, wogegen andere Religiöse dies nicht wissen oder, wenn sie es wissen, sich sofort in der Kunst der Selbstverleugnung üben, die solche Erkenntnisse verbietet. Sein Selbstbewusstsein ist bereits von der religiösen Indoktrination viel zu angeschlagen, als dass er einen Sachverhalt wie selbst auferlegte Unwissenheit zugeben könnte. Die Bestandteile satanischer Magie Begehren Der erste Bestandteil bei der Durchführung eines Rituals ist das Begehren, auch Motivation, Verlockung oder emotionale Überzeugung genannt. Wenn du ein bestimmtes Ergebnis gar nicht wirklich wünschst, solltest du kein Werk ausführen. Man kann kein Werk zum Üben vollbringen und die einzige Möglichkeit, dass ein Magier irgendwelche Tricks machen kann, wie Gegenstände zu bewegen, ist, dass er einen starken emotionalen Grund dafür hat. Es stimmt zwar, dass der Magier, der seine Macht vergrößern will, indem er andere mit seinen Künsten beeindruckt, greifbare Beweise seines Könnens vorlegen muss. Das satanische Konzept der Magie sieht jedoch keine Genugtuung durch das Zuschaustellen magischer Fähigkeiten vor. Der Satanist zelebriert ein Ritual zur Erfüllung seiner Wünsche und verschwendet weder Zeit noch Energie auf solche unergiebigen Dinge wie einen Bleistift mit magischer Kraft auf dem Tisch herumrollen zu lassen etc. Die Menge an Energie, die gebraucht wird, um eine Teetasse durch Levitation wirklich zu bewegen, würde ausreichen, um eine bestimmte Idee in die Köpfe von Menschen quer über den Globus zu pflanzen und sie damit deinem Willen zu unterwerfen. Der Satanist weiß, dass auch wenn er die Teetasse erfolgreich schweben lassen könnte, ihm sowieso unterstellt wird, einen Trick angewendet zu haben. Wenn der Satanist also irgendwelche Gegenstände schweben lassen will, dann benutzt er Draht, Spiegel oder andere Hilfsmittel und spart somit seine eigene Energie. Alle begnadeten Medien und Weißlicht Mystiker wenden mit ihren Augenbinden und verschlossenen Umschlägen reine Bühnenmagie an, wenn auch teilweise ohne scheinheilige spirituelle Untertöne. Ein kleines Kind lernt, dass etwas eintrifft, wenn man es sich nur lange genug wünscht. Dies ist sehr bedeutungsvoll. Wünschen bedeutet Begehren, während Beten mit Besorgnis verbunden ist. Die Heilige Schrift verkehrt Begehren in Lust, Habsucht und Gier. Sei wie ein Kind und unterdrücke dein Begehren nicht, sonst geht dir der erste Bestandteil für das magische Arbeiten verloren. Lasse dich in Versuchung führen und nimm dir, was dich versucht, wann immer du kannst. Der richtige Zeitpunkt Einer der wichtigsten Bestandteile in erfolgreichen Situationen ist der richtige Zeitpunkt. Bei einem Ritual kann der Zeitpunkt sogar noch größeren Erfolg oder Misserfolg bedeuten. Die beste Zeit, um einen Zauberspruch oder Fluch auszusenden, ist, wenn sich dein Zielobjekt im aufnahmefähigsten Zustand befindet. Die Aufnahmefähigkeit für den Willen des Magiers ist dann am größten, wenn der Empfänger so passiv wie möglich ist. Es mag jemand einen noch so starken Willen haben, wenn er schläft, ist auch er passiv. Darum ist der günstigste Zeitpunkt, deine magische Energie auszusenden, wenn er oder sie schläft. Es gibt bestimmte Schlafphasen, die besser als andere geeignet sind für die Empfänglichkeit von äußeren Einflüssen. Wer von der täglichen Arbeit erschöpft ist, schläft wie ein Murmeltier, bis sein Geist und Körper ausgeruht sind. Diese Tiefschlafphase dauert vier bis sechs Stunden, danach beginnt die Phase des Traumschlafes, die zwei bis drei Stunden andauert oder bis zum Erwachen. In diesem Traumschlaf ist der Geist am empfänglichsten für äußere oder unbewusste Einflüsse. Nehmen wir an, der Magier will jemanden verfluchen, der üblicherweise um 23 Uhr schlafen geht und um 7 Uhr aufsteht. Dann ist die effektivste Zeit für ein Ritual um ca. 5 Uhr morgens bzw. zwei Stunden bevor der Empfänger aufwacht. Voraussetzung ist, dass der Magier in Höchstform sein muss, da er bei dem Ritual der sendende Faktor ist. Hexen und Zauberer sind traditionell Nachtmenschen, was verständlich ist. Einen besseren Zeitplan gibt es nicht, um ahnungslosen Schläfern seine Gedanken zu senden. Wenn die Menschen wüssten, welche Gedanken ihnen im Schlaf eingeimpft werden. Der Traumzustand ist die Geburtsstätte künftiger Geschehnisse. Große Gedanken offenbaren sich beim Erwachen und der Geist, der sich an diese Gedanken in bewusstem Zustand erinnert, kann Großes leisten. Wer jedoch von unbewussten Gedanken geleitet wird, gerät in Situationen, die später als Schicksal, Gotteswille oder Unfall interpretiert werden. Es gibt noch andere Zeiten im täglichen Leben eines Menschen, die ihn aufnahmefähig für den Willen des Zauberers machen. Tagträume, Langeweile oder, wenn die Zeit nicht vergehen will, sind günstige Momente der Beeinflussung. Wenn eine Frau das Ziel deines Zaubers ist, solltest du die Bedeutung des Menstruationszyklus nicht außer Acht lassen. Wenn der Mann nicht träge geworden wäre, durch seine einengende evolutionäre Entwicklung, wüsste er, so wie er sein Vierbeiner weiß, wann das Weibchen am meisten auf Sex Lust hat. Die Nase des Mannes ist normalerweise nicht so ausgestattet, dass sie solche verräterischen erotischen Düfte aufspüren kann. Auch wenn er mit solchen Fähigkeiten ausgestattet ist, wird das Objekt seiner Begierde versuchen, den Geruch loszuwerden, durch große Mengen Parfum, um diese peinlichen Ausdünstungen zu überdecken und zu unterdrücken oder die Entdeckung völlig zu verhindern durch den Einsatz starker Deodorans. Trotz dieser entmutigenden Tatsachen ist der Mann motiviert, einen Annäherungsversuch zu wagen, da er unbewusst die Veränderung in der Chemie des Körpers der Frau bemerkt. Dies erfolgt durch einen sensorischen Anhaltspunkt und zwar durch den Geruchssinn. Man sollte in der Entwicklung des Menschen bis zu seinem tierischen Ursprung zurückgehen und könnte dann diese Kräfte viel bewusster einsetzen, aber für die Zartbeseiteten hätte dies vielleicht einen Beigeschmack der Lykantropie. Es gibt jedoch einen einfacheren Weg, und zwar den, die Daten und Häufigkeit des Menstruationszyklus der begehrten Frau herauszubekommen. Unmittelbar vor und nach der Periode ist die Frau normalerweise am stärksten sexuell zugänglich. Darum sind für den Magier die Schlafphasen während dieser Tage am geeignetsten zum Einflößen sexueller Gedanken oder Motivationen. Hexen und Zauberinnen haben einen viel größeren Zeitraum zur Verfügung beim Aussenden eines Liebeszaubers auf die Männer ihrer Wahl. Weil der Sexualtrieb des Mannes konstanter ist als bei Frauen, obwohl es viele Frauen gibt, die einen gleich starken oder stärkeren Sexualtrieb haben, ist der auf den Tag genaue Zeitpunkt nicht so wichtig. Jeder Mann, der nicht völlig ausgetrocknet ist, ist ein geeignetes Opfer für die geschickte Hexe. In der Zeit nach der Frühjahrs- Tag- und Nachtgleiche hat der Mann die stärkste sexuelle Energie und verhält sich entsprechend. Allerdings muss die Hexe auch von ihrer Magie stärker Gebrauch machen, da seine Augen umherschweifen. Sollte der Ängstliche fragen, gibt es denn keinen Schutz gegen solche Hexerei, lautet die Antwort, ja, es gibt einen Schutz. Du darfst nie schlafen oder Tag träumen, niemals schwache Gedanken haben, und dein Verstand darf nie aufnahmebereit sein. Dann bist du vor den Kräften der Magie sicher. Imagination Der Jüngling, der sorgfältig ein Herz mit seinen Initialen und denen seiner Liebsten in einem Baum ritzt, der kleine Junge, der stundenlang seine Vorstellungen schöner Autos zeichnet, das kleine Mädchen, das eine abgegriffene zerkratzte Puppe in den Armen wiegt und denkt, das sei ihr Baby, diese fähigen Hexen und Hexer, diese natürlichen Magier, nutzen den magischen Bestandteil, der als Imagination bekannt ist und von dem der Erfolg eines jeden Rituals abhängt. Kinder wissen nicht beziehungsweise es ist ihnen egal, ob sie künstlerisch begabt sind oder andere kreative Talente haben, wenn sie ihre eigene Imaginationskraft bei der Verfolgung ihrer Ziele einsetzen, wogegen die zivilisierten Erwachsenen ihren kreativen Bemühungen viel kritischer gegenüberstehen. Aus diesem Grunde kann ein primitiver Magier eine Puppe aus Lehm oder eine grobe Zeichnung erfolgreich bei seiner magischen Arbeit einsetzen. Für ihn ist das Bild genauso, wie er es braucht. Alles, was die Emotionen während eines Rituals verstärkt, vergrößert seinen Erfolg. Gegenstände wie Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen, Schriften, Fotos, Kleidungsstücke, Düfte, Geräusche, Musik, Bühnenbilder oder geschilderte Situationen, die in die Zeremonie integriert werden, sind dem Zauberer dienlich. Die Imagination ist eine ständige Gedächtnishilfe, ein Mittel zur Aktivierung des Intellekts, ein geeigneter Ersatz für das eigentliche Objekt. Die Imagination kann nach dem Willen des Magiers manipuliert, aufgebaut, verändert und kreiert werden und diese imaginatorisch geschaffene Kopie führt zur Veränderung der Realität. Wenn du sexuelle Freuden mit der Person deiner Wahl genießen möchtest, dann musst du die gewünschte Situation als integralen Bestandteil der Zeremonie auf Papier, Leinwand oder schriftlich darstellen und zwar so übertrieben wie möglich. Wenn du materielle Wünsche hast, musst du dir Abbildungen von ihnen ansehen. Umgebe dich mit den dazugehörigen Gerüchen und Geräuschen. Erschaffe einen Magneten, der die Situation oder Dinge anzieht, die du dir wünschst. Um die Vernichtung deiner Feinde zu erreichen, musst du sie vertretungsweise auslöschen. Sie müssen auf die überzeugendste Weise erschossen, erstochen, krank gemacht, verbrannt, zerschmettert, ersäuft oder zerrissen werden. Es ist leicht zu verstehen, weshalb die Religionen des rechten Pfades die Erschaffung von Götzenbildern ablehnen. Die Imagination, die der Zauberer und Hexer als gut funktionierendes Mittel zur Erzielung materieller Realitäten einsetzt, steht völlig im Gegensatz zu esoterischer Spiritualität. Ein griechischer Magier begehrte einst eine Frau, die seine Wünsche erfüllen sollte. Er war so von dem Gegenstand seiner Träume besessen, dass er daran ging, ein solch wunderbares Wesen zu schaffen. Als er mit seiner Arbeit fertig war, verliebte er sich dermaßen tief und unwiderruflich in die von ihm geschaffene Frau, dass sie für ihn nicht länger aus Stein, sondern aus sterblichem Fleisch, lebendig und warm war. Und so erhielt der Magus Pygmalion die größte aller magischen Erfüllungen, denn die schöne Galatea wurde die Seine. Die Zielrichtung Einer der am häufigsten übersehenen Bestandteile in magischer Arbeit ist die Bündelung und anschließende Lenkung der Kraft in eine bestimmte Richtung, um ein Ziel wirkungsvoll zu erreichen. Meist führen die Möchtegern Hexen und Hexer ein Ritual durch und warten dann anschließend ängstlich auf das erste Anzeichen des Erfolgs ihrer Arbeit. Sie könnten genauso gut aus Sorge in die Knie gehen und beten, denn ihr Übereifer reduziert ihre Erfolgschancen auf null. Außerdem sind Zweifel angebracht, ob mit dieser Einstellung überhaupt genügend konzentrierte Energie aufgebracht werden kann, um ein Ritual erfolgreich zu Wer sich ständig beklagt über die Situation, die mit dem Ritual geändert werden soll und auf ihr herumreitet, schwächt garantiert nur seine zielgerichtete Kraft, die dann spärlich fließt und versickert. Wenn der Wunsch erst einmal stark genug geworden ist, um die Kräfte der Magie einsetzen zu können, muss alles unternommen werden, diesem Wunsch symbolisch Ausdruck zu verleihen. Während der Durchführung des Rituals, nicht vorher oder nachher. Der Zweck eines Rituals besteht darin, den Magier von Gedanken zu befreien, die ihn unnötig stören würden, wenn er sich dauernd damit befasst. Ewiges Nachdenken, Tagträume und andauerndes Pläne schmieden verbraucht die emotionale Energie, die sonst zu einer dynamisch einsetzbaren Kraft gebündelt werden könnte, abgesehen davon, dass auch die ganz alltägliche Leistungsfähigkeit durch solche verzehrenden Ängste stark eingeschränkt wird. Die Hexe, die ihre Zaubersprüche aussendet und zwischendurch endlos auf den Telefonanruf ihres zukünftigen Freundes wartet, der mittellose Magier, der die Segnungen Satans beschwört und dann wie auf heißen Kohlen auf das Eintreffen des Schecks wartet, der Mann, dem Unrecht angetan wurde und der, nachdem er seinen Feind verflucht hat, enttäuscht mit langem Gesicht und gerunzelter Stirn davontrottet, das sind alles typische Beispiele fehlgeleiteter emotionaler Energie. Kein Wunder, dass sich die Weißmagier vor Vergeltung fürchten, wenn sie einen bösen Zauberspruch aussenden. Die Vergeltung, die den schuldgeplagten Absender trifft, hat er seinem schlechten Gewissen zu verdanken. Die Ausgewogenheit In der rituellen Magie ist die Ausgewogenheit ein Bestandteil, der bei sexualmagischen und Mitleidsritualen stärker beachtet werden muss, als bei dem Aussenden von Flüchen. Sie ist ein kleiner, aber äußerst wichtiger Bestandteil. Das völlige Verstehen und Beachten dieses Faktors ist eine Fähigkeit, die nur wenige Hexen und Zauberer jemals erlernen. Es geht einfach nur darum, die Persönlichkeit und die Situation genau zu kennen, bei der du deine Magie am einfachsten und erfolgreichsten einsetzen kannst. Die eigenen Grenzen einschätzen zu können, ist zugegebenermaßen eine etwas seltsame Art der Selbstbeobachtung für jemanden, der in der Lage sein sollte, das Unmögliche zu erreichen. Aber in vielen Situationen entscheidet diese Selbsteinschätzung über Gelingen oder Versagen. Wenn du bei dem Bemühen, deine Ziele mit höherer und niederer Magie zu erreichen, ständig scheiterst und versagst, dann denke mal darüber nach. Bist du das Opfer deines fehlgeleiteten, ehrgeizigen Egos, das dich dazu gebracht hat, etwas zu versuchen, was absolut keine Chancen auf Erfolg hat? Bist du ein talentloser, unmusikalischer Mensch, der versucht, durch Magie zum berühmten Sänger zu werden, obwohl er keinen Ton trifft? Bist du eine schlichte, glanzlose Hexe mit großen Füßen, langer Nase und überdimensionalem Ego sowie stark ausgeprägter Akne und sendest Liebeszauber aus, um einen hübschen, jungen Filmstar zu erobern? Bist du ein fetter, unförmiger, geiler Kerl mit vorstehenden Zähnen, der sich eine knackige, junge Stripperin als Geliebte suchen möchte? Wenn dies der Fall ist, solltest du besser lernen, den ausgleichenden Faktor anzuwenden oder du wirst andauernd versagen. Es ist nicht einfach, seine Wünsche mit seinen Fähigkeiten in Einklang zu bringen und viele Menschen begreifen nicht, dass ein halber Leibbrot besser sein kann als keiner, wenn sie nicht das Maximum erreichen. Der chronische Verlierer weist die Chance, 50.000 Dollar zu erhalten, mit einem höhnischen Lächeln zurück, weil er nicht in der Lage ist, eine Million Dollar zu machen. Eine der stärksten Waffen des Magiers ist die, sich selbst zu erkennen, seine Talente, Fähigkeiten, physischen Stärken und Schwächen und so weiter und wann, wo und mit wem er Gebrauch davon macht. Der Mensch, der nichts zu bieten hat und sich mit großartigen Ratschlägen und dem Versprechen von Reichtum an einen Erfolgsmenschen anwendet, ähnelt dem Floh, der versucht, am Bein des Elefanten hochzuklettern, um ihn zu vergewaltigen. Die aufstrebende Hexe, die sich vormacht, dass ein Werk auch bei magischer Unausgewogenheit immer gelingt, wenn man nur intensiv genug arbeitet, vergisst eine wichtige Regel. Magie ist wie die Natur und magischer Erfolg setzt ein Arbeiten in Harmonie mit der Natur nicht gegen sie voraus. Das satanische Ritual Was vor Beginn eines satanischen Rituals beachtet werden muss Die Person, die das Ritual zelebriert, soll während der gesamten Dauer des Rituals auf den Altar und das Symbol des Baphomet blicken, außer wenn andere Positionen ausdrücklich angegeben sind. Der Altar sollte sich möglichst vor der nach Westen zeigenden Wand befinden. Bei Ritualen, die nur von einer Person zelebriert werden, entfällt die Rolle des Priesters. Sind mehrere Personen an der Zeremonie beteiligt, muss eine von ihnen als Priester fungieren. Bei einem Ritual mit nur einer Person führt diese die Anweisungen aus, die für den Priester gegeben werden. Jedes Mal, wenn die Worte Schemham und von der Person gesprochen werden, die als Priester fungiert, wiederholen die anderen Teilnehmer diese Worte. Der Gong wird geschlagen, wenn die Teilnehmer Heil Satan wiederholt haben. Gespräche, außer im Zusammenhang mit der Zeremonie, und Rauchen sind, nachdem die Glocke zu Beginn geläutet wurde und bis sie am Ende des Rituals wiedererklungen ist, verboten. Das Buch Belial beinhaltet die Prinzipien der satanischen Magie und Rituale. Bevor du versuchst, die Rituale im Buch Leviathan anzuwenden, musst du unbedingt das ganze Buch Belial lesen und verstehen. Erst wenn du dies getan hast, kann ein Erfolg mit den 13 nachstehenden Schritten erwartet werden. Die 13 Schritte Schritt 1 Lege die Kleidung für das Ritual an. Schritt 2 Stelle die Gegenstände für das Ritual bereit. Zünde die Kerzen an und dunkle alle äußeren Lichtquellen ab. Platziere die Manuskripte rechts und links auf dem Altar. Schritt 3 Wird eine Frau als Altar eingesetzt, soll sie jetzt ihre Position einnehmen. Kopf nach Süden, Füße nach Norden. Schritt 4 Reinigen der Luft durch Schlagen der Glocke. Schritt 5 Die Anrufung Satans und die darauf folgenden höllischen Namen werden jetzt laut vom Priester gelesen. Die Teilnehmer wiederholen jeden der höllischen Namen, nachdem der Priester ihn gesprochen hat. Schritt 6 Trinke aus dem Kelch. Schritt 7 Der Priester dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und zeigt mit dem Schwert in die vier Himmelsrichtungen, wobei er die jeweiligen Fürsten der Hölle anruft. Satan aus dem Süden, Luzifer aus dem Osten, Belial aus dem Norden und Leviathan aus dem Westen. Schritt 8 Segne mit dem Phallus, falls einer eingesetzt wird. Schritt 9 Der Priester liest laut die geeignete Anrufung für die jeweilige Zeremonie vor. Lust, Mitleid oder Zerstörung. Schritt 10 Bei einem persönlichen Ritual ist dieser Schritt sehr wichtig. Alleinsein ist besonders geeignet zum Offenbaren der geheimsten Wünsche und du solltest nicht versuchen, etwas zurückzuhalten bei der Darstellung, beim Formulieren oder Durchspielen der Vorstellungen, die deine Wünsche verkörpern. In dieser Phase wird dein Entwurf skizziert, eingepackt und an den Empfänger deines Werkes geschickt. Erste Variante Wie du jemanden zu lustvollen Dingen aufrufst oder eine sexuell befriedigende Situation herbeiführst. Verlasse den Platz vor dem Altar und begebe dich dorthin, wo du das vorgesehene Ritual am effektivsten weiterführen kannst, entweder im gleichen Raum oder in einem anderen. Dann gestalte eine Darstellung, die so genau wie möglich der Situation gleichen soll, die du anstrebst. Du hast bekanntlich fünf Sinne zum Wahrnehmen. Darum solltest du dich nicht auf einen Sinn beschränken. Hier sind geeignete Mittel, die einzeln oder kombiniert eingesetzt werden können. grafische Darstellungen wie Zeichnungen, Gemälde etc. Schriftliche Schilderungen wie Geschichte, Stücke, Beschreibungen der Wünsche und des Resultats. Stelle deine Wünsche als Bühnenbild oder kleines Theaterstück dar. Spiele dich entweder selbst oder die Rolle des Objektes deiner Begierde und benutze jegliche Hilfsmittel, die sich zur Stärkung der Imagination eignen. Alle Gerüche, die mit der gewünschten Person oder Situation in Verbindung stehen. Alle Klänge oder Hintergrundgeräusche, die einer starken Imagination dienen. Intensive sexuelle Gefühle sollen diesen Schritt des Rituals begleiten und wenn die Vorstellungskraft groß genug ist, soll ein möglichst heftiger Orgasmus der Höhepunkt dieses Schrittes sein. Dieser Höhepunkt soll durch Masturbation oder andere autoerotische Handlungen herbeigeführt werden. Nach dem Orgasmus kehre zum Altar zurück und fahre fort mit Schritt 11 am Ende dieses Kapitels. Zweite Variante Wie du Hilfe oder Erfolg für jemanden erreichst, der deine Sympathie oder dein Mitgefühl hat, einschließlich dir selbst. Bleibe in der Nähe des Altars und stelle dir die Person, der du helfen willst, so realistisch wie möglich vor, beziehungsweise intensiviere dein Selbstmitleid und drücke deinen Wunsch mit deinen eigenen Worten aus. Wenn deine Gefühle aufrichtig sind, wirst du Tränen vergießen. Lasse sie ungehindert fließen. Nach dieser Übung in Rührseligkeit fahre fort mit Schritt 11 am Ende dieses Kapitels. Dritte Variante Wie du die Vernichtung eines Feindes hervorrufst. Bleibe im Bereich des Altars, außer in dem Fall, dass die Imagination anderweitig leichter erreicht werden kann, zum Beispiel durch die Nähe des Opfers, das du vernichten willst. Während du dir das Opfer vorstellst, arbeite mit den von dir ausgesuchten Mitteln an seiner Zerstörung. Dies kann folgendermaßen aussehen. Steche Nadeln und Nägel in eine Puppe, die dein Opfer darstellt. Die Puppe kann aus Tuch, Wachs, Holz, pflanzlichen Stoffen etc. sein. Anfertigung einer Grafik, die die Zerstörung deines Opfers schildert, Zeichnungen, Gemälde etc. Eine lebhafte schriftliche Darstellung des Endes deines Opfers. Ein detaillierter Monolog gerichtet an das Opfer, in dem du seine Folterung und Vernichtung schilderst. Die stellvertretende Darstellung von Verstümmelung, Verletzung, Hervorrufung von Schmerz oder Krankheit durch den Einsatz anderer gewünschter Maßnahmen oder Gegenstände. Intensiver geplanter Hass und Verachtung sollen diesen Schritt der Zeremonie begleiten und dieser Schritt sollte erst beendet werden, wenn der Energieverbrauch den Magier in einen Zustand allgemeiner Erschöpfung versetzt hat. Ist diese Erschöpfung eingetreten, fahre fort mit Schritt 11. Schritt 11a Falls Gesuche geschrieben wurden, sollen sie jetzt vom Priester laut gelesen und danach in der Flamme der entsprechenden Kerze verbrannt werden. Nach jedem Gesuch soll Schemham vorrasch und heil satan gesprochen werden. Schritt 11b Bei mündlichen Gesuchen sollen die Teilnehmer sie nacheinander dem Priester vortragen. Er wiederholt die Gesuche dann mit seinen eigenen Worten, die für ihn emotional am geeignetsten sind. Nach jedem Gesuch soll Schemham vorrasch und heil satan gesprochen werden. Schritt 12b Der entsprechende henochische Schlüssel wird jetzt vom Priester gelesen als treue Beweis der Teilnehmer an die Kräfte der Finsternis. Schritt 13b Läuten der Glocke zur Entweihung. Dann werden die Worte Es ist vollbracht vom Priester gesprochen. Ende des Rituals Gegenstände, die bei einem satanischen Ritual eingesetzt werden. Die Kleidung Von den männlichen Teilnehmern werden schwarze Roben getragen. Die Roben sollen Kapuzen haben und können, falls gewünscht, das Gesicht verhüllen. Der Grund für die Verhüllung des Gesichtes ist, dass der Teilnehmer ungehemmter seine Gefühle ausdrücken kann. Es verringert auch die Ablenkung der Teilnehmer untereinander. Weibliche Teilnehmerinnen tragen aufreizende Gewänder, ältere Frauen schwarze Kleidung. Amulette mit dem Sigil des Baphomet oder das traditionelle Pentagramm Satans werden von allen Teilnehmern getragen. Die Roben werden von den Männern angelegt, bevor sie den Ritualraum betreten und während des gesamten Rituals getragen. Männer können auch komplett schwarze Kleidung anstatt schwarzer Roben tragen. Schwarz wurde für die Kleidung im Ritualraum ausgewählt, weil es die Kräfte der Finsternis symbolisiert. Aufreizende Kleider werden von den Frauen getragen, um die männlichen Teilnehmer zu erregen und den Ausstoß von Adrenalin oder bioelektrischer Energie zu verstärken, wodurch intensiver gearbeitet werden kann. Der Altar Die ältesten Altare der Menschen waren aus lebendigem Fleisch und Blut und die natürlichen Instinkte und Vorlieben waren die Grundlage seiner Religion. Spätere Religionen, die die Neigungen der Menschen als Sünde bezeichneten, verfälschten seine lebenden Altare zu Steintafeln und Klumpen aus Metall. Der Satanismus ist mehr eine Religion des Fleisches als des Geistes. Darum wird ein Altar aus Fleisch für die satanischen Zeremonien verwendet. Der Zweck eines Altars ist es, während der gesamten Zeremonie die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Eine nackte Frau wird als Altar für ein satanisches Ritual eingesetzt, weil die Frau das natürliche passive Gefäß ist und die Mutter Erde repräsentiert. Bei einigen Ritualen kann eine nackte Frau als Altar unzweckmäßig sein, sodass sie bekleidet oder halb verdeckt werden sollte. Wenn eine Frau das Ritual allein durchführt, ist keine Frau als Altar nötig. Wenn keine Frau als Altar dient, kann die Fläche, auf der sie sonst liegt, zum Platzieren anderer Ritualgegenstände genutzt werden. Für Gruppenrituale mit vielen Teilnehmern kann ein trapezoider Altar von drei bis vier Fuß Höhe und fünfeinhalb Fuß Länge gebaut werden, auf dem die nackte Frau liegen soll. Falls dies zu unpraktisch ist oder bei privaten Zeremonien, kann eine erhöhte Fläche benutzt werden. Wenn eine Frau als Altar dient, werden die anderen Gegenstände auf einen Tisch in Reichweite des Priesters gestellt. Das Symbol des Baphomet wurde von den Tempelrittern verwendet, um Satan darzustellen. Im Laufe der Zeit wurde dieses Symbol mit vielen verschiedenen Namen bezeichnet. Darunter sind der Bock von Mendes, die Ziege mit den Tausend Jungen, der Schwarze Bock, der Judas Bock und wohl am zutreffendsten der Sündenbock. Der Baphomet repräsentiert die Kräfte der Finsternis, kombiniert mit der Fruchtbarkeit des Bocks von Mendes. In seiner reinen Form zeigt das Pentagramm die Figur eines Menschen, der von den fünf Spitzen eines Sterns umfasst wird. Drei zeigen nach oben, zwei zeigen nach unten, wodurch das Wesen des Menschen symbolisiert wird. Im Satanismus wird das Pentagramm auch verwendet, aber da der Satanismus die fleischlichen Triebe des Menschen bzw. das Gegenteil der geistigen Wesensart repräsentiert, wurde das Pentagramm umgedreht, wodurch es sich perfekt dem Kopf des Bocks anpasst. Seine Hörner, die die Dualität verkörpern, zeigen herausfordernd nach oben. Die anderen drei Spitzen sind invers bzw. verneinen die Dreifaltigkeit. Die hebräischen Zeichen im äußeren Kreis rings um das Symbol stammen aus den magischen Texten der Kabbalah und bedeuten Leviathan, die Schlange des wässerigen Abyss und wird mit Satan gleichgesetzt. Diese Zeichen stehen jeweils über den fünf Spitzen des Pentagramms. Das Symbol des Baphomet wird an der Wand über dem Altar angebracht. Die Kerzen Die Kerzen, die bei einem satanischen Ritual verwendet werden, repräsentieren das Licht Luzifers, den Lichtträger, die Erleuchtung, die lebende Flamme, brennendes Verlangen und die Flammen der Hölle. Für ein satanisches Ritual sollen nur schwarze und weiße Kerzen benutzt werden. Nimm niemals mehr als eine weiße Kerze, aber so viele schwarze Kerzen wie notwendig sind, um den Ritualraum zu erhellen. Mindestens eine schwarze Kerze wird links auf den Altar gestellt. Sie repräsentiert die Kräfte der Finsternis und den Pfad zur linken. Weitere schwarze Kerzen werden da aufgestellt, wo sie zur Beleuchtung benötigt werden. Eine weiße Kerze wird rechts auf den Altar gestellt und repräsentiert die Heuchelei der Weißlicht Magier und der Anhänger des Pfades zur Rechten. Schwarze Kerzen werden für die Macht und den Erfolg der Teilnehmer des Rituals verwendet und zum Verbrennen der Pergamente mit den Gesuchen der Teilnehmer. Die weiße Kerze wird zur Vernichtung von Feinden eingesetzt. Pergamente, auf denen Flüche stehen, werden in der Flamme der weißen Kerze verbrannt. Die Glocke Der durchdringende Klang der Glocke zeigt Beginn und Ende des Rituals an. Der Priester läutet die Glocke neunmal, dreht sich dabei gegen den Uhrzeigersinn und lenkt den Klang in die vier Himmelsrichtungen. Dies geschieht einmal bei Beginn des Rituals, um die Luft von allen äußeren Geräuschen zu reinigen und einmal zum Schluss des Rituals, um seine Wirkung zu verstärken und mit dem Zeichen der Entweihung das Ende anzuzeigen. Die Glocke sollte laut und eindringlich tönen und nicht leise bimmeln. Der Kelch Bei einem satanischen Ritual bedeutet der Kelch den Kelch der Ekstase. Der Kelch sollte möglichst aus Silber sein, aber wenn kein Silberkelch verfügbar ist, kann auch einer aus anderem Metall, Glas oder Ton benutzt werden, alles außer Gold. Gold wird immer mit Weißlicht Magiern und dem Himmelreich in Verbindung gebracht. Zuerst trinkt der Priester aus dem Kelch, dann sein Assistent. Bei privaten Ritualen lehrt derjenige, der die Zeremonie durchführt, den Kelch. Das Elixier Die stimulierende Flüssigkeit, das Lebenselixier, das die Heiden tranken, wurde von den Christen zum heiligen Messwein verfälscht. Ursprünglich wurde der Alkohol in heidnischen Ritualen zur Entspannung getrunken und um die Emotionen der Teilnehmer der Zeremonie zu vertiefen. Der Satanismus opfert seinen Gott nicht, wie das andere Religionen tun. Der Satanist praktiziert keine solche Form des symbolischen Kannibalismus, sondern führt den von den Christen verwendeten Messwein wieder seinem ursprünglichen Zweck zu, nämlich die für ein satanisches Ritual notwendigen Gefühle zu stimulieren. Es muss nicht Wein sein. Jedes stimulierende Getränk, das den Gaumen kitzelt, ist geeignet. Das Lebenselixier wird aus dem Kelch der Ekstase, wie oben beschrieben, unmittelbar nach der Anrufung Satans getrunken. Das Schwert Das Schwert der Macht symbolisiert aggressive Kraft und dient als Verlängerung und Verstärkung des Armes, mit dem der Priester Gesten Macht und den Himmels Richtungen zeigt. Es ist eine Parallele zu dem Zauberstab bei anderen magischen Ritualen. Das Schwert wird vom Priester gehalten. Während der Anrufung Satans zeigt er damit auf das Symbol des Baphomet. Es wird außerdem eingesetzt bei der Anrufung der vier Fürsten der Hölle. Der Priester durchsticht mit dem Schwert die Pergamente mit den Gesuchen, wenn diese vorgetragen wurden, und hält sie über die Flamme zum Verbrennen. Beim Anhören der Gesuche und beim Wiederholen berührt der Priester mit dem Schwert die Köpfe der Teilnehmer in traditioneller Rittermanier. Wenn bei einem privaten Ritual kein Schwert verfügbar ist, kann auch ein langes Messer oder ein Stock verwendet werden. Der Phallus ist ein heidnisches Fruchtbarkeitssymbol, das Zeugung, Manneskraft und Aggression bedeutet. Dies ist ein weiterer Gegenstand, der blasphemisch verfälscht wurde, um ihn für die schuldgeplagten Zeremonien der Christenheit anzupassen. Der Phallus ist eine ehrliche Version des Aspergils oder Weihwasserwedels der katholischen Kirche. Welch eine Metamorphose des einfachen Penis. Zur Segnung des Hauses wird der Phallus von einem Assistenten des Priesters in beide Hände genommen und systematisch zweimal in die vier Himmelsrichtungen geschüttelt. Jedes phallische Symbol kann verwendet werden, ist keines vorhanden, kann es aus Gips, Holz, Ton, Wachs etc. hergestellt werden. Der Phallus ist nur bei Gruppenritualen notwendig. Der Gong wird zur Anrufung der Kräfte der Finsternis benutzt. Er wird immer dann einmal geschlagen, wenn die Teilnehmer die Worte des Priesters Heil Satan wiederholt haben. Ein Gong ist nur bei organisierten Gruppenritualen notwendig. Wegen des besseren Klangs sollte ein Konzert Gong verwendet werden, aber wenn keiner verfügbar ist, kann auch jeder andere Gong mit vollem tragendem Klang genommen werden. Das Pergament wird wegen seiner organischen Eigenschaften verwendet, die den Elementen der Natur entsprechen. Entsprechend der satanischen Übersetzung wird nur Pergament aus der Haut von Schafen verwendet, die zu Ernährungszwecken geschlachtet wurden. Ein Tier wird niemals geschlachtet, um es als Ganzes oder Teile davon bei Ritualen einzusetzen. Wenn derartiges Pergament aus geschlachteten Schafen nicht erhältlich ist, kann auch unliniertes Papier verwendet werden. Das Pergament ist das Hilfsmittel, um die geschriebenen Botschaften oder Gesuche von der Flamme der Kerze verzehren zu lassen und in den Äther hinaus zu senden. Das Gesuch wird auf Pergament oder Papier geschrieben, vom Priester laut vorgelesen und anschließend in der Flamme einer schwarzen oder weißen Kerze verbrannt, je nach Inhalt des Gesuchs. Vor dem Beginn eines Rituals werden Flüche auf der rechten Seite des Priesters, Zaubersprüche und Segnungen auf seiner linken Seite platziert. Im Namen Satans, dem Herrscher der Erde, dem König der Welt, befehle ich den Kräften der Finsternis, mir ihre höllische Macht zu verleihen. Öffnet die Tore der Hölle und kommt heraus vom Abyss, um mich als eure Schwester und Freundin zu begrüßen. Gewährt mir die Freude, von denen ich spreche. Ich habe deinen Namen als einen Teil von mir selbst angenommen. Ich lebe wie die Tiere der Wildnis und erfreue mich auf fleischigen Leben. Ich schätze die Gerechten und verfluche die Vermoderten. Bei allen Göttern kommt hervor und antwortet auf eure Namen, indem ihr meine Wünsche erfüllt. So höre die Namen. Melek Taus Tammus Albenit Shiva Azazel Adra Melek Sid Shaitan Hekate Hekate Ishtar Lilith Loki Baphomet Bas Dambala Abollim Sammael Sammael Namma Namma Han 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 Aus dem Süden ruf ich SAAATAAN Aus dem Osten rufe ich Luzifer, aus dem Norden rufe ich Bilial, aus dem Westen rufe ich Leviathan. Komm hervor, du große Brut des Ablössers, und offenbare dich. Meine Gedanken sind auf den leuchtenden Genfer gerichtet, der von Lust erstrahlt und leidenschaftlich wächst in den Momenten der Erfüllung. Sendet aus den Boden der wollüstigen Freuden und lasst die obszönen Vorstellungen meiner finsteren Wünsche Wirklichkeit werden, in Werk und Tat. Vom sechsten Turm Satans soll ein Zeichen kommen, das den Körper, den ich begehre, anhört. Ich habe meine Symbole bereitgelegt und fähre die Sinnbilder des Kommenden an, und die von mir geschaffene Vorstellung lauert auf ihre Erlösung wie ein gut schnaugender Basilisk. Die Vision soll Wirklichkeit werden, und durch mein Opfer sollen die Winkel der ersten Dimension zur Grundlage der Treppen werden. Gehe hinaus in die Leere der Nacht, und erstreng den Geist, auch dass er mit Gedanken antworte, die auch wie Pfarr der leidenschaftlichen Gaben führen. Meine Lenden sind entflammt. Der Nektar, der aus meiner sehnsuchtsvollen Spalte tropft, soll den schlimmernden Verstand befruchten, und der Geist, der keine Lust empfindet, soll wie Rasen werden vor unwiderstehlichem Begehren. Und wenn meine mächtige Kraft verbraucht ist, werden sich neue Wege auftun, und das Fleisch, das ich begehre, wird zu mir kommen. Möge es sich meine Lust erfüllen, im Namen der großen Chore Babylon, im Namen von Lilith und Ikati. Shemam Forash! Heil Satan! Schrauben! Shemam Forash! In Egypt Berlin Ein Prime Minister Ich binportsman, eines Herbes legate Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist vollbracht! Das Buch Leviathan Die tosende See Obwohl es von vielen abgestritten wird, kann durch Sprache höchste Ekstase oder rasender Schmerz erzeugt werden. Wenn bei einer magischen Zeremonie alle Sinne eingesetzt werden, dann gehören auch die richtigen Klänge dazu. Es stimmt zwar, dass Taten lauter sprechen als Worte, aber Worte sind wie Denkmäler der Gedanken. Der größte Nachteil alter schriftlicher magischer Beschwörungen ist wahrscheinlich die fehlende Emotion, die beim Vortragen zu spüren ist. Ein alter Magier, den der Autor persönlich kannte, führte einmal eine von ihm selbst verfasste Anrufung durch, die für ihn wegen seiner magischen Wünsche von großer persönlicher Bedeutung war. Und es fielen ihm ausgerechnet in dem Moment keine passenden Worte ein, als das Ritual kurz vor seiner erfolgreichen Beendigung stand. Da ihm klar wurde, dass er seinen Gefühlsfluss aufrechterhalten muss, zitierte er die erstbesten emotionserzeugenden Worte, die ihm einfielen. Ein paar Strophen aus einem Gedicht von Rudyard Kipling. Auf diese Weise konnte er mit dem letzten heftigen Adrenalinausstoß sein Werk erfolgreich beenden. Die nachfolgenden Anrufungen sind Verkündungen der Gewissheit und keine winselnden Bitten. Aus diesem Grund enthalten sie auch keine leeren Versprechungen und wertlose Almosen. Leviathan, der große Drachen des wässrigen Erbiss, brüllt auf wie die tosende See. Und diese Anrufungen sind sein Tribunal. Untertitelung des ZDF, 2020 Im Namen Satans, den Herrscher der Erde, dem König der Welt, befehle ich den Kräften der Finsternis, mir ihre höllische Mache zu verleihen. Öffnet die Tore der Hölle und kommt heraus vom Abyss, um mich als eure Schwester und eure Freundin zu begrüßen. Gewährt mir die Freuden, von denen ich spreche. Ich habe deinen Namen als einen Teil von mir selbst angenommen. Ich lebe wie die Tiere der Wildnis und erfreue mich am fleischlichen Leben. Ich schätze die Gerechten und verfluche die Vermoderten. Bei allen Göttern der Hölle befehle ich, dass alle Dinge, von denen ich spreche, eintritt werden. Kommt hervor und antwortet auf eure Namen, indem ihr meine Wünsche erhöht. So höre die Namen. Amon Amon Baphomet 바�fuomet Asmodeus Asmodeus Mephistopheles Mephistopheles Mavmon Mavmon Chaitan Sicht G58 Balam D Aus dem Süden rufe ich Satan. Aus dem Osten rufe ich Lucifer. Aus dem Norden rufe ich Bilial. Aus dem Westen rufe ich Leviathan. Getrieben von der Wut des Schmerzes und dem Zorn des Unterdrückten, erhebe ich meine Stimme wie Donnergrollen, auf das ihr mich höret. O ihr großen Bewohner der Finsternis, ihr Hüter des Weges, ihr Günstlinge der Macht von Todt, kommt hervor und zeigt euch, erscheint uns in eurer gütigen Macht zugunsten von demjenigen, der glaubt und der Qualen erleidet. Nehmt ihn auf in das Bollwerk eures Schutzes, da er keinen Schmerz verdient hat und auch keinen begehrt. Lasst das, was gegen ihn vorgeht, kraftlos und gegenstandslos werden. Unterstützt ihn durch das Feuer und Wasser, durch Erde und Luft, auf das er wieder erhalte, was er verloren hat. Sterbt mit Feuer das Rückgrat unseres Freundes und Kameraden, unseres Gefährten des Pfades zur linken Hand. Gebt ihm durch die Macht Satans die Freude am Leben zurück. Lasst seine Lebenselte ungehindert fließen, auf das er diesen Nektar des Fleisches in Zukunft auskosten kann. Vernichtet seinen Widersacher körperlich und materiell, auf das er freudig und gestärkt aus dieser quälenden Situation hervorgehe. Lasst kein Unglück seinen Weg kreuzen, da er einer der Unseren ist und deshalb behütet werden soll. Gebt ihm die Kraft zurück, die Freude und die ewige Herrschaft über die Schicksalsschläge, die ihn heimgesucht haben. Verleiht ihm das äußere und innere unbändige Strahlen, das er im Torsteigen aus dem lebenden Morass, der ihn umgibt, ankündigt. Dies gebieten wir im Namen Satans, dessen Fürsorge groß ist und uns Nahrung gibt. Wie Satan soll auch herrschen, dessen Name lautet. Er ist das Gefäß, dessen Fleisch wie die Erde ist. Ewiges Leben, Welt ohne Ende. Schemann vorrasch! Heilt Satan! Heilt Satan! Run! Amen. 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 Es ist vollbracht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.